Auf YouTube, hallo übrigens, ne, hier so, wupp, hallo auf YouTube, guten Tag, ähm, äh, ich denke mal, ich gehe davon aus, dass, äh, das Video, was vorher erschienen ist, das geht so eine Stunde lang, dass ihr das alle gesehen habt, denn darauf, äh, basiert ist das zukünftige, äh, RP, wir gucken uns gerade, ähm, SMS an und ich hoffe, ich hab's vorher geschnitten, ich kann sonst gleich die SMS nochmal vorlesen, äh, hallo Ariane, hast du vielleicht einen Taxi zum Freitag aufgelassen, hab gehört, dass, äh, von Mitarbeitern gehört, dass sie das alle auftanken lassen müssen, Nee, eigentlich habe ich das abgeschlossen, habe aber vorher und nachher komische, unbekannte Anrufe bekommen, was das Tor angeht. Da wurde gesagt, es sei offen, aber, aber als ich ankam, boah, ich muss meine Nägel kürzen, Hilfe, als ich ankam, war es geschlossen, ich wurde, wurde laut zweitem Anruf auch dabei beobachtet, auch dabei beobachtet, hatte das Taxi voll auf, aufgetankt vorher. Das ist weird, sag mal, die gekündigt haben, haben die noch Schlüsselkarten? Warte mal, das könnte sogar wirklich sein, ne? Ich meine nämlich, ich hätte wirklich alles, Musik ist laut, oh, Entschuldigung. Das ist aber wirklich mega weird. Ach ja, Frau, äh, Herr Brioso will übrigens, hat Interesse an den Cabrio. Herr Brioso hat Interesse an der, an Skylar. Äh, danke sehr, am Sonntag müssen wir Zeit haben, ca. 21 bis 22 Uhr, habe ich allerdings einen Geschäftstermin. Okay, Frau DeVore, ich rufe, okay, Jane, ich rufe dich dann heute so nach 22 Uhr an. Oh, ich muss das aufschreiben. Ich habe Chibis gemalt, gestern. 19 Uhr. So. Great. Okay, äh, also ich habe definitiv 10 Uhr Zeit, ich brauche nur deine Zeit. Ach ja, genau, ähm, ich komme gleich in den Dienst, vielleicht, äh, erwischen wir uns ja dann. Ach ja, Reed, ja, okay, weiß ich Bescheid, machen Sie sich da keinen Schiss und sagen Sie Bescheid, Sie müssen uns ihn besser fassen, ich wollte ihn grüßen, Reed. Vielen, vielen Dank und nochmal große, sorry, aber, ähm, habe einige Themen, lust, Paartherapie, die eventuell auf Sie zukommen. So, Paartherapie verschiebt sich immer weiter nach hinten, ne? Aber Mähne schuld, Mähne. Hier, falls, äh, äh, nicht falls, hier, auf YouTube. Hiermit ist Ihr Dos Santos Police Department zu der Feier am 15.05.2023 um 20 Uhr in die Wurstpumpe am Pier ein, bei der das dreijährige Jubiläum des Chief of Police und dessen Beförderung zum Commissioner gefeiert wird. Äh, gefeiert wird. So, äh, Sie können im Dienst als auch privat erscheinen. Alle Kollegen, die zu Beginn 20 Uhr im Dienst sind, treffen sich gesammelt im Mission Row PD und fahren dann gemeinsam zum Pier. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die PD31. Kuckuck. So, dann kann man nach dem Rollcall mal quatschen und vielleicht Streife fahren. Ich wäre sowas von dabei. Und lernwillig. Äh, warte mal. Und willig und billig. Also, lernwillig. Willig. Scheiße, das fällt mir nicht zu billig ein, aber egal. Ja, Rotkohl. Oh mein Gott, wir müssen los. Jo, stimmt ja. Ja, mal gucken, ob wir das jetzt schaffen, ne? Das ist aber schon sehr sportlich. Das ist ja um... Nein, warte mal. Wir haben im 14.00 Uhr. Es ist um 45.00 Uhr. Und wir haben jetzt 32.00 Uhr. Ja, das sollte gehen. Mit Umziehen und sowas alles dann schnell. Am 15.05.00 Uhr habe ich Hochzeitstag. Oh! Alter, ah, hallo. Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Warum war der denn jetzt so hart motiviert? Oh, guck mal, wie schön das ist. Oh, wie schön das aussieht. Endlich hat das mal den Redux auch geklappt, ne? Sehr schön. Wunderbar. So. Boah. Mein PC ist aber ganz schön am... Oh, ich muss den mal wieder entstauben. So. Und wie ist Achim am geraden Tag im Dienst? Da kann ich ja nichts mehr. Wir fahren halt wieder Bus. Ich kann da wirklich nichts mehr. Morgen. Morgen, ne? Ich freue mich auf morgen. Also mit dem... Zum Dreijährigen. Ich hoffe halt generell. Ich glaube, irgendwas wird passieren. Vielleicht auch Feuerwerk oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird passieren. Nee, nicht den Kollegen hinterher. Dann achten wir darauf, wie Ariane fährt. Obwohl Ariane fährt immer... Hier Skinner ist einfach der Rast wie ein Wahnsinniger durch die Gegend. Ariane fährt immer... Auch wenn ich Offstream spiele, die fährt immer ganz gut. Die ist vielleicht mal so 56. Ja? So ist mir letztens aufgefallen. Oh, da sind wir ein bisschen zu schnell. Weil... Und die hält auch mal bei jedem Stoppschild. Aber ich habe vielleicht auch schon mal ein paar übersehen. Aber das ist dann was versehen. Ich versuche mich dran zu halten. Sehr bemüht. Ja, ich bin 56 gefahren. Das ist ganz schlimm. Ich habe ja im Real Life tatsächlich so einen Tuten im Auto. Wenn ich über 30... Wenn da nur 30er Ton ist und ich fahre auch nur 31, dann hat er... Oh, oh! Und dann immer so... Oh, scheiße, scheiße! Also ich halte mich immer an die Geschwindigkeit. Immer! Ja, genau. Lernen von mir. Das kann man in manchen Autos anstellen. Das ist ganz toll. Dann kriegt er immer einen Warnton. Wir fahren irgendwie intensiver als sonst. Liegt viel an dem Wetter gerade. Und die Uhrzeit auch. Ja, also ohne... Also das ist natürlich Redux. Und wenn ich jetzt mein Reshade ausmache, sieht es halt so aus. Guck mal. Das ist halt nicht schön, ne? Das ist so matschig einfach. Ich habe Dienstagprüfung, habe Angst. Ach du... Oh. Aber was für eine Prüfung. Quake Rider, du schaffst das. Also du bist gerade du, ne? Ich habe dich sehr ausführlich studiert hier. Als User. Schon seit du mir das erste Mal geschrieben hast. Ich weiß, dass du es schaffst. Und ja, auch von mir viel... Erfolg, Ociano! Erfolg, Ociano! Scheiße. Bin ich da wieder falsch gefahren, ne? Jetzt bin ich echt den Leuten hinterher gefahren. Faktische Fahrprüfung. Ja, easy! Nein, easy, easy! Du kannst das. Sei einfach nicht ich, dann schaffst du das. Dann fällst du auch nicht durch. Und ganz wichtig, ey, ich meine dich wirklich ernst. Ganz wichtig, ne? Sag am Anfang... Sag am Anfang, wenn du Angst hast, dass du ein bisschen nervös bist. Erstmal, dir wird das helfen. 100%. Ich mirrore das so viel. Also, allein das zu sagen hilft immer. Und es ist immer gut, wenn man wirklich weiß, okay, mein Gegenüber weiß, dass eventuell wieder ein bisschen Rücksicht drauf genommen wird. Selbst wenn die keine Rücksicht nehmen, allein, dass du dir das denkst, hilft. Wirklich. Wie sollte er Angst vor dir haben? Ja, genau. Das, was Lady Bowser sagt, auf jeden Fall. 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 wirklich eilig. Popo! Ja, das hatte tatsächlich der Tote mir schon empfohlen, aber ne, im Moment ist das ein Zeitproblem. Alle Zeit, die man hat, macht man hier das Entrümpeln und Sortieren und sowas, alles neu sortieren und einpacken und blabla. Aber ich pack das ist immer frei. Ja, ich pack echt immer auf den gleichen, ne? So, jetzt ist fertig hier mit Musik. Mit Musik. Handy wegpacken. Ich hab's heute irgendwie mit dem Hals, ich hab beim Schlafen gehen eine Vanille-Sojamilch getrunken und ich hab das Gefühl, seitdem ist mein Hals voll matschig. Ich hab bei meiner Prüfung Punkte abgezogen bekommen, weil ein anderes Auto im Kreisverkehr stand und ich war noch... Hä? 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 Was? Okay, versteh ich aber auch nicht. Ja? Wie in der Pierropi die wir da? Ja, ne? Bin ich bis Officer 3 oder so? Dann geh ich halt wirklich eher in den Norden mit ihr, ne? Warte, ich ertrag das hier lange nicht mehr. Das geht echt nicht. So. Machen wir gleich mal heute kurz an, ja? Gucken wir uns doch doch mal an, wie das anzieht. Ariane, dreh dich mal an. Aber ne, ich find das mit dem kurzen Arm irgendwie nie so schön. Das find ich schön. Das muss Ariane bestimmt anziehen, ne? Leute, haben wir... Ne, heute ist nicht Pidi-Pullover Donnerstag, ne? Irgendwann versuchen wir es nochmal und weiter, weil es suspendiert uns. Ich sag's euch für ein paar Tage, weil wir es wieder versucht haben. Aber ich will irgendwie auch nicht aufgeben, ne? Das ist halt super wichtig. Wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm... Die für noch... Und da... Ich weiß, ich sag's immer an der Stelle, aber es ist, äh... Find ich nicht gut, dass Ariane ne Waffe trägt. Find ich einfach immer noch nicht in Ordnung. Ich glaub nicht, dass das so gut ist. Oh, schön. Ach ja. Hä? War die gerade auch schon da? Das sah jetzt gerade aus, als wäre die aufgeploppt. Bin ich jetzt bescheuert? Keine Ahnung. Äh, ne, warte. Ja. Ich seh schon, Ariane Band 3 auf den Cover im Pidi-Pullover. Ne, 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 ne. Ich hoffe auf Band 3, ne? Irgendwann am 24. Mai kommt Ariane Band 2, ne? Da können wir nochmal die Mods, den Command nochmal posten. Und, ähm, ja. Wird cool, ne? So mit Brille oder ohne. 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 Ist so ein Fensterglas. Hier haben wir mit Fixer an Staffel 1 bis 3 und 4 und 5 hat Disney Plus. Ah, gut, wir haben beides. Aber ich kann's wirklich nicht gucken. Ist das lustig? Ist das so wie Dingens? Ich mochte Dingens hier. Äh, wie hieß das nochmal? Nicht Police Academy, das mochte ich auch. Ähm, wie hieß das denn nochmal? Äh, 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 äh, wie, oh, ja, shit. Jetzt lass mich dran erinnern, das muss ich natürlich hier stehen bleiben. Brookding 99, ja, das mochte ich. Das war, das war genau meins. Und ich find, äh, das hab ich mehr mit dem PD hier verbunden als, äh, ne? Ja. Gut. Bitte, bitte jetzt mal. PD 19, Funkcheck. Check. Check. Hallo. Hallöchen. Check. Ey. Ey. Wieso? Ey. Nein. Warum? Ich will auch. Ich fahr mit dem Buggy. Mann. Check. Ich fahr mich einfach auch da rein. Hä petition. Mhm. 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 Nein. Nein. Das, ja. Hast du was gesagt? Okay. Ja, klar. Ich wollte was zwei Minuten rufen. 4 0 5 10 20 MAPD 4 0 5 löst sich auf. Check. Wohnt man das ins Auto, oder? Miss Barnes? Frau Kater? Wohnt sie ihm zufällig etwas nervös? Ich bin immer nervös, wenn sie neben mir stehen. Check. Ja, tatsächlich. Wieso hast du den Pullover an? Ich hatte einfach Bock auf den. Ich muss den mal ausziehen. Warte, 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 warte. Ich muss dir was zeigen. Du bist 2 MPH zu schnell gefahren. Oh, scheiße. Warte mal, die waren wirklich hinter mir. Ja, wir waren wirklich hinter dir. Oh Gott, bin ich jetzt verhaftet? Oh Gott. Willst du wohl gerne? Alles gut, ich ergebe mich. Sie können machen mit mir, was sie wollen. Nach dem Workall. Nach dem Workall. Ja, gut. Ja, ich erwarte es unfreudig. Mhm. Mhm. Das ist wohl schon hoch gewesen. Oh, schön. Steht Ihnen gut, der Pullover? Dankeschön. Der sieht fantastisch aus. Ich finde ihn toll. Ja, ich auch. Wobei auch der Einsatz, der Einsatzpoli eigentlich mal ganz cool war, wenn wir eine ganze Zeit lang hatten. Oh. Ja, irgendwie wurde das gewechselt. Ich habe mal ganz, ganz dunklen gesehen. Der sah nice aus. Mhm. Also, ich stelle mich immer noch. Ich stelle mich immer noch ein bisschen mit einem dritten Rund. Oh, hallo. guten guten abend ja hatten mir viele spanner jetzt gesagt so viele spanner sagen sie das ist nur gute nacht oder auch guten abend warum reden sie nicht so wie man hier mit die spanne verarscht er ist echt unfair okay ich wollte die sterne habe ich gut reicht an der stelle sind alle ihre einheiten die leitstelle sind alle unsere einheiten hier positiv dann willkommen zum walker am 14 fünften wir können heute pünktlich anfangen das freut uns alle wie geht es ihnen denn sehr gut super super richtig toller abend ich hoffe sie hatten gestern spaß um mit mr grittier zu ärgern ich meine auch selbstverständlich glückwunsch noch mal sargent glückwunsch ich danke kurz zurück zum eigentlichen thema wir haben tatsächlich heute nicht viel von den operations nur drei dinge erstens einige von ihnen haben wir schon eine sms erhalten morgen um 20 uhr findet eine feier bei der wurstpumpe statt aufgrund des dreijährigen bestehenden chief of police und dessen beförderung zum commissioner des fib von daher erscheinen sie gerne zahlreich entweder privat oder auch im dienst und wir feiern den schief und zwar würde es mich freuen tschuldigung es würde mich freuen denn das ist der tag des chiefs ja und ich denke ist ich fände es schön wenn leute vielleicht die eine weile schon hier sind oder einfach auch irgendwie etwas zu sagen sagen möchten zu dem chief wäre ich sehr verbunden wenn sie da einfach auch das wort ergreifen ja wir haben da ein mikro auch einmal kurz 30 sekunden was nettes sagen und einfach ich möchte dass der chief gerührt ist zu tränen okay das ist sein tag wir alle müssen da äh bei sein und daran arbeiten dass das auch sein ich habe kurz auf linken gesehen wäre beinahe was wieder passiert also wenn jemand was sagen möchte einfach paar worte einfach dann morgen ab 20 uhr auf der bühne und so weiter dankeschön okay mach 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 ja ich glaube wir müssen uns auf der bühne weil es peinlich ist okay wie sich einige vielleicht schon am schwarzen brett gelesen haben sucht die mpu wieder neue mitglieder es gibt an schwarzem brett dementsprechend eine tabelle dort können sie sich eintragen wenn sie interesse daran haben es wird dann jemand auf sie zukommen seitens der mpu das wird entweder der herr graf der herr brand oder kommander miller sein und wird mit ihm das weitere vorgehen besprechen und die mpu freut sich immer über neue mitglieder und wurzführerschein ist nicht zwingend voraussetzung ist allerdings natürlich von vorteil genau das letzte thema was wir noch haben wir wollen noch mal daran erinnern sondersignale sind kein freifahrtschein wenn sie eine 1060 fahren da sind ihre sondersignale dafür gedacht dass sie andere verkehrsteilnehmer warnen dass sie mit vermutlich überhöhter geschwindigkeit jemanden hinterher fahren das heißt aber nicht dass sie sich nicht mehr an irgendwelche verkehrsregeln halten müssen und wie irre durch die stadt fahren können sie haben immer noch ein gewisses vorbilds verhalten an den tag zu legen und müssen immer noch auf andere verkehrsteilnehmer achten sondersignale sind kein freifahrtschein sind nur dafür gedacht andere zu warnen sie können sowohl sich als auch zivilisten damit in lebensgefahr bringen wenn sie nicht trotzdem auf ihr fahrverhalten achten denken sie daran bitte okay aber ariane kennt von weiter weiß halt nur so und zwar das swat sucht tatsächlich aktuell wieder officer für die taktischen officer das heißt dass sie praktisch eine zwischenstufe zwischen dem swat und dem normalen officer darstellen werden kriterien sind mindestens officer 2 und die ersten trainings werden tendenziell stattfinden sobald die sms am barbara zeigen ach shit das habe ich jetzt natürlich alles vergessen das mache ich auf jeden fall in der aufnahme noch machen sie sich erstmal gedanken liebe leute erinnert mich später mal daran es passt nicht passt wie auch immer sms am barbara zeigen haben sie das schwarze brett an entsprechend im auge okay dann hat die operations des bcso heute was negativ ist alles klar commande anodo hat die ausbildung heute was nein hat die ausbildung des bcso was negativ alles klar haben unsere detectives was ja beziehungsweise respektive die csi diese möchte sich selbstverständlich dem stellen gesuchen und aufrufen ebenfalls anschließen das heißt wenn sie interesse haben auch an der crime team investigation und forensik mitwirken zu wollen wenn sie jederzeit auf ein csi mitglied oder mich beziehungsweise st 93 williams zukommen als deren vorgesetzte sie müssen eigentlich mindestens officer 3 sein besonders guter eignung und engagement sind ausnahmen bei officer 2 möglich mit entsprechenden freigaben vielen dank okay captain koskele hat die administration was wir werden heute nichts alles klar gut dann die frage in die runde hat irgendwer noch anmerkungen fragen oder ähnliches für die roll call ja christopher dieks hat ja ja was after hours hat sich vorhin bei der infortline bedankt für die präsenz die wo wir dort vor ort zeigen hat ziemlich gut geholfen wie es aussieht hat angerufen hat gesagt ja danke dass wir das gemacht haben genau sonst noch jemand ja ist die 20 allerdings müsste ich das noch einmal abklären auf dem schwarzen brett beim pd genauso wie beim bcso unter allgemeinen informationen habe ich es auch reingeschrieben und zwar am 21 5 wird uns der geschätzte kollege es die 56 wie zurek verlassen also wird nach hause fliegen ich werde das noch einmal abklären mit dem pd genauso wie mit dem bcso mit der führung und wenn das klappt dann würde ich mich natürlich freuen wenn ja die kollegen zeilreich erscheinen am flughafen um den kollegen zu verabschieden das wär's alles klar sonst noch jemand was nur eine kurze frage wird der roll call morgen verschoben wegen 20 uhr ja machen wir mal auf 19 30 an würde ich sagen das ist ja dann im norden wenn sie knapp werden naja wenn wir mit allen fahrzeugen da sind sollte es hinhauen ansonsten haben sie den punkt im ohr entsprechend werden wir da tendenziell auch ein bisschen früher ein bisschen früher anfangen also frage wurde darauf geantwortet hier hinten kam nichts an also tendenziell 1930 ansonsten kann es auch sein dass es 1915 wird also so mit in dem schnitt zwischen 1915 und 1930 bezüglich des wolkhofs haben sie das hinten verstanden detektive dupont ja vielen dank okay ich frage noch gerne hat noch jemand was das werde ich mal als nein okay dann vielleicht stellen aufgrund eben die aussage von händis denken sie daran unsere streifen regelmäßig zum community policing zu schicken wir sehen halt am beispiel oft daraus dass das sehr gut funktioniert wenn wir präsenz zeigen die leute sicherlich darauf fügen sie uns ab und auch in auch informationen geben davon ab lassen sie sich einteilen und was du ariane da übersteht bis dann jo jo ari barri was machen sie an Herr Pieps hallo wie geht's super super schau mal auf die brust hier auf die was die brust ich freue mich für dich das war ja wirklich bei dir quasi nur wirklich eine frage der zeit ne also ich hab mir nie gedacht gemacht dass du irgendwie nicht durchkommst ja aber ich muss ehrlich sagen das war jetzt gar nicht so die beste prüfung die ich hätte ablegen können ich hatte noch ein paar fehler drinnen muss ich sagen aber glück gehabt ich kann mir bei dir gar nicht vorstellen doch leider schon ich bin auch noch ein mensch ja ey ich sag's dir ich sehe ihn schon da drinnen ja sound of the police durchgehend durch die straße ja ich sag's dir ich hab das einmal gemacht du kommst mit so vielen leuten im gespräch wirklich ja was muss man echt mal machen so linken streifen rein und dann gehen ja auf jeden Fall müssen wir uns mal für irgendeinen Mittag oder so verabreden und dann Einzelstreifen also zwei definitiv definitiv das ist super was zwei Einzelstreifen zweimal linken und dann weil es ja eine Doppelstreifen und dann so und einfach durch die Stadt fahren ey die Dinger können bis zu 50 Meilen fahren gell 50? ich hab's nicht ich hab's nicht schneller als 36 geschafft damit ja ja ich hab schon vom Hafen Richtung La Mesa Tankstelle 50 Meilen geschafft irgendwann okay das ist krass das hab ich nicht geschafft aber ich hatte echt Angst mit so nem Rad da vorne nur ja vor allem in den Kurven ist ja auch nochmal ganz interessant ja so ein cooles Teil ein cooles Teil ey musst du mal unten schwarzes Brett lesen ja ja das war so schwarze ich soll das schwarze Brett lesen mhm 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 ich muss noch gleich das schwarze Brett lesen ach so ja ja ich glaub das wär so ne legendäre Streife ey wirklich das finde ich ich find das voll gut gibt es eigentlich einen PD in das du unbedingt rein wollen würdest jetzt von den neuen ähm ja ich hab tatsächlich ähm Wunschvorgabe hier erstmal Emma PD Davies PD halt hab ich mir gedacht oh krass ja ja und bei dir oh der Pierrot war so klar so wie du letztens darüber geschwärmt hast das war so klar ja das ist so schön da ja da muss man aber diese eins äh da muss man das aber vor dem 22. machen das weißt du oder wieso vor dem 22. ja 22. werden die die Partners aufgeteilt aufgeteilt ich muss eh nochmal mit jemanden reden unbedingt und äh ach 22. ist das ja ich sag scheiße war das diesen Monat ich bin so oft nicht da ja naja naja du hast mich letztens angerufen ja ja aber ich weiß gar nicht mehr warum du bist bestimmt vor lange her oder ja 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 denk schon ja warte mal du hast gesagt du musst mit jemanden reden meinst du jetzt mit Skinner äh ne ne mit äh ja da hat sich auch nochmal neues aufgetan aber da weißt du jetzt schief Bescheid ne äh mit der Frau Kata warte mal ich hab grad eine SMS bekommen okay das jetzt den äh da rede ich gleich nochmal von der Freundin von mir Barbara ähm ja ach so grüße warte 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 kann man eigentlich auch Dreierstreifen machen ja oder an sich ja ja aber falls du jetzt gleich rausfallen willst ich geh gleich äh außer links ach so okay ja dann hat sich das ja nicht ja sorry oh man schade ja von wann bist du denn so immer da eigentlich immer also wenn ich da bin immer so ab 17 18 Uhr eigentlich so und und bis wann spätestens nein da ist eigentlich Oponent also okay ja dann wollte ich Bescheid ab 17 18 Uhr ja dann hoffe ich bald mal wieder auf den gemeinsamen Streifen vielleicht mit einem Rekruten zusammen und dann lerne ich heimlich vielleicht auch noch was um ein paar Lippen aufzufüllen wir waren den Rekruten dann fertig so ein Ding ist das okay ich geh mal kurz nach dem schwarzen Brett dann nochmal die ist mach das dann hören wir uns ja ja adios adios liebe ich liebe Dix mit Ariane zusammen es sei denn einfach sie hat dann auch so einen durchsichtigen Bob daneben und dann dieses Ding I will remember you ja so jetzt aber so jetzt aber so das habe ich jetzt abgeschrieben im Allgemeinen wurde das geschrieben hm 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 ja okay dann ist da ja jetzt nichts groß Neues regulär ist doch immer so viel Neues da gewesen und jetzt halt überhaupt gar nicht oder sind das ja einfach Sachen die generell oben stehen ne denn Guideline für Hausdurchsuchungen kann ich kaum lesen oh nein oh 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 ok oh 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 Ich habe hier recht, der Watter ist weg. Puh, schau du. Ich lasse mal, dass ich halt durchdrucken kann. Die Kontaktierung zu den Beisätzen sind benötigt. Die Zeitansatz für die Durchsuchung 20 bis 30 Minuten bei mehreren Wohnungen. Durchsuchungen werden durch Detectives und Co. sofort durchgeführt. Einsatzleitung hat die Operation. PD-Leitstelle, Überfall in der Stadt. Ja, check. Trennung PD-70 für die PD-Leitstelle, komm. Behört sie, komm. Haben wir den Dispatch-Anzahn, komm. Sind sie denn plötzlich, komm. Ja, check. PD-70, sie bekommen noch Unterstützung, komm. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwie... Das ist auch so doof, ne? PD-Leitstelle Ende. Oh, hier möchte ich Sie darüber informieren, dass unsere ehemalige Kollegin Clara Josephine Robbins, ehemals PD29, heute verstorben, ist wohl im Frieden. Sollen Sie Gesprächsbedarf haben, können Sie jederzeit zu uns kommen. Oh. Waren Sie auf das Internet gelesen? Boah, vier Taser wieder, ey, das ist... Boah. Was? Das haben wir nicht gelesen. Was, hä? Also Ariane hat gute Augen. Wie geht das denn mit dem Sehtest? Weil Ariane, ich will nicht, dass... Die hat gute Augen. Wenn, dann wird die eine Dingens tragen. Also Kontakten... Ja, selbst will ich eintragen. Weil ich will nicht, dass auf einmal gesagt wird, die braucht eine Brille. So, hä? Das ist ja... PD-91 löst sich von der 531 und meldet sich ab. Ah, hier ist das. 21, 20, Binko-West-Putschi, zwei, drei, vier Leute, läufig, fußläufig, flüchtig, zwei Stück in Richtung West-Putschi-Kanäle, hinter dem Binko-West-Putschi. Die Worten waren ja auch in der LTV. Ach, diese ganzen Sachen hier, ich kann das einfach immer noch nicht. Mal in Erinnerung von der PD-Leitstelle, wir haben aktuell nur gerade zwei Streifen, aktive Streifen. Bitte lassen Sie sich einteilen, sofern Sie nichts Wichtiges im Innendienst zu tun haben. PD-Leitstelle Ende. 415, wie geht es nicht? 415-Hört, sind in den West-Putschi-Kanälen, zwei TVs in den West-Putschi-Kanälen direkt drin, sind unter Wasser und tauchen. Was? Ja, die zwei Personen, die noch vor Ort sind, waren ja auch im Laden drin oder muss jetzt gesehen kommen? Oh, da muss ich echt sagen, gar keinen Bock auf PD-Kram, weil desto weniger spielst, desto mehr vergesse ich, aber ich muss gerade den Kopf woanders haben. Ich weiß, ich sage das schon seit zwei Monaten oder so, aber es ist halt einfach so. Wie bei Ihnen vor Ort auch im Laden drin oder nicht? Komm. So. So. Mach da einer die Tür auf, dann können wir hier alle durchgehen. Was, 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 was? Was, 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 was? Ignorieren. Kann ich bei Ihnen nicht fahren? Passt auf euch auf! Nehmen Sie hier die 432. Ich bin ein Recruiter. Oh nein! Wir sind verloren! West-Putschi, äh, war der letzte Standpunkt? T41340 West-Putschi-Kanäle. Okay. Äh, hallo, ich bin Ari. Äh, äh, ich bin, äh, äh, PD444. Äh, ich bin PD19. Es war West-Putschi-Kanäle, ne? Ja, richtig. Oh. Okay. Äh. Gut, keine Panik. Wir schaffen das. Ja, wir kriegen das hin. So, äh. Hierbei zu aktiv Richtung das Budget-Kanäle. Super, dankeschön. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz mit meinem Kopf erstmal klarkommen. Wow. Wir kriegen das hin. Sie sind richtig gut. Ah, die sollte ich nicht sagen. Ja, check mich mal. So. Können Sie bei den Kreuzungen vielleicht diesen dritten Knopf, der da ist, drücken? Ja. Ja. Das wäre perfekt, immer so, wenn wir bei Kreuzungen sind. Perfekt. Hier fährt 3, 10, 20, West-Putschi-Kanäle. Das ist so. Wo brauchen Sie Unterstützung? Ja, soweit wir sind nur noch reingeworfen. Wir müssen bloß uns belegen. Direkt ab, die West-Putschi-Kanäle. Ja, da sehen Sie, da sind alle Kollegen. Okay, okay. Wir sind hier im Abstellen. Moment, Moment. Da vorne ist schon abgeschwert. Okay. Okay. 4, 1, 13, 40, West-Putschi-Kanäle. 4, 3, 2, 10, 20, West-Putschi-Kanäle. Okay. Nein, West-Putschi-Kanäle. Und jetzt? Ziehen Sie noch die West an? Ja. Wir sind hier hoch, wir ran? Ja. Hier hinter, genau. Okay. Cool. Legen Sie wieder mobil zurück zum Auto? Okay. Frage in dem Punkt, was ist jetzt Sache hier bei der 1099? Weil hier alle chaotisch rumfahren, niemand weiß, was los ist. Leute, es war eine 1099, bitte einmal durchgeben, wo die 1099 ist. Wo ist die 1099? 02, wo ist die Standort in West-Putschi-Kanäle? Und jetzt? Die 1099 war hinterm West-Putschi-Binko, hinter dem Gebäude in den Kanäle. Direkt am Busch. Direkt am Busch. Direkt am Busch. Am Busch. Hinterm Binko im Endeffekt nach unten gehen. Nordwestlich am Wasser direkt. Okay, dann können wir ja eigentlich wieder raus, oder? Beziehungsweise südöstlichste Ecke der Kanäle. Ja, korrekt. Moment, Moment. Hier, stopp, stopp, stopp. Wurde angeschossen oder verletzt, was ist passiert? Kommen. Hier einmal mitkommen. Hier einmal mit runter kommen, die Treppen runter. 0,2, für 60. Soll ich sehen, dass jemand in den Nahbereich fahren und gehen, wenn der Kollege nicht versorgt wird? Kommen. Wir hören wir hier ab. Information in den Funk, MD ist da. Ich glaube, wir gehen mal nach vorne und schauen uns mal die Kanäle an. Frage der O1 hier haben wir in der TV-Beschreibung. Ähm, da ist ein ganz vieler Kollege, dann gehen wir mal hier lang, oder? Ja, ja. Bis jetzt so negativ, wie ich hier vor Ort erfahren habe. CD 31 für 82 kommen. 30 kommen. Wenn Sie das MD da oben sehen, die Ambulanz, gucken Sie es mal rund, wenn die Kanäle unten zu den Wohnungen. Hard-Check schon, danke. Sekunde. Mhm. Hat nämlich immer ein bisschen bammelt, dass Leute oben auf die Dächer dann klettern und sich irgendwie da verstecken. Ja. Ja. In Frage der 443 gibt es sprachliche Auffälligkeiten oder ähnliches, weil die gerade ein grüner Wagen, die Westputsch die Kanäle verlassen hat und uns beleidigt hat. Kommen. In grüner Wagen? Klang nach South. Mhm. Okay, und dann beleidigt hat. Mhm. Okay, beim Westerwasser ist das immer ein bisschen schwierig. Da achte ich dann jetzt auch noch einfach drauf, ob da irgendwie ein paar Bluberbläschen kommen. Okay. Frage der 443 gibt es aktuell eingestellten TV, da das Fahrzeug hier seine Runden dreht. Ja, in Klärung kurz sein Ball. In Klärung. Okay, ich glaube hier an sich wird keiner sein. Dann können wir ja von der anderen Seite aus wieder zu den Kollegen gehen. Ja. Ja. Ja, aktuelle Täterbeschreibung für die Nahbereichsfahnden 1099. Dunkles Oberteil, hellere Hose, keine Maskierung im Gesicht, kein Akzent erkannt. Weitere Informationen folgen. Dunkle Hose, helles Oberteil? Ja, das sind die besten Beschreibungen, jedes Mal. Ja? Kein Akzent. Mhm. Ja, bei sowas ist immer ganz gut die Frisur, weil so schnell kann man ja auch nicht zum Friseur gehen, ne? Das dauert ja auch immer eine Weile. Ja, es kommt immer drauf an, wer die Täterbeschreibung abgibt. Frauen gehen da meistens mehr ins Detail. Die sagen dann ein Bordeaux-Rotes Oberteil. Ah, ja, das stimmt. Da haben sie recht. Ja, es war dunkel, hell. Ja, das ist mit den Farben sowieso, genauso wie alles immer pink ist. Die Streife von PD19 für PD82, komm. Äh, Streife von PD19 hört. Sie übernehmen die Nahbereichsfahndung in den Kanälen, fahren sie die Kanäle auf und ab und suchen sie durch eine Person mit einem dunklen Oberteil, hellere Hose, keine Gesichtsmaskierung, keine Hautfarbe bekannt. Komm. Hat die PD19 so mit? Sind unterwegs. Okay, dann besetzen wir wieder. Die PD70 von PD82, komm. Okay. Was ist der aktuelle Auftrag? Wir haben auch eine Granada-Bereichsfahndung, um den Bessicucci beim Kommunal. Ja, check. Äh, Trennung, sie übernehmen außerdem jetzt abbrechend die Sicherung des Bingo Bessicucci, wo der Überfall stattgefunden hat. Ja, check. Wir sind schnell die Westen. Wir sind schnell die Westen. Was ging denn so schnell? Was haben wir denn? Die 432. 443, sie übernehmen den nördlichen Bereich Richtung West-Pudschi PD, ehemaliges, und Bingo-West-Pudschi-PD, dort die Nahbereichsfahndung einleitend, komm. Wir sind dann die PD44? Ja, richtig. Und wir sind die PD19, ja? Genau, genau. Okay. Ich versuche, mein Board kommt wieder einzutragen. Ich bin aber eigentlich schon außer Dienst eingetragen. Ach du Scheiße, oh Gott, es tut mir leid. Ich hatte zum Glück noch alles bei mir, deswegen war das kein Problem. Okay, okay. So, nein, dann schauen wir jetzt mal hier so ein bisschen. Die ganzen Ecken. Aber sagen Sie, wenn Sie außer Dienst müssen. 518, aktiv, Nahbereichsfahndung, Kanäle. Sehen wir, dass ich da bleibe ich da. Ich hoffe, dem Kollegen ist nichts allzu Schlimmes passiert. Ah, da sind sie. Okay, ich gehe einmal rein. Ich warte schon auf den bösen Anruf, dass ich außer Dienst da drin stehe. Ach, ich glaube nicht, dass da jemand wirklich dann böse anruft. Ich hätte andersrum reinfallen müssen, übrigens. Ich muss das auch noch leeren. Ich bin jetzt erst mal kurz in Officer 1. Ach so, dein Glückwunsch. Dankeschön. Ja. 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 Auffällige Gesichtswertus. Ja. Das ist gut, damit kann man arbeiten, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ohne die Hoffnung komplett zu verlieren, aber ich glaube, die sind schon immer eingefallen. Was war denn der Grund, warum der Kollege niedergeschlagen wurde? Das O-Leichtstelle hackt hier ein, da war ein Wohnungsüberfall. Wahrscheinlich wurde der Kollege dann von diesem Fall auch verletzt. Checkt für unsere Legende. Jetzt sind wir uns sicher, dass es sich ein Wohnungseinbruch handelt. War es ja da der Bingoüberfall, da die auch aus dem Mikro ausgerastet sind gekommen? Ja, Bingoüberfall. Komm! Wieso ist denn da eine 10.90? Wer dreht denn da so durch, meine Güte? Die Ton hat sich beendet, habe ich gesprochen. Miss Hope, hallo, PD44-Persel hier. Ich wollte Ihnen nur kurz Bescheid geben. Nicht, dass Sie sich wundern, ich stehe zwar im Außerdienst drin, aber ich war tatsächlich Außerdienst und bin jetzt noch zum 10.99 mitgefahren. Ich möchte nur, dass Sie sich als Leitsteller jetzt nicht wundern, dass ich da Außerdienst im Streifenplatz stehe. Okay, bitte. SDR 81, wir sind im Schwungkreis an. Ist die 10.99 Code 4 oder wie sieht die Situation aus? 10.99 ist Code 4, mehrere Streifen in den Nahbereichsfahndung kommen. Check, SCE nach durch Ende. 1,2,1. 4,5,5,3,4. PD16 für die PD22 kommen. PD16 für die PD22 kommen. 4,5,4,4,6,4. rechtlich vom binko können wir zwei nordstreifen abziehen und den norden wieder bestreifen kommen ja positiv streifen in das auf ich meinte es hieß von den kollegen dass die insassen des grünen fahrzeugs zu klagen als wären sie aus der sauf dann wäre es ja naheliegend dass man da streifen hinschickt ja ich würde aber jetzt erst mal nicht rein ja ich würde prinzipiell glaube ich niemanden irgendwas sagen ich bin erst seit einer woche hier das wäre für mich glaube ich habe danach eine besprechung aber eigentlich muss ich sagen bereich nicht war eine situation wo in meinen augen nämlich menschen neben gefährdet war jemand sehr labil war und da wurde rumgeschrieben da bin ich dann doch dazwischen das ist mit dem auto hier vorne aber das ist grün fangen sie mal ein bisschen weiter vor damit wir durch die frontscheibe reingucken können sie von nicht immer in einem fantastischen drehmanöver ich bin richtig gut im fahren wie sie sehen also sie machen das ist besser als ich das werde ich dann jetzt gleich auch noch mal sagen dass ich das gemacht habe ich habe das fahrzeug schlimmer tischiert ja ich bin ja auch doof der ist ja gar kein ding jetzt freude ja berichten sie dann nur positiv von mir ich habe nichts gesehen das machen so ja ich bin ein bisschen tollpatsch ich immer so die 90 42 kommen sie mal hier nach unten wieder zum tatort ich dachte schon wenn sie da was erkennen und manche ja geht c ich steige mal aus ja ok äh passen wir mal auf die person angetroffen kommen Ja, schick's gut. ECQ9U Ja. Ja. Gut, so ist es übrig. Schnaubergrechtshandlung abverlegt. Zurück zum MRPD. Jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. 04 zur Information, das ist nicht der Täter des Zusammenschlagens, aber es ist auf jeden Fall einer im Dingo gewesen. Ja, check. Dann würden wir ihn wieder übergeben. Zugegessen auf Shorty K. Kramer. Ist das nicht... Kramer? Haben wir nicht einen Kollegen? Ja, ich überlege gerade, wie er... Ich weiß aber nicht, wie er mit Vornamen heißt. Oh, scheiße. Ja, gut, dann muss ich mal ein Gespräch da führen. Perfekt. Äh, gut, ich denke, das ist nicht unser Auto. 403 aktiv. Ne, ich glaube auch nicht. Ach, manche möchte jemand einfach nur sterben. So. Dann würde ich sagen, fahren wir trotzdem nochmal hier vorne hoch. Ich glaube nicht, dass das hier noch was fährt. Ich glaube auch nicht. Jetzt geht 307. Check. Check. Jetzt nochmal hier, mal nach links und nach rechts zurück. Ja, rechts ist clear. 443. Ich sehe aber... Ich sehe hier aber auch... Standort 438 nördlich des Binkos anfahren, unten in den Vespucci Kanälen. Check hat die 443 somit und fährt Standort der 438 an. Komm. Ende. So, hier ist nämlich noch ein Parkhaus. Da können wir gleich nochmal schauen. Ja. Also nicht ein Parkhaus, aber... 518 für die 280 kommen. 518 hört sie kommen. Sie sind noch im Nahbereich. Ja, aber... Hier ist ein grünes. Aber das war glaube ich... Ja, korrekt noch. Da fahren Sie die Anmarktstreifen wegen auf der Brücke an der Innenseite der Vespucci Kanäle an. Suchen Sie dort im Nahbereich in den Gebrüchen noch weitere Personen. Wir haben hier gerade eine Person noch angetroffen kommen. Oh, in den Gebrüchen? Ja, Check. 518. Ja, drei. Hände. 284, 04. Third. Hauen Sie uns hier noch? Komm. Negativ. Kann abdrücken. Komm. Check. 014 fährt wieder ins MRPD. 04 noch. Frage, welche weiteren Streifen befinden sich noch im Nahbereich? 432, komm. Check. 432. Fahren Sie ebenfalls den Standort der 438 in den Vespucci Kanälen an und bilden Sie sich bei mir. Check, komm. Hände. Können Sie einmal über das Livetrain gucken, wo die 438 ist? Ja. Hm. 438 müsste ich hier sein. Okay, perfekt. Dankeschön. Dann parken wir gleich wieder an der gleichen Stelle, oder können wir das auch... Hm. Hm. Die 90 für 82 kommen. 94 hört, komm. Wo ist der TV, komm? Ähm, im Fahrzeug 415, komm. Ja, Check, Ende. Ist es nicht die 438? Hm. Ne, wir sollen auch irgendjemanden hier beschützen. Wir wissen aber nicht, wo er ist. E11 für 518, komm. Sollen Sie die 438 beschützen? Hört. Ich glaube ja. Okay. Wir auch. Ne, Anmacht. Oh. Wir müssen in der Anmacht. Wir müssen in der Anmacht. Sollen Sie die 438 beschützen? Das, äh... Ja, ich kontaktiere Sie bei Draht. Ich komme noch mal über das Wechsel. Ja, schauen Sie noch hin. Hat der Draht gesagt, oder was? Ja, ey. Das waren auch seine letzten Tage jetzt in dem Department. 539 Kronos. Geben Sie mir kurz ein Moment, ich gucke, ob das so stimmt. Ja, das war doch gerade. Ja, die drei Personen, die vorne am linken waren, sind gerade wieder hochgekommen. Ja, genau. Oben am Laden ist das jetzt. 403 Kronos. 403 fahren Sie das ankommen. Check. 403. 20. Westpucci Bingo. Ich finde, irgendwie kommt natürlich eine Leute. Oh, das liegt wahrscheinlich an mir. Ja, ich glaube, das war, weil alle Kollegen aus dem Rollcall quasi so unsamt rausgerissen wurden, die sich nicht mal sortieren konnten. Nein, wir wurden ganz angewohnt. Herzlich kommen. Ah, ne, jetzt wollen wir doch nicht. 432. Doch, wurden wir. Herzlich kommen. Ja, jetzt. Herzlich kommen. Ich brauche Sie hinter dem Bingo auf der nördlichen Seite, unten an der Straße, die runterführt, in die Kadele kommen. Ja, da sind wir doch jetzt, ne? Check, wir präsentieren. Check. Check. Hinter dem Bingo auf der nördlichen Seite, das heißt jetzt einmal hoch, äh, unter Dillis. Und, also quasi, Sie drehen einmal. Mhm. Entschuldigung, ich drehen durch den Bingo an. Alles gut. Äh, hier das Dillis, das ist jetzt die nördliche Seite vom Bingo. Ähm, und das heißt, wir müssen jetzt hier gleich einmal sperren. Ähm, aber die Fahrtrichtung zu den Kollegen wahrscheinlich eher. Das heißt, wir geben sich einmal auf die andere. 415. 1 TF. Immer für die. Genau. Meinen die hier jetzt sperren? Check. Ich hätte das jetzt, äh, so verstanden. 5-3-1, wieder aktiv. Ich meine, das würde Sinn machen. Ja. Check. Funke ich jetzt 432 auf Position, oder? Ja. Kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht beantworten. Ich hatte noch nie so eine Situation, ja? Okay. Äh, dann 432 auf Position. Oder hast du die Position schon nicht gehört? Das. Jetzt verschieben wir es darauf, dass ich erste Woche hier bin. Aber Sie haben schon Vorerfahrung, oder? Nein, gar nicht. Nein? Oh mein Gott, da sind Sie auf jeden Fall wieder. Wenn ich den Punkt richtig gehört habe, hat glaube ich Ernaudo gemeint, dass ihr da runter sollt. Darunter? Darunter? Ja, Herr Stirling sagt es Ihnen schon. Hinter mir die Straße rein, unten runter in den Kanälen steht eine andere Einheit, die gibt Ihnen den Instruktionen, okay? Aus der Straße, dass der gerade gekommen ist, da runter. Und dann links. Okay. Das einmal hinter uns. Wir müssen jetzt einmal hängen. Kommen Sie, ich fahre Sie hin. Kommen Sie, folgen Sie mir einfach. Ich bin Maxima 432. Ja, einfach links rein. 332 für BD92, komm. BD92 beendet, die Funkspruch. Okay. Das machen wir nicht. Gut. Dann. So, hallo zusammen. 415, 1030. Hallo. Also unser Auftrag ist, dass wir einmal hier über die gesamte Bandbreite abschauen, ob sich noch irgendjemand in den Büschen versteckt. Das heißt, wir bleiben erst einmal in den Gebieten, die nach außen gewandt sind, nicht über die Kanäle rüber in den Innengebiet. Da sind die Kollegen. Aber ich möchte einmal, dass Sie zwei in diese Richtung abchecken, wirklich auch durch die Büsche durch. Okay. E11 für BD92, komm. Sie haben sich wirklich... Sie haben sich wirklich hier in den Büschen. Ja. Es ist gerade ein Fahrzeug, dass es die Vespucci Kanäle in den östlicher Richtung verlassen hat mit hoher Geschwindigkeit. Da hat gerade eine Streife passiert. Komm. Ja, gesehen. Ignorieren. Komm. Jack hat die BD92 somit und Ende. Frage. Wir bleiben non-detal, oder? Ja. Es ist wahrscheinlich erst einmal eine Ratsamen, dadurch, dass Sie schon Gewalt gegenüber Officern gezeigt haben, wenn eine von Ihnen beiden, in dem Fall am besten Frau Bahns, als Officer letal bleibt und die andere Person non-letal. Okay. Genau. Schauen Sie mal, dass Sie wirklich in diese Richtung bis zum nördlichen Ende die ganzen Büsche durchsuchen, wirklich auch gründlich, zum Teil auch unten auf die Bänke runterspringen. Ja. Kann sein, dass Sie nasse Füße kriegen, aber schauen Sie mal, ob sich da jemand im Gebüsch versteckt. Sollte irgendwas auffällig sein, am besten direkt funken, in Ordnung? Okay. Kriegen wir hin. Perfekt. Dann passt auf euch auf. Und gute Jagd. Dann passt auf dich auf. Ja. Wir geben das Mühe. Wenn wir noch abkehren, sollen wir vielleicht noch irgendeine Frensik nehmen können. Ich bin paranoid. Ich muss Ihnen mal einmal die Spuren geben. Ich verstehe das. Ich füge auch immer 20 Mal, auch bei der Pokerung. Ich bin zu verstanden. Ja. Alle Informationen bezüglich Binko Raubs an die PD70 McKinney. Ja. Das hat mich wirklich auch noch jemand hier. Also äußere Bereiche nicht immer berufen. Ja. Ja. 518. 518. 1099. Schwarze Fahrzeug, hat einen Officer angefahren. Das ist schwarzer Fahrzeug. Fährt aus den Kanälen raus. Welche Seite? Richtung Norden. 1 438 hat sich. Wir fahren Richtung Westen. Wir brauchen das MB. Ich denke, es ist okay, wenn wir das jetzt hier verlassen, ne? Frage, was für Modelle zum Fahrzeug? Ja, es handelt sich um einen schwierigen Schuder, grüner Schuder. Aktuelle Fahrtrichtung La Catrina Richtung Süden. La Catrina Richtung Süden? Ja. Ich habe das bei dem Schuder-Fassen gerade eben noch aufgeschrieben. Ähm, stopp. 55, das ist Mr. Crest. Jordan Crest. Jordan Crest? Das ist La Catrina, das ist La Catrina. Ja, trotzdem nicht stopp. Den nehmen wir trotzdem jetzt bitte fest. 75, brennen Sie Ihre Maßnahme am Binko, Ihre Streife hier dran. Wir fahren Richtung Binko gerade wieder zu, vom La Frada auf. Binko wieder zu, also dahin, wo wir hergekommen sind. Leidstöne, schicken Sie alle Leute aus dem Inn, die sofort gehen. Es ist um 10.99 Uhr in Offershop oder angefahren. Ich will jeden Offershop auf der Straße sehen. Ja, check. Trennung. An alle Officer hier im Inn, die sofort bitte die 10.99 Uhr anfahren. Wie die Leitstelle Ende. Wir sind jetzt für Dillys. Wir biegen jetzt Richtung Ingang-Tankstelle ab. Sind Richtung Osten. Sind jetzt Richtung Wiesel News unterwegs. Biegen jetzt nach Norden ab. Sind jetzt am Genkis vorbei. Wieder Richtung Osten. Sind jetzt am Parkhaus vorbei. Weiter in Richtung Osten. Sind gleich Autospeed-Parkplatz. Weiter in Richtung Osten. Richtung Stadtpark. Ich weiß, ich weiß nicht, aber ich fahne hier lang. Sind jetzt gleich auf Höhe der Baustelle. Wir versuchen abzupassen. Find ich gut. Dann jetzt gleich Südseite Stadtpark. Wir biegen jetzt wieder nach Norden ab. Sind Westseite Stadtpark. Oh. Oh. Weiter in Richtung Norden. Dann jetzt wieder Richtung Westen unterwegs. Gleich bei den Unterführungen. Oh. Und die. Sind jetzt Richtung Norden in den Unterführungen unterwegs. Perfekt. Ist er hier durch? Nein. Nein. Weiter, weiter. Wir sind wieder Richtung Westen unterwegs. Sind jetzt Höhe Arcadius Tower. Gut. Scheiße. Ist er gut? Oh Gott. Ja. Ich lasse wieder nach dem Eis ein. Weiter fahren Richtung Süden. Wir fahren jetzt Richtung PDM. Fahrt Richtung Süden. Biegen ab. Fahren wieder Richtung Norden. Ich weiß nicht, dass sie kriegen das wohl. Aber weiter. Ja, ich bin da auch immer ein bisschen. Fahren auf den Arcadius Tower. Wir fahren jetzt wieder Richtung. Weiter in Richtung Norden auf Rockford Plaza. Rockford Plaza? Was? Dann weiter in Richtung Norden sind jetzt gleich Südseite Rockford Plaza. Biegen jetzt Richtung Westen ab. Biegen jetzt wieder nach Ost. Biegen jetzt wieder nach Ost. Biegen jetzt wieder nach Ost. Ah, wir sind gleich wieder Höhe Parkhaus. Moment, Moment, Moment. Ich drehe lieber. Das ist mir gerade schon halt gelacht. Okay. Wir sind gleich wieder am Altar Street Parkplatz. Höhe rotes Parkhaus. Biegen hier links. Wir biegen ins Rote Parkhaus. Auf der anderen Seite zu machen. 434 übernimmt. Ja. Wir sind im Hotten Parkhaus unter der Etage. Okay. Moment, Moment. Ich weiß, das war da vorne. Ja, Nordseite ist du. Versonst flüchtig. 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 Der Beinfahrer ist der Fahrer des Entschulders. Der neue Fahrer des Dukes ist ein unbekannter Dritter. Ah. 27? Aktuell keine Sicht. Nahbereichsordnung ist auch alles einleiten. War es ein dunkelgrüner Entschulder, der erstes. Ne, grau, grau. War das da oder? Positiv. Ah, okay. Der ist bereits bei dem Wagen. Der ist auch angehalten. Zwei Personen sind ausgestiegen. Eine ist in Kastity. Der Fahrer des Entschulders. Okay. Den kommen wir einfach nicht zu flücht. Der graue Dukes ist Richtung Süden flüchtig. Ja, hier. Ein grauer Dukes. Ich gucke, jetzt haben wir dann einen grauen Auto. Ich komme nicht tatsächlich nicht. Ja, wir können auch nicht in die Törste reinfahren. Wir sind ja noch zweit. Ja. Wir sind immer noch im roten Parkhaus unter der Etage. Ja, die brauchen eine Nase. Ja, die haben jetzt. Okay, wir haben jetzt. Das ist der Kollege. Ich dachte, wir fahren immer hinterher. Und dann kommt da eine Bahn. Nein. 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 Wir fahren einmal durch die Törste. Kollege. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Tour der Törste dabei. Ich habe eine Hand auf. Der Johnson-Paste hat hier oben. Hast du mit einer Gang zugehörigen zu kommen? Positiv. Cross-Street, Tom. Ja. Oh Gott, ist das Herr Naudo vor uns? Ich glaube ja. Ich glaube, wir können. Ja, ja. Die Vierter 7 ist und die Vierter 2 fährt einmal durch die Cross-Street zurück. Also nicht in den Van Dammer. Alles gut. Im Groove Street Van Dammer soweit keine Auffälligkeit. Ah, da stehen Personen, ja. Ja. Ja, 4T7S meldet im Groove Street Van Dammer. Aber natürlich soweit nicht das gesuchte Fahrzeug. Check, das verstanden. Also nicht verstehe, weil die Person hatte doch... Nee, die Person wurde wahrscheinlich aufgegriffen, die mit dem fehlenden Akzent. Ja. Bei Julia wird das ja auffallen, wenn das jemand aus der Straße fällt. Information von der 518 PD 31 Herr Kokum wurde angefahren. MD ist vor Ort, ihm geht soweit erst mal ganz gut. Alles klar. Okay. Herr Kokum, oh Scheiße. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. Was denn? Nichts, nichts. Weiter, alles gut. So, jetzt sind wir auf dem Freeway. Finde ich super. Ich muss hier wieder runter. Jetzt fällt gerade irgendwie alles von einem ab. Oh Gott. Jetzt überprüft nochmal die Kanäle. Jetzt bloß nicht wenden. Und der Grove Street Richtung Westen. Ja, es hat jetzt die Frage, ne? Bleiben wir jetzt in der Southside? Ich denke schon, aber wir können ja nicht... Es waren ja nicht die einzigen Turfs. Ähm, wir sind wahrscheinlich nur grüne Dörfs, weil... Das ist ein grünes Fahrzeug und ich glaube nur eine grüne Fläche. Sie gehen so weit... Das wissen wir nicht. Wir gehen so weit und dann kriegen ihre Fahrt aus dem Meer aufhören. Ich habe jetzt die Sicht verloren. Noch mal genauer 10. 20. Okay, dann müssen wir aber eigentlich... Jetzt bin ich am überlegen. Vor und da ist auch eine grüne Fläche, oder? Ähm, ich glaube ja. Ja. Aber wir haben keine Verstärkung. Ja, ja, da können wir noch vorbeifahren. Die 72 kann ihre Streife dann anfahren kommen? Ja. Sie wird schon unterwegs kommen. Ja, wir können nur mal... Wir können nur vorbeifahren. Mhm. Es gibt keine Auffälligkeiten. In der Seidenstraße auch nicht. Die U2 mit einer 10.50, eine Person. Zum Beispiel für die... Check. Check. Die 64, wie viele Streifen haben Sie gerade in der Southside bei sich? Ja, die Person ist Code 4, alles in Ordnung. Äh, wir waren gerade mit zwei Streifen einmal in den Turfs durch. Sind jetzt nun aktuell im Kanal. Ja, Check. Für mehrere Streifen. Sammelpunkt Megamoll aktuell. Alle freien Streifen, die gerade nichts zu tun haben. Sammelpunkt Megamoll. Dringend tatverdächtig. Jerome Abit als Fahrer des Entschulders. Henkel Kuhm angefahren zu haben. Nahbereichsverhandlungen einleiten und Personen möglicherweise auch in der Grove Street nach Ihnen kontrollieren kommen. Also Treffpunkt war jetzt Megamoll? Ja, somit wir haben auch in der Grove Street eine größere Personengruppe gesehen, komm. Ja, Check. Alle freien Eile an und sammeln sich dort. Die 2 nach 10. Ja, 3 fällt Megamoll an. 432 aktiv Richtung Megamoll. 443 aktiv Richtung Megamoll. 443 aktiv Richtung Megamoll. 443 1020 Megamoll. 434 aktiv Richtung Megamoll. 4, 3, 2, 8, äh, 10, 20 Klingel. Ja, Sabi, guckst du jetzt noch eine grüne, dünne Jacke, eine schwarze Sonnenbrille und sehr dicke, schwarze Tretelock? Mann, Mann, Mann. Nee, ey. Schon wieder volle Ladung hier. Mhm. Dann die Kollegen im Parkhaus unten auf der 2. Nittale, sie haben gerade ein paar Sekunden mehreren Personen angehalten, ausgestiegen, fallen es wieder runter, ist verdächtig, halt es mal morgen. Ganz kurz, ganz kurz Anruf, der Ding. 4, 3, 4, 10, 20, Schmier, Moin. Ja, UNC meldet da deinen schwarzen SUV, der in die Grove freingefahren hat. Hey, du, ich bin total verhindert, ich müsste unsere Verabredung vielleicht, ist jetzt der nach hinten verschieben, könntest du mal nachfragen, wie lange die heute geöffnet haben? Und Frage an U1, wir haben eine bestimmte Verschreibung von dem Besser. Okay, danke schön. Bist du mir leid, du kannst es auch alleine machen. Okay, tschüss, pass auf dich auf, ich pass auf dich auf, tschüss. Grüner Pulli, grünes T-Shirt hatte der, Mr. Mohamed, eine Frisur, das sind sehr dicke Dreadbox, schwarze Sonnenbrille, Jeanshose im hängenden Bereich. Ja, ich würde es mal kreffen. Ja, ich würde es mal kreffen, wie es wieder nachkommen. Haben wir den Sergeant hier oder den Officer 3 auf dem Parkplatz kommen? P3 7 ist es gleich vor. Ja, PD 64, ihre Einsatzleitung, kontrollieren Sie die Personen, der Grove, die nach Jerome Abit kommen? Ja, somit komm. PD 82, Ende. O1-4 meldet auch einen Biblik-Fahrer, der gerade auch der Grove hoch zu der Tankstelle fangt. Wann die gerade das Fahrzeug von Kollegen? Nee. Ach, das wäre es ja jetzt, also das wäre richtig dumm. So, jetzt an alle Streifen auf dem Mega-Malfallplatz, kurz zuhören. Ich will zwei Streifen, einmal die eine Interceptor-Streife, einmal die 438 und die 432, die auf Höhe des Outlaw-Club-Haus fahren und dort einen Perimeter besetzen, so dass sie auch sehen, wenn die in den Kanal runterrennen. An der einen Ecke eine... Ja, dann machen wir das mal. Und dann die andere an der nordöstlichen Ecke, wenn die durch die Gassen fliehen. Alle anderen Streifen fahren in die Gasse. Also, die wissen Sie schon Bescheid, Beeilung. James ist, glaube ich, das oberhalb von der Geräte. Dann möchte ich eine Streife noch haben. Oder unterhalb. 413, die einmal im Fahrzeug bleibt. Alle anderen Streifen fahren in den Wänden, aber alle Personen werden festgesetzt. Ich will richtig noch mal fragen, wie ist noch mal der Name der gefahreneten Person? Jerome Abit. Jerome Abit, komm. Somit, merken Sie sich, Kollegen, alle festsetzen, alle sollen sich auf den Boden legen. Q2 Abmarsch. So, war das hier? Hm, ich guck mal in die Post-App, Moment. Hier ist es noch nicht. Ah, der St. Jamestown Street ist hinter uns, genau da, wo wir herkommen, quasi am Angerancho. Genau, Angerancho ist hier. Ja, genau, jetzt die Straße rein ist, wie müsste das sein? Und dann rechts nochmal, ne? Das Motorrad, das Motorrad, die Motorrad. Dann fährt die ganze Straße längs. Ja, das hier alles ist wie James Down Street. Genau, jetzt müssen Sie überlegen, ob hier ist hier oder ob die andere, oder ist da auf der anderen Seite. Ah, ich krieg das kratzen, ne? Ich krieg das kratzen, dass dieser MC, ich find den nie. Weiter, Süden, Richtung Industriegebiet, abgewogen, für Ankerancho und Barbecue. Ah, wir müssen jetzt da mal rein. Wo sind die Scheiße, wo ist diese Scheiße? Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Ja, die 443 fährt den Zugang zum Wendehammer an und achtet auf Aktivitäten. Scheiße, scheiße. Eine Seite Straße hierzu? Hier dann geradeaus? Sichtkontakt des Motorrads für Ankerancho habe ich nicht verloren. Aber das ist zu nah bei uns, oder? Oh nein, das war richtig wie ein Arschloch. Nee, das ist nicht der. Ich sehe nichts, ich weiß nicht, was sie tun. Also keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass sie gut gefahren sind. Ich kenn mich eigentlich hier ein... Hier haben die Kollegen an der Grove, die selber einmal ein Status-Update gelten. Sind da noch Personen? Davies, Davies, Davies. Also die 443 meldet hier mehrere Fahrzeuge, die sich gerade in der Umgebung verhalten haben. Das war eine schwarze Limousine mit weißem Dach. Dass sie den Wendehammer gerade verlassen hat. Soweit aber kein auffälliges Fahrverhalten oder Personen, die auf die Beschreibung passen. Kollegen, wir haben kurz 2 an. 2? Glaube ich ja nicht. Also ja doch. Die 69 hackt ein. Also mindestens eine graue Limousine, die wir zurückgesehen hatten. Außerdem ein Rädler oder ähnliches. Warum steht das nicht bei den TÜV-Gewieten drin? Ich werde, ich sag schon, Philippe, ich muss immer länger suchen. Das geht mir gerade so auf den Satzgefühlern. Bisschen unterstrichen. Das ist wie, wenn ich mal ein Cranjör eigentlich ist. Cranjör, Cranjör. Das müssen wir dahinter holen. Moment, Moment, ich glaube, ich weiß, wo. Ja? Wenn ich mich jetzt nicht wieder vertue, weil ich... Alle Streifen einmal ihren Status nachlacht durch. Oh, scheiße. Moment. Ähm. Ja, 4-4-3 ist 10-20 südlich des Wendehammers. Moment. Nee, hier rechts ist es nicht. Das ist es hier. Moment, geradeaus. Moment, Moment. Wir dürfen nicht durch die TÜVs. Check. Können die Kollegen sehen, ob sich die Personen in der Grove Street befinden? So negativ, die 4-3 können. Okay. Aber vorfall. 4-1-3 meinten, es sind 3-4 Personen in der Grove Street. Ja, da vorne ist es. Wo? Oh, hier links, 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 runter. Es befinden sich 3-4 Personen noch im Wendehammer. Nee, Check. Dann werden wir jetzt diese Mal einmal zufrieden. Oh Gott. Es tut mir leid, Schwergeburt, Sie können mich ruhig melden. Ich gebe es zu, das ist das war jetzt nicht super schwer. Eine Information von der SO-Litestelle, bitte alle Streifen von SO selbst stellen. Ich verstehe das, komm gut. Wieso, zu den Kanälen runter, das heißt, hm. Dann jetzt wieder alle Streifen auf Position, wie ich es hinzugeteilt habe. Zwei an der Nordö... Eine nordöstlich, eine an der südlichen Seite, an der Ecke bei den Outlaws. Alle anderen Streifen einmal in den Wendehammer, wir werden jetzt die alle hier nochmal Personalien kontrollieren. Ich möchte von allen Streifen einmal einen Check hören. 4-0-3 Minuten. Er meinte wahrscheinlich nur die eine, weil es steht, oder? War in der Hammer. Ich denke, wir wahrscheinlich... Ich bin jetzt Check, wenn der Hammer. Oder? Moment? Ja, Check, wo ist der aktueller Standort? Also wir sind jetzt wirklich südlich, wir haben genau... Ja, ich glaube, gerade geht es aktiv um die... Ja, dann auf geht's, wir haben jetzt alle kontrollieren die... Das ist so durcheinander im Punkt gerade. Wir haben es gefunden. Ich bin stolz auf uns. Noch vor ein paar Tagen hätte ich genau sagen können, wo es ist, aber jetzt... Also jetzt werde ich es mir halt auf jeden Fall merken, denn das ist so ein Moment. Warten Sie auch schon nach allen Personen, ich sehe gerade nur eine Person. Wo haben Sie die andere Person gesehen? Die eine vorne, die kontrollieren Sie einmal... Ja, die Frage, ich würde mich eigentlich eher da vorne... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich sollen. Ähm, ja, wir sollen südlich vom Outlaw stehen, das ist aber ganz gut. Und wenn wir stehen, wir so sehen, wir den Eingang von den Outlaws sehen, ob irgendjemand heim und raus geht und ob hier jemand die Straße entlang fährt. Und wenn wir jetzt rechts rumfahren würden, würden wir den Eingang nicht mehr sehen. Ja, stimmt. Ich greife mir schon mal meinen Taser zur Not. Ja, wo sind Personen auf dem Dach kaum? Das ist eine sehr gute Idee. Nördlich, an der zweiten Reihe des... Ich habe gehört, ja, ich soll detal, aber ganz im Ernst, ich... Ja, Jack, hab sehe ich Kontakt zu den Personen. Ich bin da halt eher vorsichtig. Haben Sie ein Auge drauf? Das kann ich verstehen. Sobald Sie sehen, dass irgendjemand eine schwere Waffe hat... Ja, Informationen für die beiden Personen auf dem Dach und auf dem Dach. Eine dieser beiden Personen könnte Mr. McKinsey sein, der auf der Fahndungsliste steht. Nur für eine. Kinsey? Wie steht tatsächlich bei mir jetzt da? Ja, Kollegen, ich möchte, dass Sie auch in alle Richtungen absichern. Richtung Süden sichert keiner ab. Nehmen Sie die Autos als Deckung, achten Sie auf die Dächer und auf die Hinterhöfe und holen Sie Ihre scharfe Waffe raus. Okay, dann sollen wir wahrscheinlich... Ja, PD17 meldet am Grove Street, haben wir vier Leute, kommen auf der Rooch Avenue, jetzt in Richtung Grove Street by. Alles gut, ich ring das hin. Je nachdem, wie die Leute auf uns zukommen, sollten hier Leute kommen, gucken wir gleich einmal. Wenn es Stich- oder Schusswaffe ist, dann gehen Sie die Tat, wenn Sie nichts haben oder wenn Sie, ja, was weiß ich, einen Regenschirm in der Hand haben. Und dann können wir noch einen Detail. Genau. Ich will doch mit Officer 2 und sowas alles rausfahren. Und ich habe wusste doch, dass das alles keine gute Idee ist. Ich glaube, die Person hier haben... Umgekehrt, es ist keine gute Idee. ...kontrolliert. Das war der Dönerwagen, oder? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der Herr, den ich gerade am Telefon versetzt habe. Die Person hier filmiert kurz. Ja, ich glaube, das ist der Herr, den ich gerade am Telefon versetzt habe. Ja, Kollegen, der Herr kann in die Straße fahren, wurde soweit kontrolliert. Status der Kontrollen? Ja, im Wendehammer selber wurden erst mal alle Personen kontrolliert. Wenn Sie mal ausgangen sind, wenn Sie noch welche, müssen Sie da die Einheiten dort im Rest kurz update geben. Willkommen, der Grüße für den Grünen-Prioso. Ja, ich sehe es da noch... Ja, Kollege? Alles gut, wir müssen nicht reingelfen. Kollege, in der Startung bei den anderen Personen. Okay, da hat keine Ahnung, kommt, wie wenn jetzt hier erst mal den Wenderhammer wieder aufsetzen und den Wender mal verlassen. Na, alle Abfahrtsbereitschaft herstellt. Der Kollege sollte spezifizieren, ob er gerade nur mehr Leute im Wenderhammer wieder mit rein. Ja, meine Informationen hier auf dem Dach befindet sich immer noch mutmaßlich McKenzie, der auf der Fahndungsliste steht. PD64, mit Ihren Einheiten der Grove Street heißen Sie in der Covenant Avenue an und kümmern sich um diese Personen. Mit Check haben Sie so mit, Kollegen, wir werden die Personen jetzt befreien. Gut, dann ist es, glaube ich, sowieso nochmal eine gute Idee, dass Sie mir stehen nehmen. Ja. Haben Sie noch Sichtkontakt zu den Personen? Ja, die Personen stehen immer noch auf dem Dach. Wurde spezifiziert, was wir tun sollen, wenn Personen von den Autos auf uns zukommen und fragen, was wir hier tun? 64, setzen Sie sich das umsetzen. Wurde es nicht, aber einfach deskalieren und sagen, keine Sorge, Jungs, haben nichts mit euch zu tun. Dann jetzt hier die Streifen von 02 einmal aufsetzen. Oder wir stehen hier gerade. Sagen wir einfach, wir stehen hier gerade. Wir suchen gegen den Weg und telefonieren zur Westfälle des Hauses. Nicht verloren. Können Sie, Kayla, lassen Sie sich nicht von dem vorlabern. Wochen 1010, Wochen 1010 über dem Dach. Ich würde so gerne die Gesprächsrunden lassen. Ja, das ist auch nicht. Ja, 82, können Sie mal kurz hier übernehmen. Ich bin hier noch bei den Kollegen als Unterstützung. Wie die 16 geben Sie den Status, komm. Wie die 55 mit dem Kellen, die ist der Fahrzeug gekommen. Ja, 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 ja. Es ist nur heute 40, die ist zu durchfunden. Äh, die Funk ist, ich meine, es ist 1099, ich will das, aber trotzdem sollte man sich nicht überlappen. Hm. Die 55, wiederholen Sie Ihren Funk-Spruch, komm. Das ist nicht gut. Nicht, dass, also nicht, dass sowas passiert. Wir sind bei der Pili 55, Moment, ich guck mal. So, Kollegen, jetzt kontrollieren Sie die Person, wenn es die Gefahr nicht der Person ist, nehmen Sie sie mit. Ansonsten kontrollieren Sie die andere Person und lassen Sie sie sonst gehen. Ja. Herr Stirling ist bei ihm. In der Streife. Die 55 ist auch ein Recruit, vielleicht fühlt er sich gerade einfach nicht angesprochen. Lose. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, ich möchte jetzt nicht so rüberkommen, dass ich hier irgendein Officer 1 bin, der gar nichts kennt, aber ich habe... 432 lösen Sie sich vom Einsatz, gehen Sie in aktiven Streifen. Nein, den Eindruck habe ich nicht. Sie fahren genauso wie alle anderen. Hat die 432 so mit und ist wieder aktiv. Dankeschön. Dankeschön. Ja, siehste, das ist, jetzt habe ich sauer... Entschuldigung, das wollte ich nicht so schenken. Das sind ja genauso wie alle anderen einfach mit dem Einsatz reingeschmissen, aber sie haben es gut gemacht dafür. Sie haben auch super abgekürzt. Ja, okay, der eine ist gut, der übertönt jetzt alles andere und ich wünsche, der muss ja creamer gleich also. So, dann, Kollegen, nehmen Sie jetzt den Herrn hier mit. Ich bringe Sie jetzt aber erstmal in den Feierhallen, dann fahre ich gleich zu mir schon mal. Wenn Sie aufgesessen haben, schauen Sie, dass Sie Abfahrtsbereitschaft herstellt. Weil, äh, dann verpassen Sie auch Ihre Verabredung nicht allzu krass. Uiuiui, das war auch eigentlich eine andere Streife für mich geplant, äh, ja. Ich fand es trotzdem schön, sich hinzunähern. Ja, das fand ich auch. Vielleicht sieht man es nicht mal wieder. Ich habe eigentlich nur gebeten, also das war ja jetzt eine Situation, weil eigentlich würde ich erstmal mit Rango und Officern fahren, damit ich wen das immer verinnerlichen kann. Ja, ich habe nämlich so viele, äh, Pausen dazwischen, die bin so oft in Kentucky, deswegen, äh, äh, jetzt ist das, äh, nicht sofort bei mir. So, auch die ganzen, die ganzen neuen Sachen, die ich lernen muss. Mhm. Und, äh, ja, mega peinliche Sache halt. Aber es ist auch so viel, was man können muss. Auf jeden Fall. Sind Sie, sind Sie dann oft im Dienst, also wenn Sie nämlich weniger Probleme haben, kann ich Ihnen nur raten, wenn Sie das, wenn Sie das können, das, äh, immer schnell zu festigen. Ja, ich bessehe euch jeden Tag im Dienst, also das hat mir sehr geholfen. Denn, äh, auf der BD69 erinnern Sie Milosz daran, dass wir aufgrund von Polizeieinsätzen auch das persönliche Recht ein wenig einschränken können. Das heißt auch, dass wir auch privat Grundstuhl gehen können. Ach, Frau Kata ist super. Mhm, die ist super lieb auch. Mhm. Und ich habe auch mal mitbekommen, dass sie anders kann, aber das ist ja, äh, ihr Job. Genau, das muss man auch können. Ja, das ist immer so, wir kennen uns schon, wir kennen uns privat schon eine ganze Weile, aber man darf natürlich niemals Respekt verlieren. Ja, der Kollege übernimmt die Akte bezüglich den Anfahren von Herrn Kukum. Was ist so? 10.3. Ich muss überlegen. Es ist 22, ich frage, welcher Kollege übernimmt die Akte, wo der Kollege angefahren wurde, kommt. Ja. Das heißt, wir lösen uns auf, richtig? Äh, es ist 20, ich könnte diese übernehmen, allerdings war das in der Stadt, ich bin mir da nicht sicher, kaum. Check, ich kontaktiere Sie einmal auf dem Telefon. Zu uns an der Gende. 432, 1020 MAPD, 432, los sicher. Haben wir getankt? Ich tanke noch, ich fahre noch kurz, ich fahre noch kurz. Oh, alles gut, ich fahre jetzt. Also, okay. Dann können Sie absichern, dann sind Sie nicht alleine. Oh, heute echt nicht mein Tag, ich will doch nicht bis gleich wieder aus. Alles gut. Oh, nee, shit. 432, 1020 MAPD, ich habe gesehen, 1060 ist Ihre Stärke, also Sie können richtig gut abkürzen. Boah, nee, also, ich war... Das ist dann auch nur Sie, oh Gott, mein Telefon, Sekunde. Das war super, ich finde das gut. Ja, hallo Frau Kater. Hallo, Miss Wahnsinn. Jo, einmal bitte das MAPD anfangen, damit ich einfach bei euch befinden kann. Das mache ich sofort, die Kollegin geht jetzt gleich außer Dienst, ich parke noch, wenn ich jetzt mal die Tankstelle hier finde, weil ich einfach völlig durch den Wind bin wegen der ganzen Sache jetzt. Und dann bin ich, ich sag mal, für fünf Minuten bin ich da. Alles klar, dann bist du klar. Okay, gleich. So, jetzt haben wir es. Ah, ich sehe ihn nicht mehr. So. Ich mach das, ich mach das. Moment. Die 432, 1020 Mission Rope, äh, 1020 Storbeet Tankstelle. Jack. PDS. Check. Check. Petition wird sich melden sicher. So. BR, melden alle Kollegen einmal auf Pfadbereitschaft herstellen. Jo. Ah. Auch wenn ich übrigens sehr konzentriert bin, das mache ich immer. So was passiert mir an der Dauer und aufschließen, abschließen, abschließen, abschließen. Hab ich das, hab ich das nicht. Kollegen, lass mich nicht von der Projekte nach der Hauptpartbereitschaft herstellen. Bitte? Das passiert mir auch so oft. Das ist furchtbar. Ja, und jetzt noch mit der Vorgesetzten anfahren, fantastisch. Also hätten sie es noch... Das ist doch super. Ja. Ja schon, aber man möchte natürlich alles richtig machen dann vor ihr. Also hätten sie jetzt noch Zeit gehabt, ne? Hätten sie sich bestimmt auch gefreut, wenn sie noch mitgefahren wären, aber... Abfahrt. Oh Gott. Also Privatlesen. Sorry. Privatlesen ist auf jeden Fall. 4, 4, 3 über 3, M-H-D. Wow. Ich bin froh, dass wir nicht vor Ort waren. Ja, ich auch. Okay, jetzt noch mal, dass wir uns auch... An alle Streifen, die praktisch bleiben, bitte selbst nämlich einmal aktualisieren, in welcher Versatzung Sie sind und in welchem Fahrzeug Sie sind. PD-Leisteller Ende. Okay, tschüss. Tschüss. 4, 3, 2, 10, 20, Missionary PD. Check. Mann, ich wusste mehr als ich. 4, 3, 8, 10, 30, immer für die Zellen. Ich hab sogar das Tanken wieder vergessen. Check. Alles gut. Atme durch. Atme durch, Ariane. Es ist alles gut. Es ist alles, alles gut. 4, 3, 4, 10, 20, Brau-Bericht-Tankstellung. Du hast immerhin schon mal 15% verstanden von dem, was heute gefordert wurde. Check. 4, 3, 4, 3, 10, 20, Brau-Bericht-Tankstelle. Check. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Ja, prima. Für die 90-MHz-Tankstelle. Für die 44-MHz-Tankstelle. Herr Krimer, Sean Krimer? Ja, cool. Ja, hallo. Ich habe vielleicht Ihr Auto ein wenig angefahren. Ganz leicht nach vorne. Welches denn? Ein grünes. Ja, in West-Budschi-Kanäle. Genau, genau. Könnten Sie mir dann einfach über Venture eine Rechnung schicken? 4, 4, 3, 10, 20, Brau-Bericht-Tankstelle. Tschüss. Check. Das war eine Katastrophe. Ich will nicht mehr. Ich bin jetzt mal zu Hause. Hey, Ray, ich kenne wirklich, ähm, Frau Kater, ich kenne wirklich mittlerweile dieses Haushalt so auswendig und ich habe diesen Outlaw-MC nicht gefunden. Ich bin durchgedreht. Ich war so sauer währenddessen. Wirklich. Boah. Jetzt will ich es mir aber gemerkt haben. 4, 3, 4, aktiv. Ich schwitze so. Check. Aber Sie haben es gefunden am Ende? Am Ende gefunden, ja. Sehr gut. So, noch kurz in der Semestin, dann bin ich sofort ready. Genau, genau. Du hast gestern mit Jonathan noch geredet. Ich habe ihn... Soll ich gleich fahren oder soll ich fahren? Jeden, mir ist das egal, tatsächlich. Ich kann beides machen. Sagen wir nicht wieder zu schnell fahren, so mit zweimal... Ihr teilt 4, 10, 20, MAPD und wechselt auf die 4, 10, 20... Ich bin so kriminell unterwegs da einfach. Schlimm, ne? Check. Ja. Einfach schlimm. Ich gebe dir mal einen Tipp, ja? Mhm. Ich liebe meinen Verloten über alles und so, aber der fährt wirklich wie ein Schwein und ich habe immer Angst, dass der einen Unfall baut. Der hatte nämlich schon mal einen Unfall und auch einen schweren Unfall. 4, 1, 3, wechselt auf die 4, 1, 20. Und wenn ihr da mal irgendwann seine rote Ellie seht, dann fahrt mal da. Check. So, dann fälle ich immer hin und mhm. Weil ich mache mir da wirklich Sorgen. 4, 3, 2, aktiv. Ich habe es da, ich lese es noch ganz kurz. Du, ich habe gestern mit Jonathan noch lange geredet. Ich habe ihm geredet, habe ich das Gefühl, dass er mir noch nicht alles erzählt hat. Das Gespräch ist mir total widerwillig vorgekommen, aber ich bin froh, dass er überhaupt mit mir geredet hat. Aber du musst dir keine Sorgen machen, er möchte nicht ausreißen und Schluss machen auch nicht. Ich, Barbara, ich respektiere dich und auch, wenn wir unsere Probleme ab und zu haben und ich, kleiner Side Harry. Aber ich will nirgends reinfunken. Ich weiß, dass sowas eventuell zu Ärger führen könnte. Aber wenn, also, ich würde ganz gerne in Ruhe mit dir reden. Wenn das okay für dich ist, du bist mir wichtig, ihr alle seid das und lieber schreite ich ein, bevor irgendwas, naja, mal passiert, was man hätte verhindern können. Du weißt doch, ich schätze Ehrlichkeit sehr und Ehrlichkeit verdienst du. Ariane, das ging ziemlich ernst, es ist ja etwas passiert, von woran ich nichts weiß. Hat man was über mich erzählt? Will man mich ermorden? Weil ehrlich gesagt, hört sich das ziemlich ernst an. Ich habe heute leider nicht wirklich Zeit, also eigentlich gar nicht, aber wenn du morgen unterwegs bist, können wir uns ja vielleicht morgen zusammensetzen. Lasst uns morgen zusammensetzen. Mir geht es gut. So. Ich mache nochmal ganz kurz mein Hemd unter meine Brustfalte, denn ich habe gerade Tiefenschweiß. So. Jetzt. Jetzt habe ich es. Du machst mich fertig, Frau, du machst mich fertig, komm. Also erscheinen, komm, kannst du natürlich auch. Ja. Na gut. Leitere war ich schon Bescheid. Leitere war ich schon Bescheid, super. Rekroutin war ich gut, mit der ich gefahren bin, PD44. Oh. Hm. Ich meine, es ist, man kann ja auch Lob von einer Rekrutin annehmen, aber bei der 1060 habe ich irgendwann den Weg abgestimmt und ich war so stolz auf mich. 55, aktiv. Ich nehme mich. Ja, welchen willst du? Achso, ich darf ja sowieso nicht jeden fahren. Ganz ehrlich, habe ich bei Officer Osnay 1 noch gar nicht geschaut, wer ich nicht fahren darf. Ähm, also tatsächlich, wenn ein Sergeant dabei ist, ist es jetzt so, dass wir, ähm, durchaus mitgenommen werden können. Also, du kannst dir eins aussuchen. Okay, ja, dann nehmen wir den hier. Okay. Check. So, das ging gerade nicht, weil wir uns alles so beeindrucken. Äh. Alles gut. Ähm. Aber, okay, das ist gut zu wissen. Warte mal. Warum haben wir jetzt zwei Taschen drin? Was ist denn da drin? Ja, jetzt komme ich da drauf. Ich habe von nix. Und ein Hauch von nix. Das sieht aus, als wenn es von Tanaka kommt. Oh, ja nicht, dass das jetzt aber irgendwie, ähm, Warte mal. Irgendwie Beweismaterial oder sowas ist. Es ist doch die Frage, kann aber auch manchmal sein, dass Kollegen hier einfach reinpacken. Ähm. Mit Nudeln, ja? Ja, ja. Ähm, ich packe den mal kurz in den Transporter da drüben. Okay. Oh, die du. Offen? Nice. Ja. Ja. Und vor allem, Weste an. Genau, das stimmt. Weste an, wie ich das gerade noch der Recruiting gesagt habe, und ich selber nicht dran halte. Ach, alles gut. So, Streifenblatt. Miss Barnes. So, das ist die, ähm. Miss Katja. Wir haben die 430S. Da ist es also kein Druck. Das ist die 69 und die 90. Oh, yeah. Aber da kannst du eigentlich nur sagen, äh, 430S ist aktiv. Zum Beispiel, ähm, man trägt da ein, die Streit, das, ähm, Dings sagt ja, weiß ja schon Bescheid im meisten Fällen. Was ist hier am Stadtpark los? Wow. Wieso ganz schön was los? Wie schon, ne? Ja. 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 Bezüglich des Lamesa, äh, Faschalmesa-Pities, wegen Nesterperros. Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht, ob es für dich passen würde? Also, ganz im Ernst, mir würde es sehr passen, weil ich sehe meine Stärken wirklich im Community Policing und, äh, allgemein auch, sehe ich mich eher bei Ordnungswidrigkeiten oder bei Streifen und so, bei allgemein Streifen, um zu schauen, ob wirklich alles in Ordnung ist und weniger zum Beispiel bei, bei schweren Fällen, nicht bei schweren Fällen, das meine ich das nicht, aber bei größeren Fällen. Äh, ganz, ich bin mal ganz ehrlich, was mich interessieren würde immer, wäre ein Detektiv. Moment. 10.3? Ja, PD22, wenn sie die Leitstelle kommt. Ja. Ja, sie kommt. Äh, wäre sowas wie Detektiv, aber ich habe immer die Zeit dafür nicht. Ähm, ich kenne Del Piero ziemlich gut, ich habe da jetzt wirklich eigentlich fast immer gewohnt, eine Zeit lang in Winewood West und danach halt immer Del Piero. Und wie gesagt, Community-Masing ist halt das und Deeskalation und sowas alles, wo ich mich eher sehe. Check. Mhm. Er meinte aber, er weiß, weil er hat wohl schon mitbekommen, dass ich da äh gut drauf geier. Mhm. Und er meinte irgendwie, ich müsste, ich müsste zuerst, ich komme auf jeden Fall ins Davis-PD und ich wollte ja ursprünglich eigentlich in den Norden immer noch. Auch wegen mein, mein Zeitproblem und sowas alles. Und äh, er meinte tatsächlich, ich müsste ins Davis und müsste da erstmal Officer 3 machen. Das ist wild, weil meine Info ist tatsächlich, dass Del Piero ab O2 ist. Oh Gott, das heißt aber trotzdem, nur eine Prüfung? Ja, nicht wirklich, ähm, eigentlich ist es nur Module machen. Oh, okay. Ähm, und die Dienstzeit praktisch erfüllen. Also so nach und nach, lass dir Zeit, mach deine Module, gehst du in Ruhe, die Schulungen und dann wirst du, also qualifizierst du dich automatisch für den O2. Also keine Prüfung oder irgendwas in der Richtung, es ist einfach nur Erweiterung. Das ist schon mal gut zu hören und interessant, allerdings habe ich nie Officer 2 irgendwie angestrebt und ich ganz im Ernst, nach heute denke ich mir natürlich wieder, bin ich als Officer 1 überhaupt geeignet? Klar, äh, man hat auch ein paar Sachen richtig gemacht, aber gefühlt war ich doch noch zu sehr lost, auch sehr durcheinander. Wir können einfach aktiv weiterfahren, wie die Zonen von T4, T4, T4 angeschlossen kommen. Schau mal, du bist noch nicht lange O1. So auf die Zeit gerechnet. Ja. Und da ist es völlig normal. Die Unsicherheit wirst du auch mit O3 immer noch haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich mir zum Beispiel Frau Tovar angucke, also großes Vorbild einfach, oder du natürlich auch, großes Vorbild. Ähm, und dann mich? Ja gut, kitzigerweise das Gespräch hatte ich jetzt auch schon mit Kaya. Äh. Ähm. Ja, Kaya ist ja so ein bisschen so wie, wie, ja, ich, ähm, wir haben sehr viele Ähnlichkeiten was das angeht. Ja. Aber du, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Du hast dein Tempo. Check. Du machst deine Sachen. Du musst gucken. Du musst gucken auf das, wie du dich entwickelst. Das heißt, du musst deinen, deinen Anfang betrachten. Mhm. Wie warst du am Anfang und wie bist du jetzt? Guck gar nicht an die anderen. Die sind unwichtig. Auch wenn man es immer gerne wieder mal macht, weil, man vergleicht sich halt schlicht in der Grafen gerne. Ja. Ähm. Aber das ist falsch. Das darfst du nicht machen. Ich muss, ich muss machen. Weil, dadurch versuchst du auch ein bisschen. Ja? Dadurch versuchst du dir halt dein eigenes Selbstvertrauen. Weil, du kannst dich nicht mit anderen vergleichen, weil die haben ganz andere Ausgangswerte in irgendeinem Punkt. Check. Manche sind schlechter in bestimmten Punkten, manche sind besser. Jetzt werde ich angerufen. Ich hasse mein Leben. Ja. Ja, mein Kind. Ähm. Möglich. Also, es ist definitiv möglich. Ich guck mal, ob ich es auf Streifen. Hm. Naja, und so darf man im Grunde nicht wirklich mitrechnen, dadurch, dass ich, ähm, Watch, Comment bin und, äh, alles im Auge behalte. Also, tendenziell kann man es machen. Also, mit so wenig Streifen wie möglich. Also, zwei in dem Optimalfall. Aber. Hm. Hm. Ja, wenn es für die Leitstelle in Ordnung ist, wäre, eventuell, kann man es ja auch mit dem, es auch noch abklären, ob die auch Bock hätten. Mhm. Alles klar. Tschüss. So. So viel Stress heute? Was ist das? Was genau das ist? Ich hatte es das erste Mal. Also, Watch Comment ist im Endeffekt, ähm, ein Supervisor, der halt die Leitstelle noch ein bisschen koordiniert. Oh. Das ist, ähm, das Resource Management noch ein bisschen verbessert. Wenn wir zum Beispiel einen Einsatz, ähm, zum Beispiel hier in Vespucci haben, ähm, der aber noch ein bisschen brenzliger wird und wir haben zum Beispiel der 1026 irgendwo, weiß zum Beispiel, äh, der Watch Comment an, wenn ihr das die Leitstelle selbstständig macht, ja, dass die 1026 beendet wird und, ähm, ebenfalls angefahren wird. Ah, okay. Das ist ja, wann ist das so? Ähm, seit ne Woche ungefähr. Ach so, okay, ja, ja, gut, dann kann ich nicht wissen, dass ihr jetzt wieder irgendwas was ein bisschen vorbei habt, aber... Ah, nö, nö, alles gut. Ja, weißt du, ich weiß, man sollte sich nicht mit anderen vergleichen, sowieso, es gibt ja auch Officer, die kommen von anderen Departments und sowas, alles, das weiß ich alles. Ähm, es ist nur immer ein Problem für mich persönlich, nicht von den Leuten, weil die meinen es wirklich gut und ich bin denen auf einer Seite wirklich super dankbar, genauso der Recruit den heute, wenn, ähm, wenn ich merke, dass Recruiten mich verbessern oder Recruiten, ähm, schneller reagieren als ich, das macht bei einem selber, also mir macht das einen unfassbaren Druck, weil, äh, das war zum Beispiel mit den, äh, Herr Rains so krass, weil da war er, also ich hab ihn da tatsächlich erst, ich glaub, da war er erst ein paar Tage oder so im Department, und, äh, das fühlt sich einfach scheiße an, so, und ich bin einfach nur ehrlich, ne, aber der meint das nicht, ich, 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 ich mein, der ist so, äh, ich weiß nicht, der und ich, das ist so, äh, aber der ist eigentlich, eigentlich ist er ja nett, ich weiß ja, der meint's nicht böse, aber das ist echt besser historisch, aber der ist, der ist halt nicht böse, so, ähm, und das ist halt für mich immer das... Auf jeden Fall erfahrener, hm? Bitte? Oh, mein Gott, Telefon, Moment. Ja, ja. Ja, mein Kind? Ja, 430S, die FD-Lerstelle, komm. 430S, hört. Ja, fahren Sie einmal Strawberry an, dort würde sich irgendwo eine angefahrene Person befinden, das MD ist schon auf dem Weg, komm. Ja. Hat die 430S so mit und ist unterwegs durch den Strawberry. Ja, check, FD-Lerstelle, Hände an. Hm? Hm? Hm, alles klar. Gut. Alles klar. Tschüss. So. Äh, ich würde Code 2 machen, hm? Mhm. Okay. Ne? Ich mach dann gleich Intersection Clearing, ähm, ja. Und du dich aufs Fahren konzentrieren kannst. Das ist super. Jetzt hab ich auch mal einen Namen dafür, ich sag mal da, dieser, dieser dritte Knopf, bitte einmal drücken. Ja gut, man kann jetzt auch den zum Beispiel nutzen. Hauptsache es ist ein unterbrechender Sound. Hm. Eine angefahrene Person. Oder eine verletzte Person auf jeden Fall, ja. Hm. Und so MD schon kontaktiert. Was ist denn los? Gerade wurden hier auch zwei Officer wurden gerade angefahren, ne? Hm? Kokon und irgendjemand anders noch, ne? Check. Und dann haben wir hier Kokon. So, 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 so. Check. Aber dann bezüglich auch Reins zum Beispiel, ähm. Strawberry? 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 Tankstelle, Tankstelle? Äh, strawberry generell hier. Ach so. Dann lass mich trotzdem mal ganz kurz. Ich kann das hier schon mal abhaken. Seh kein, seh kein, seh kein. Warte. Warte. So, machen wir zumindest. Ich kann es dir ein bisschen langsamer fahren. Zum Beispiel auch die Tankstelle und so weiter. Also die Tankstelle haben wir jetzt so. Ja auch hier hinter. Dann mach ich guck mal. Wir haben keinen Dispatch. Da vorne, da vorne nach vorne. Ah, ah. Wir haben Blaulicht an. Ja, ja, ja. Ich bin, ich fahr, ich fahr trotzdem immer auf. Ist natürlich jetzt auch nicht geil hier. So. 4-3-0-S-10-20. Jace Chicken. Ja. Verletzte Person. Ja, check. Das mein ich. Das ist es halt, ne? Das passiert halt. Finde ich gut. Hallo. Die haben mir gerade aufgefehlt. Oh, wow. Ja und sie wird nur noch im Kreis laufen. Im Kreis laufen, Mann. Ja. Weil an beiden Kürzels einfach andere nur im Kreis. Was ist passiert? Ruhigen Sie sich? Was ist passiert? Brau, beruhig dich, Brau, beruhig dich. Ich mach die tragisch immer fertig. Also, wir sind alle zusammen so nach Chick-Chicken gegangen. Also, wir so alle. Und da kam auf einmal so... Und da kam auf einmal so... Na, da kam so eine RIP, so ein Mini-Truck. Ja, so ein Mini-Truck. Ja, und... Ja, so ein Mini-Truck. Und dann haben sie voll mitgenommen. Und dann ist er aber direkt durchgezogen. Der hatte einen großen Cowboy-Hut auf. Ja. Hübs mal weiter auf, Moment. Haben Sie mal eben Ausweise für mich? Äh... 3 hab ich vergessen. Sie haben den Ausweis vergessen. Oder haben Sie einen Namen oder ein anderes Papier? Was... Hä, wozu denn? Na, es ist wegen zwei nur Aussagen aufnehmen, damit wir das nachverfolgen können. So, ich halt einfach einmal hier rüber, so. Wunderbar. Okay. Und dann ist... Ja, ja, perfekt. So. Äh... Dann schiebe ich sie einmal rein ins Fahrzeug. Ich komm dann raus. Äh... 69 und 19. Dankeschön. Okay. Nur das Leid für die Fehlmeldung wurde uns falsch gemeldet. Ich weiß nicht, ob was euch gesagt wurde am Telefon, aber ja. Sie haben ja was gegen die Schmerzen gekommen. Achso, wir haben was anderes gemeldet. Okay, ja gut. Dann. Wunderbar. Dank euch. Ähm, der Herr in der grünen Jacke. Können Sie mir einen Ausweis sagen? Kopfschmerzen. Ah, na, aber ich kann ja meinen Namen sagen. Jo, hau uns raus. Ähm... Snoop Dog. Warum müssen Sie so lange überlegen, wenn Sie in den Namen sagen? Na, ich hab überlegt, ob ich Snoop sage, so, was glaubt mir niemand. Ja, es hat ihm noch niemand geglaubt, dass er Snoop Dog heißt. Äh... Wir haben wirklich keinen Ausweis dabei. Äh... Äh... Doch, vielleicht. Gucken Sie mit tiefen Augen. Dein Ausweis dabei. Sein Snoop Dog genannt hat. Äh... Können Sie uns auch einfach nur zeigen. Genau, ich behalte ihn jetzt nicht. Ich bin eigentlich mit meinem Namen zufrieden. Ja, aber warum muss ich denn dann zeigen? Ich will ja nicht. Na, es geht wirklich nur darum, dass wir, ähm, eine Zeigen-Aussage haben von jemandem. Verstehen Sie? Immer. Damit wir den anderen Typen nachverfolgen können. Ja, okay. Und es auch rechtlich alles hinhaut. Okay, ein dunkelblau Minivan. Wir haben keine Pleite, wir haben gar nichts. Was wollen Sie denn dann nachverfolgen? Kann ich mal den Ausweis zeigen? Na, du könnt ja immer... Der hat nur mittelfinger aus dem Fenster gezeigt. Er hat gesagt, er kippt mich niemals und ist einfach weitergefahren. In welche Richtung ist er denn gefahren? In Richtung von diesem... Da war noch so ein Crack-Junkie mit dem Kühlschrank auf dem Rücken. Ja, mit dem Fahrrad. Der ist mit einem Fahrrad... mit dem Kühlschrank auf dem Rücken ein Fahrrad gefahren. Na, also das stand dann eben so. Was so hell ist hier gerade passiert? Was? Ich glaube, das war gegen sich alle. Ich denke, Gabriel ist es der gefahren mit dem Fahrrad und dem Kühlschrank. Und in dieselbe Richtung ist der Typ, der die umgefahren hat, auch gefahren. Ja, und da kamen die Leute aus der Church gerade raus und haben voll geschrien. Das war crazy. Welche Farbe hatte denn der Mini Truck? Wir wollten heute irgendeinem Kind irgendwie so einen Dämonen austreiben in der Kirche. Nee, die haben das immer in so ein Wasser reingedoppt. Gut. Welche Farbe hatte der Mini Truck? Ah, dunkelblau. So grün. Äh, blau. Ah, ja, grün. Grün! Äh... Dunkelgrün oder dunkelblau jetzt? Moment. Ja, so... Saks and Pearl. Keine Ahnung. Grün. Okay, ich mach mal dunkelgrün-blau, ja? Ja. Hat derjenige denn noch irgendwas gesagt? Irgendwas berufen? Irr, bitches, ihr kriegt mich niemals. Er hat gesagt, bitches, ihr kriegt mich niemals. Sorry, ich muss meine Bananen ausliefern. Äh, sorry, ich muss meine Bananen ausliefern. In dem Gebiet ein bisschen Streit bekommen. Ja, checkt mit. Na, für die deutsche Länder. Hat er noch irgendwas gezeigt oder getan? Ja, Mittelfinger. Ja, also ich bin mit der Meinung, der wollte so eine Banane signalisieren, aber... 4, 10, 20. Äh, Mittelfinger. Ich glaub's war ein Mittelfinger, ja. Hat er denn, ähm, die... Hat er die Name gekannt? Gab's ihm welche Anzeichen, dass er sie gekannt hat? Oh, ich hab den noch nie gesehen. Beschreiben Sie mir den Mann nochmal. Es gibt einen, den nennt man Banana Pete hier in der Gegend, aber der war das nicht. So, beschreiben Sie mir nochmal den Mann? Banana Pete oder den Mann gerade eben? Den Mann im Truck, der grün oder blau war? Der Bananen ausliefern wollte. Ey, der hatte so ein gelbes T-Shirt an. Und ich glaub, der war Mexikaner. Oder so. Der war Mexikaner. Hat er ein Aktien gehabt? Äh. Wie, wie war denn denn etwa der Aktien? Können Sie das nachmachen? Äh. 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 Äh, der hat seinen Körperhut an. Habe ich das schon erwähnt? Nein, Bro, das war so mexikanisch. Äh. Äh. gewesen sein wenn ich den kriege man sich die einzigen hier vor ort oder waren es noch mehr die kamen aus jeder richtung können die leute gelaufen die straight up 30 meter geflogen wenn er ist komplett verdreht komplett einmal drum herum gedreht vorbei und wieder runter so er ist aus wie der roadrunner so das bein kurz aber die frau vom md sagte kreislauf ist kein problem also kreis wird sie laufen können das klappen länger ist das andere der film hat dann so ankommen gut sie wird niemals die gleiche sind wie vorher die mussten bus kriegen muss laufen jetzt noch taxen gott sei dank oder wenn sie mal exo skelett das ist ein bisschen dann wäre sie so ein bisschen wie als wer sie getunt also könnte ich mir das aussuchen ich würde mein exo skelett anfertigen lassen ich habe immer die jeter dann gerucht wird mein laptop ziehen lassen so ich habe so ein videoprogramm wo ich musik wieder mit stein will aber das funktioniert nicht so gut irgendwie zu tun lassen weil wir machen sie das auf jeden fall menschen braucht mehr musik ja ja alles klar gut dann haben wir erstmal alles soweit erfinden sie den mann den verbrecher man diese kriminelle abschauen man da machen wir bestimmt also man soll diese fucking kriminelle man die ganze gitter so ist mexicans so ein bild machen lassen also auf die beschreibung in den pot somit vielleicht können sie zum menschen post mal mit dem bestimmt na gut dann haben wir erstmal alles von ihnen abgesehen von den ausweiten aber natürlich wir dürfen keine ausweiten also die dürfen also muss man wieder den wagen also die müssen keine ausweise mehr mitnehmen was seid okay seit wann das kann ich doch gar nicht verpasst haben das ist eine ganze weile schon eine gesetzesänderung tatsächlich aber meine letzte info die ist gar nicht lange her die war paragraf 2 absatz 1 b auto ich suche gleich mal raus fangen gleich mal zum md damit würde die dame noch ja jetzt müssen den auswärts sehen können das ding ist ich check das nicht ich check das auch nicht 4300 ist hat den einsatz beendet ist aktiv richtung md ich gehe die dame bei dem gesetz 415 26 also die haben dem wunderhammer dann die ausweitskontrolle gemacht also wirklich der strawberry tag das ding ist ähm war das strafgesetzbuch oder straßen Warte mal. Strafgesetzbuch war das, ne? Mit dem Ausfahrt? Ne, never mind. Ich meine, ich muss, äh, Polizei, äh, Polizeigesetz muss das sein. Das war's. Äh, wo, Punkt? Moment. Okay, ja. 518 mit einer Überführungspfad, Palitos, O, San Diego und Check. Äh, Identifika, oh Gott, Identifika, 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 meine Fresse. Die Exekutivbehörden können mit Identifika einer Person feststellen, zur Abwehr einer bla bla bla, die Exekutivbehörden können zur Feststellung mit einer Identifikausnahme treffen. Sie können den Betroffenen insbesondere anhalten, ihn nach einem seiner Pänsionalen befragen und verlangen, dass er ausweisbar für ihre Verführung für Ausländerung ist. Das Ding ist, ähm, soweit ich weiß, müssten die keine Dinge jetzt mehr mit sich tragen. Boah, scheiße, das ist, äh, ich, wie gesagt, ich hab gegenteilige Info gekriegt, aber so lange ist das gar nicht her. Auch, äh, Herr Weiß hat gesagt, ich soll nicht rumdiskutieren und den Ausweis. Ich guck gerade, ähm, weil's, das, das Ding ist, es gab da ein ziemlich großes Problem mit. Mhm, ja, das glaub ich. Check. Mhm. 430S 1020 MD. Check. Ansonsten, die gehörten definitiv zu Grove Street, äh, weil ich einige davon erkannt habe. Ah, okay. Sollten wir das auch so hinkriegen, ähm, hä, wo ist denn das mit den Ausweisern schon wieder gewesen? Du musst ganz ehrlich sagen, bei den Gesetzen hättest du gerne eine fucking Suchfunktion. Ja. Einfach nach Oberbegriffen Grundgesetz. Genau. Grundgesetz war es nicht. Ey, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Vor allen Dingen, man sieht halt teilweise nicht mehr mal durch, was, also, was geändert wurde, wie auch, was auch nicht geändert wurde und so weiter und so fort. Das ist so nervig. Das ist auch vom Polizeigesetz. Hat sie gerade einfach nur gesagt hat, Auto. Und natürlich sofort, ne, so. Urhaft. Tiefer. Vor allen Dingen, wir können auch nur Semi deren Aussage nutzen, abgesehen davon, dass sie angelogen war. Weil, A, wir haben sie nicht belehnt. Ja, ja, das, äh, da wollte ich, ich hatte Belehrung schon rausgeholt, aber ich war mir noch nicht sicher. Ist das jetzt wirklich schon die Aussage? Das war alles so weird gerade. Ja, genau das dachte ich nämlich auch. Ja, Gesetzbuch? Unsicher und Kanzlerleistung. Nee, das ist sozial. Was denn? Ich hab, das ist so bescheuert. Äh. Oi. Ähm. Wenn ich, äh, jemanden verhafte, äh, vor der Aussage ist ja klar, die, ähm, die Zeugenbelehrung oder halt, äh, wenn er als Tatverdächtiger belehrt wird, ähm, wie ist das bei einer Verhaftung? Ich hab jetzt auch gesehen, dass das bei einer Verhaftung gemacht wird und, ähm, ist das je nachdem? Oder muss ich die tatsächlich zweimal belehrten? Also du musst die zweimal belehrten. Einmal bei der Verhaftung. Mhm. Und dann, wenn du die in die Zelle steckst. Und bei der Aussage auch? Ähm, bei der Aussage nicht zwingend. Außer die ist dann, äh, vor, also, dass er nicht verhaftet wurde direkt, sondern vor Ort, dass gemacht wird. Okay. Ich find dieses bescheidige Gesetz mit dem... Ah, ich check das alles nicht mehr los. Oh Gott, check, check ihr das noch? Also jetzt... Ich hasse das Ding. Ich find das nicht mehr, das ist so dumm. Vor Ort, ist tatsächlich nicht vor Ort, glaub ich, die Aussage aufnehmen. Glaub ich. Aber der ist aus der Dienst, ne? Scheiße. Warum sind die Leute, die man braucht, ups, aus dem Dienst? Oh, ich kann, äh, an Lade fragen, siehst du? Oder Mom? Ja. Also, wenn ich die verhafte, ja, ne? Dann aber muss ich die nochmal vor den Zellen, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ich das nochmal vor den Zellen machen muss. Hallöchen, ähm, weißt du, welches Gesetz das war bezüglich des Ausweises? Ähm, weil es hieß... Bin ja aber gut, dass sie gerade nachhaken. Ist es mit den neuen Gesetzen doch jetzt so, dass keine Ausweispflicht mehr besteht? Hm? 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 Ach, genau, das war ja zwei Punkte, irgendwas. 5, 1, 13, 20, westlich, Brunus, Pitstop, Verkehrsüberwachung. Hm? 10, 3? Der Jastik-Ball-Fall-Life, ja, ja, du verstehst. 5, 2, 13, 20, westlich, Brunus, Pitstop, Verkehrsüberwachung. Check. Hm? Ja, hallo? Hey, hallo, der Wichtigste, danke nur für mich in diesen Abend. Du gehst ran ans Telefon, das heißt für mich schon 50% erfolgreich. Dir geht's gut? Alter Schleimer, ja, mir geht's gut. Okay, das ist gut zu hören. Falls du jetzt weitermachen musst, kein Problem, ich weiß Bescheid, ich bin glücklich, dankeschön. Ja, bist du nackt? Nein, ich bin im Büro. Okay, danke. Bis später. Okay, hallo, ich werde dich um den Kurs ab. Hoi, Kleiner, es rei dich, tschüss. Mhm, Kleiner, es rei dich auch. Ja. Ja, korrekt. Sie ist jetzt wahrscheinlich noch mehr verwirrt, ey, war das alles, ich höre, ich höre aber auch immer mal so, mal so, ne? Ich will mich in den Tanerkaffern. Wir haben so ein, äh, an den Kotler dann so gequatscht haben, dass wir das nicht auf dem Schirm hatten. Oh, ich bin gleich gespannt. Gut zu wissen. Mhm. Ja, dann können wir die Persönlichkeitsrechte einschränken. Korrekt. Mhm. Bild. Aber gut zu wissen. Gut, nee, das wollte ich tatsächlich noch mal nachfragen. Und hier im Schusel. 22 Uhr haben wir noch Frau Dibur. So, und zwar, also die müssen tatsächlich keinen Ausweis mehr beitragen, also mittragen. Ja. Aber wir hätten die trotzdem festsetzen können, um zu Identitätsfeststellungen. Oh mein Gott, was, wer hat denn... Ja, es ist einfach riesige, gigantische Grütze und ja. Also, wen ich da vor Ort gesehen hatte, war... Äh, wie hieß denn der? Die andere Streife, ne? Ne, nicht die andere Streife, ich meine tatsächlich von den Leuten vor Ort. Äh, was ist denn der? Ähm, irgendwas mit Junior. Ich muss gleich mal in das System gucken. Also, der war auf jeden Fall da, den kann man als Zeugen vorladen. Aber die werden eh nicht aufhören. Ja, dann schauen wir mal. Dieser Gurt, ne? Äh, ne. Ja, dann mach ich mich auch fertig, lass mal. Boah, dieser Gurt, ich werd noch... Meine Sicherheit geht ja vor, ne? Hallo. Aber der Gurt macht den trotzdem völlig, fühle ich ein bisschen. Ja. Ich, ob, ich brauch gleich kurz ein Gespräch mit dir, wenn die sind, wenn ich da vorhin behauen geht's wirklich. Oh ja. Ich muss gleich einmal ein kleines Gespräch, muss ich aber leider auch außer Dienst, weil ich einen Termin später hab. Mhm. Hallo. Ähm, eben wohnte eine Dame bei einem Verkehrsunfall angefahren. Also, die wurde angefahren. Äh, und wir haben ihre Personalie noch nicht, weil... Ja. Weil ja. Medics ist was. Boah, der Pulli, ich kann nicht mehr, ne? Äh, ja. Kurz einen Augenblick, sie ist noch im OP. Mhm. Alles klar. Oh, ne? Einmal kurz hier warten. Ich schick dann die Ärztin zu dir. Alles klar. Perfekt. Dankeschön. Gerne. Tschüss. 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 Ich will das ja einfach dekorativ an die Seite. Sehr hübsch. Ja, also... Mach mal in Flüsterstimme. Mhm. Wann belehr ich die Leute vor einer Aussage vor Ort? Das wurde jetzt einmal so und einmal so gemacht. Ich versteh das jetzt noch nicht ganz. Also, im Optimalfall machst du es tatsächlich vorher. Also, äh, Personen... Aber generell immer, wenn ich eine Aussage aufnehme, immer belehren. Egal, ob Tatverdächtige oder Zeuge. Wir haben ja unsere zwei verschiedene Texte. Also, das ist auf jeden Fall immer so. Egal, ob vor Ort oder sonst wo. Okay. Genau. Ähm, dann, wenn ich die Person festnehme nochmal. Genau. Und dann nochmal, bevor sie in den Zellen kommt. Genau. Also, dreimal insgesamt. Also, wenn du eine Aussage von der Person vor Ort aufnimmst, dann machst du das einmal. Wenn du die Aussage aber nicht vor Ort aufnimmst, belehrst du ihn, weil du ihn festgenommen hast. Und sagst ihm den Grund, warum er festgenommen wurde. Achso, okay. Und wenn die Aussage vor Ort stattgefunden hat, dann muss ich ihn bei der Festnahme nicht mehr belehren. Weil das habe ich dann schon. Ja, dann musst du ihn, hallo. Dann musst du ihn aber auch tendenziell nicht nochmal festnehmen. Ah ja, okay, das macht Sinn. Aber dass ich das vor dem, vor der Zelle machen muss, das wusste ich gar nicht. Genau, das steht auch im Polizeigesetz drin. Oh, dass er sich jetzt auch wieder komplett geändert hat. Ja. Das ist so beschissen. Müssen wir jetzt mal ein bisschen rausarbeiten, damit ich da die wichtigsten Sachen wieder habe. Das ist so nervig. Ja, ich muss mich auf jeden Fall auch da dran setzen. Ganz dringend so. Weil es hat sich teilweise so viel geändert. Und teilweise bekommst du halt auch gar nicht Bescheid, wenn sich da mal was ändert. Weil du musst halt gefühlt täglich nachgucken. Und gucken, oh, hat sich wieder was verändert oder nicht? Interessant. Nervig. Die Dame ist tatsächlich in der OP. Das ist aber krass. Man muss es recht stark abgeschoben. Warum sagen die das denn nicht? Ist das eine andere Meinung? Binka! Äh, kann nicht unbedingt. Bitte? Ich meinte nur Stinke. Na, selber. Oha! Okay. Das ist ein Freund. Als Larry letztens mit euch geredet hat, erinnerst du dich noch dran? Da hat ihr schon, dann vielen Dank für das Thema schon gern. Äh, PD für ihn. Ich glaube, ihr wart ihm sehr sympathisch. Na, das ist gut, wenn wir sympathisch sind. Ja. Ja, bin mal gespannt, was das wird. Dann gab es da ein Nein, jetzt ist doch wieder Gespräch und das ist, äh... Die überlegt jetzt doch wieder zu kommen, oder? Weißt du was, langsam würde ich ihm irgendwie wie ein Ball einfach in die Wand schmeißen, weil das Thema einfach... Ich will mir da auch keine irgendwie Hoffnungen machen oder sowas, weil das wird dann sowieso wieder... Ja, er pokert so gerne und treibt so Sachen gerne auf die Spitze. Und, äh, ja. Bin mal gespannt, was da jetzt diesmal wieder draus wird. Das letzte Mal ist ja eine Woche her. Ja. Das Ding ist halt, er muss sich halt mal entscheiden, ne? Es geht halt nicht irgendwie immer vor und zurück. Ja, er hat sich schon entschieden. Ich hab sogar ein Ziffer, wo es draufsteht. Er hat sich schon 20.000 Mal entschieden, dass er sich entschieden hat. Und dann entscheidet er sich doch anders. Und es sind viele Entscheidungen. Entscheidungen. Ich kenne nur, ich hab das jetzt wirklich seit so langen Zeit mit ihm. Das ist halt anstrengend, sowas. Es ist extrem anstrengend. Aber ich glaub, weiß ich nicht. Das könnte Vor- und Nachteile haben. Dass er wieder im PD bzw. SO ist, oder wie? Genau. Also, erfahrungsgemäß hilft es zum Beispiel, dass man eben über Antenna-Sache reden kann. Definitiv, ja. Ähm. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Man kann dann eher über den Tag reden. Was lief scheiße, was nicht. Ähm. Auch über Fälle zum Beispiel. Erfahrungen austauschen. Was aber auch eben ein bisschen schwierig ist. Ähm. Je nachdem, wie festgearbeitet man ist zum Beispiel, kann es halt passieren, dass man weniger Zeit voreinander hat. Ja, ja, das ist, äh, tatsächlich schlagen da zwei Herzen in meiner Brust die einen, die halt denken, ja, wäre ganz cool, gerade wegen der interne Sachen auch und, äh, weil man einfach auch frei reden kann, weil er up to date wäre, vor allem bei ganz vielen Sachen und, äh, vielleicht kann man sich gegenseitig auch an Sachen erinnern und so, also eigentlich nur positive, also nur Vorteile, aber es gibt ja so, das, was du gerade erwähnt hast und auch so Sachen wie, was ist, wenn das zwischen uns irgendwann nicht mehr ist? Dann haben wir trotzdem irgendwie die gleichen Arbeitgeber und das, das finde ich so unangenehm. Deswegen, ich würde zum Beispiel, Ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt singe wäre, So, im PD, ich weiß nicht, wenn es dann nicht funktioniert, dann sieht man die Person doch jeden Tag, ne? Das ist so komisch. Hm, kommt halt drauf an, in welchem Department man ist, ne, am Ende des Tages. Ja, okay, das stimmt schon. Aber man hört die Person im Funk, sagen wir mal so. Mhm. Und, äh, ja, ich weiß es nicht, äh, 4156, ähm, Davis PD. Aber die Erfahrung hier hat den, die wäre natürlich ganz nice für das PD, ne? Ja. Ich meine, ähm, er muss halt leider aber auch gewillt sein, neue Dinge zu lernen und sich zu erneuern und, naja, letztendlich schneller zu werden. Weil, also, im Sao nicht ganz so extrem, aber unser Beruf ist halt deutlich schneller geworden als das, was er davon damals noch kennt. Ja, mit der Schnelligkeit hänge ich auch manchmal ein bisschen hinterher. Das ist... Manche fühle ich mich, als wäre ich eigentlich ganz alt. Aber bin ich ja gar nicht. Ich meine, es ist eine gewisse Art und Weise Gewöhnungssache. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich habe es damals gesehen, als er schon mal im PD wieder war. Er ist manchmal zu langsam. Und seine Ansichten dahingehend sind manchmal sehr verquer. Ich weiß. Die sind teilweise zu persönlich. Also er verteidigt seine persönliche Ansicht über bestimmte Dinge eher... Anstatt einem Befehl zu folgen. Zum Beispiel. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Oder dem Dienst nachzugehen, wie es sein sollte zum Beispiel. Weil das dienstliche Interesse ist ein anderes als das persönliche Interesse. Stimmt. Ich meine... Persönlich gesehen würde ich zum Beispiel niemals einer Person irgendwie schaden wollen. Im Gegenteil. Wenn ich aber gezwungen werde, im Dienst eine Person einzuschränken, in irgendeiner Form bin ich... Dann muss ich handeln. Aber das ist mein Job. Ja. Mann, der könnte sich echt gut mit dir unterhalten. Aber er meinte, er ist da, wo er ist. Bei deinem ist dieser ja eigentlich glücklich. Jetzt steht es halt doch wieder im Raum. Und was soll ich da als Freundin denken? Also irgendwann nimmt man ihn nicht mehr so ernst. Verständlich. Auf jeden Fall wirklich... Muss ich wirklich sagen, der liebste Mensch hier... Einer der liebsten Menschen hier interessanter ist es für mich. Aber das ist ein Problem. Das Ding ist... Du hast ihn ja völlig anders kennengelernt als ich zum Beispiel. Ich finde es ihn an sich sehr, sehr freundlich. Aber was so PD-Kompetenz angeht, schwierig. Ja, da stecke ich aber auch nicht so drin. So im Internen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie das bei ihm damals war, das weiß ich nicht. Also, das hat er wirklich... Angenehmen Dienst noch. Ja, tschüss. Ja, mach ich. Ich meine, das ist halt immer nochmal ein Unterschied, klar. Hinzukommen, dass... Meines ist ja mittlerweile auch schon eineinhalb Jahre veraltet, weil vor eineinhalb Jahren war ja das letzte Mal im PD, also... Ah, oh mein Gott. So lange ist das her? Mhm. Oh. War der nicht zwischenzeitlich nochmal? Oh Gott, ich bin mit ihm zusammen. Ich sollte das wissen, aber... Der war doch zwischenzeitlich nochmal im SD. Nee, nee, der war nicht im SD. Der war hier im PD. Also, der war... Genau, und danach war er aber nochmal im SD. Da mit Kowalski. Ich weiß noch, wir waren bei... War ich brause bei der Feier? Ja, da wurde er... Konnte er da mit den Kollegen nochmal reden, die ihn da irgendwie wohl doch zurückhaben wollten. Und ja, irgendwie sowas. Aber ich weiß halt nicht, ob er aktiv im Dienst war. Keine Ahnung. Ich weiß nur von dem Mal, wo er hier im PD eingestellt war. Und... Sein Handeln war halt sehr, sehr langsam. Mhm. Und das funktioniert zumindest nicht im PD. Und du messt auch schon eher, weil es da eher entspannter ist, ein bisschen gemütlicher. Ja, der gehört auch an den Norden. Ja. Aber selbst da haben sich halt Sachen verändert. Ich meine, schon alleine von danach, wie Sachen gehandelt werden. Damals war das dann noch alles noch viel laxer als jetzt. Die hatten aber auch deutlich weniger... Die hatten auch deutlich weniger Personal. Mhm, ja, das hat er mir ja damals gesagt, dass er da gekündigt hat. Oder gekündigt wurde er. Er hat gekündigt, genau. Dass er halt nicht die Kapazitäten hatte, die es heute gibt. Also da irgendwie nur, weiß ich nicht, ein, zwei Männchen oder so. Und er weiß, er war ja auch ausgebildet. Mein Termin ist vorbeigesetzt. Moment. Genau, da habe ich dann gleich noch einen Termin. Ich meine, ich sage es ja so, wie es ist. Ich persönlich sehe ihn nicht mehr im PD. Aber das, also zumindest im PD. Aber es ist eher so eine persönliche Meinung, wie ich die Sachen mittlerweile so beobachtet hatte, vom gänzlichen Verhalten drumherum und alles. Ich glaube, es würde ihn viel zu fertig machen, wie militärisch es zum Teil zugeht. Also es geht halt sehr nach Struktur-Hierarchie-mäßig. Und das ist halt eigentlich nicht so sein Ding. Er ist immer so ein bisschen Best Buddy mit allen. Nicht nur, ja, ja, Best Buddy ist auf jeden Fall. Aber er ist auch, ich glaube, Larry hat ein Problem, oder ich weiß nicht, ob es das damals schon so war, ein Problem, sich unterzuordnen. Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, im SD sehe ich ihn schon. Und ich sehe Larry irgendwie immer in so einer Vertrauensposition, jemand, den man sich anvertrauen kann und sowas alles. Oder so eine Beratende. Oder auch Ausbildung irgendwie. Ich weiß, dass das natürlich ganz anders jetzt ist. Aber da sehe ich ihn irgendwie schon. Aber ich stecke da auch nicht so tief drin, ne? Du hast ja nochmal eine ganz andere Sicht drauf. No. Wie gesagt, aber ich kenne ihn halt persönlich nicht wirklich. Das Persönliche, das kannst du nur einschätzen. Weil du Seiten vor allem kennengelernt hast, die uns einer ja nicht so kennt. Ja, er ist ein ziemlicher Dickkopf. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass er sich, dass er unter jemanden arbeiten kann. Oder ich glaube, er ist eher ein bisschen... Ich glaube, er hat, nachdem er nicht mehr beim PD ist, einfach, was ist es, bei Dynasty, er ist da aufgestiegen. Und ich glaube, es wird ihm schwerfallen, sich irgendwie nochmal unterzuordnen. Weil er war ja der Sheriff im Norden. Und da gab es halt Herr Weiß, der ja über ihn war. Und sonst nicht so viele. Und ich glaube, das wäre... Das wäre ein Problem. Aber das ist einfach nur Glauben, nicht Wissen. Aber er ist ein ziemlicher Dickkopf. Das ist er wirklich. Also, aber im Privaten. Ich kann nicht sagen, ob das auch dienstlich so ist. Ich befürchte es, aber ich weiß es nicht. Also, ganz ehrlich, ich glaube, es kann passieren, dass er zum Beispiel mit Frau Sykes aneinander geraten wird. Weil sie wird ja, sobald ihr Praktikum im PD durch ist, wird sie ja wieder Commander im SO unten. Und im Operations-Bereich. Also eben praktisch das, was ich auch gemacht hatte. Und mein Partner auch noch. Ja, 5 aktiv. Und sie ist sehr streng. Also, Kate, also Frau Sykes, ist auf jeden Fall extrem bewachsen. Ja, hört. Und nicht nur die Einsatzlage oder die Kapazität in der Stadt. Definitiv. Aber dadurch, dass sie halt sehr dominant geworden ist und auch sehr streng geworden ist. Also, sie ist fair. Das steht ganz außer Frage. Ja, dann würden wir vorhin noch 10,5 Minuten in der Sache und dann in der Aufwärtssucht haben. Aber ich glaube, das könnte ein Problem mit ihm, mit seinem Ego geben. Ja, ja. Oh, da spricht sowas an. Ja. Ich meine, ich habe auch meine Problemchen. Ich bin auch nicht perfekt, aber ich kann eigentlich, ich kann mit Larry gut, also viel, viel besser reden. Und der gibt auch Fehler von mir zu und sowas. Das klappt schon, aber wie gesagt, die Zeit nur im Privaten. Ah, ich glaube, da kommt die Dame. Nee, das ist er gar nicht. Nee, das sind von vorhin. Oh, was für eine geile Klamotten. Da hat jemand Geld. Meine Klamotten? Hä? Nee, das ist einfach nur mein Lieblingspulli und mein Kampfpulli. Oha. Lachst du mich etwa aus? Nee. Ich habe mein Lieblingschat gerade eben nach oben gebracht in unserem Heli-Shunk. Oha. Sieht mega gut aus. Ihr seht jetzt wenigstens aus wie, ähm, teilweise wie wir. Das sind so gruselig. Auch du mit meinem schwarzen Heli-Shirt. Das hat Ähnlichkeiten, glaube ich, hatte Ähnlichkeiten mit deinem Outfit damals, als wir dich da von dem Dach gepflückt haben. Oh Gott. Oh, das war, ja, wo ich mal wieder niedergeschossen wurde. Mhm. Hey, äh, Frau Karte. Ja? Mal wieder niedergeschossen. Ja, das passiert häufiger. Also mittlerweile habe ich mehr Verkehrsunfälle, als, ähm, dass ich eingeschossen werde, aber, ja. Gibt es hier Stempelgarten? Ja, ja. Hab ich schon angefragt? Das hat immer regelmäßig Glück. Ja. Und ich habe mir vielleicht letztes Mal einen Fuß gebrochen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Marcel. Fallschirmunfall. Fallschirmunfall. Ja, ja. Irgendwann, ne? Hätte schlimmer ausgehen können. Ich hätte ziemlich matsch sein können. Mhm. Weil. Irgendwann kann man nicht wirklich nur noch ein Luftpolster voll hier einpacken und aufs Bobbycar setzen. Also ich kann an zwei Sachen, ich kann an zwei Sachen nix. Daran, dass mein Notfall, äh, nur mein Notfallschirm aufgegangen ist, aber nicht mein Hauptschirm. Und dass da ein scheiß Schild war, was mich aufgefallen hat. Weil da bin ich mich hängen geblieben. Ja, ich habe einen Zugausfall. Oh Mann, so scheiße. Und Werbeschild genau an den Lichtern. Wir können mit Skinner versuchen, um die Psychologie, der will, ich glaube, das ist schnell für dich. Das ist ja die Zeit schon vorbei. Man muss ja jetzt relativ schnell sein, blablabla. Hab mir getan, als ich aufkam. Dass er sich denkt, jetzt erst recht. Einfach mal versuchen. Check. Wie gesagt. Können wir dir mal zeigen, wie man richtig Fallschirm springt? Hallo, ich bin schon häufiger Fallschirm gesprungen. Normalerweise funktioniert das gut. Ich bin auch nicht gegen den Zaun. Doch, ich bin ein... Nein, ich bin einmal im Zaun fast drüber hängen geblieben, aber es ist okay. Oh Gott. Mach dich besser. Aber ich glaube, das Schlimmste war jetzt tatsächlich der... Pass, jetzt ist die Frage. Hast du den, äh, hast du den Schirm selber gepackt oder hat den jemand anders für dich gepackt? Beim zweiten, beim dritten Mal habe ich den selber gepackt. Aber ich bin... Jetzt, wo der nicht aufgegangen ist? Genau. Das Problem war aber auch tatsächlich, das war eine Verkennung von bescheuerten Umständen, ja. Ich bin sogar... Ich glaube, ich bin sogar im Helikuts hängen geblieben wegen irgendwas. Ja. Einfach ja. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich nicht eingestempelt. Ich weine gerade. Ich glaube, ich habe mich nicht eingestempelt. Okay. Aber ich habe... Du wirst lachen. Ich habe mir letztens wieder eine Liste zukommen lassen, wie viele Behandlungen ich mittlerweile im MD hatte. Ich muss den mal auch zählen. Das musst du mal auch zählen. Ja, ja. Deswegen weiß ich, dass VUs mittlerweile die häufigeren Sachen waren, weshalb ich hier war. Also keine... Nicht mehr so viele Schusswunden. Es ist etwas. Doch, ich habe es gar nicht mal gemerkt. Es wäre nur schön, wenn ich mein Dingens wieder erhöhen könnte. Den Zeitraum, wo ich hier im MD liege. Ja, regelmäßig vorbeikommen zur Vorsorgekontrolle, ne? Ja, das bringt ja nichts. Ich glaube, einmal im Monat übernimmt es die Versicherung. Ja, aber ich meine, im Augenblick lande ich fast wieder jede Woche hier. Ja, aber guck doch mal. Wenn du zur Vorsorge kommst, dann nimmst du vielleicht im Fluch diesen Besuch vorweg. Weißt du, was ich meine? Ne, weißt du, was das Problematische ist? Miss Sykes ist nicht mehr so viel im Dienst und die hat das im Abgefangenen-Görtenzeitlern. Du hast deinen Fluch wieder. Ja. Deswegen sag ich doch, komm einfach regelmäßig zur Vorsorge, lass dich durchchecken und guck, ob das vielleicht einen Auswirkungen auf den Fluch hat. Weißt du, was ich meine? Quasi den Fluch auszutricksen nach dem Motto, ich hab mich doch diese Woche schon behandeln lassen. Also, ne? Guck mal hier, Fluch. Ich war doch diesen Monat diese Woche schon im MD. Oder Exoskelett. Das MD baut mir ständig meine Platten wieder aus. Das heißt, ich kann nicht zum Dingens werden. Zum Terminator. Ja, oder zum Raywalk in dem Fall. Ich hätte ja jetzt Rayminator gesagt, aber Rayminator ist auch geil. Das klingt gut. Der Rayminator. Ja, mal gucken, wie es zukünftig wird. Kann vielleicht sein, dass ich am Dienstag wieder hier lande. Mal gucken. Warum, was am Dienstag? Termine, wichtige Termine. Ich muss da ganz kurz wieder... Hoch... Tieffallende... Ja, also tieffallende Termine, vor allen Dingen. Falsche Schwingen? Vielleicht. Um wie früh muss ich mich in den Dienst setzen, damit ich in Zweifel mit dem Heli kommen kann und mich wieder abzuholen? Ab 21 Uhr. Ich halte mich mal grundsätzlich bereit, ne? Aha. Ja. Meine Güte, ey. Du machst Sachen. Ja. Wenn man außen diestet. Ja, wir warten noch auf ne Patientin von euch. Okay, vielleicht zeige ich dir mal eben ein neues Flugshirt. Oh, dann beeil dich. Schnell. Ja, natürlich. Wow, ich kenne mittlerweile niemanden mehr vom MD hier. Sei froh. Also, so viele kenne ich auch nicht mehr, aber es bessert sich gerade wieder. Aber ist dir der Doktor mit der Honigstimme noch hier? Ist dir der Doktor mit der Honigstimme? Äh, der Sexarzt. Also. Ach so, ähm, ähm, ähm. Nico. Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ich habe mich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Obwohl, er hört kenne ich und, äh, äh, Luna Green kannte ich, äh, auch. Ja. Ja, gut. Ähm, dann einer anderen Chefärzte, Pio, heißt er mit Nach-, äh, mit Vornamen, aber wie er, Nachnamen heißt, weiß ich nicht. Ähm, Sarah Thompson, die ist sehr, sehr gut. Ah. Vor allen Dingen in Physiosachen, zum Beispiel, wenn du was mit der Wirbelsäule hast, in irgendeiner Form, zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Hi. Ja, check. Hi. Ist das, ist das die Knochenbrecherin? Ja. Hallo. 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 So. Wir haben uns vorhin schon mal kurz gesehen. Genau. Ähm, wegen eurer Patientin, oder sind sie die Patientin gewesen? Nee. Wir müssen hier. Gut. Ähm, wir bräuchten noch ihren Namen tatsächlich. Habt ihr den Firm mal für uns? Ich glaube, die hat Schmerzmittel, oder? Ja, ja. Naja, dachte ich mir schon. Äh, Philomela Dimitropolis. Check. Wie bitte? 415 für die Latschelbekommen. Philomela Dimitropolis. Wie interessiert? Ja, weil er macht die Antwort. Genau. Gut, den Vornamen werde ich schon finden. Wirklich, die Antwort, ja. Ja, genau. Nee, die ist noch ziemlich benommen nach der OP. Also, ich weiß nicht, ob da jetzt sinnvolle Informationen rauskommen. Ja, tendenziell nicht. Nee, eher nicht. Okay. Interessanter Name auf jeden Fall. Ähm, habt ihr vielleicht noch Informationen, was da passiert ist? Weil irgendwie konnte uns niemand wirklich was sagen, außer, dass sie angefahren wurde. Gut angefahren, aber ich bin, also die einen haben gesagt Wagen, die anderen LKW, ich weiß das selbst deswegen nicht genau, aber verletzungsmäßig wahrscheinlich eher Wagen, nicht? Mhm. Also Knie und Unterschenkel sind getroffen in dem Moment, also, ja. Also schon von, zumindest von der Schnauze was Höheres. Ja. Wenn es das Knie ist. Ja. So hoch halt auch wieder nicht, aber ja. Nee, also, ja, also LKW kann ich mir, also weiß ich nicht. Ja, dann hätte sie eher weiter oben verletzungen. Genau, Kopf ist soweit auch in Ordnung. Ähm, ja. Schwierig. Okay. Also verletzungsmuster eher Knie-Unterschenkel, das heißt unten eher getroffen worden. Richtig. Interessant ist halt, dass sie nicht irgendwie, ähm, noch andere Verletzungsmuster hat, zum Beispiel vom Aufschlag zum Beispiel. Ich glaube halt mehr, dass sie wie weggeknackt ist, direkt halt mit dem Bein so. Ja, denke ich auch, genau. Und deswegen halt, dass da nicht noch irgendwie groß aufgefallen ist, dass das meisthalb vom Knie gefallen wurde. Ja, eben. Und so Prellungen, Blutergüsse, das kommt ja immer alles erst stückweise. Das ist ja nicht sofort da. Also, sie wird bestimmt noch die ein oder andere Prellung haben. Aber sie war jetzt auch nicht bei Bewusstsein, als sie hier angekommen ist, ne? Sie hat das Bewusstsein verloren, ja, unterwegs. Deswegen konnte man da auch nicht mehr so viel nachfragen. Eine Information von der SO-Leitstelle. Alles klar. Du weißt schon mal Bescheid. Genau, wir wissen auch nicht, ob wir sie hier behalten. Müssen wir gleich mal gucken, wie es ihr geht. Wenn sie ein bisschen klarer ist, ob sie nach Hause kann oder ob sie immer nachts hier bleibt, das entscheidet sich erst noch. Ein Zivilist meinte, er steht auch schon seit einer Dreiviertelstunde bei den State Park Rangers, ist keiner vor Ort. Okay. Wird nicht im Punkt gemeldet, da wir auch aktiv mit einer Person im Punkt. Na dann, danke schön. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Gleichfalls. Danke, gleichfalls. Sie auch. Und schöne Grüße nochmal an Marcel. Und eine aktive Geiselnehmer. Gehen wir weiter. Deswegen, das wird alles mal abgedrückt. Ich habe kein, derzeit befindet sich kein aktiver SASP Ranger im Dienst. Komm. Wild. Das ist ja richtig wild. Ja, ich möchte jetzt aber auch alleine in den Feierabend. Ich habe wahrscheinlich mein Auto verkauft. Ja, das ist ja richtig wild. Oh, das blaue, was du auf den Start hast? Genau, genau. Der Biode-Kasten. Nice. Ja. Okay. Macht sich mit. Hier wurde so wenig gefahren, ist halt zu schade, um ihn einfach stehen zu lassen. Mhm. Apropos bis zum... Funk-Check. Au, mein Ohr. Check. Ja, ich bin morgen auch da. Nein. 5-1-3 für ASO-Leitstelle kommen. Nö, sie kommen. Nehmen Sie wieder den aktiven Streifendienst auf, weil beim State Park Ranger niemand mehr ist. Nein. Ja, vielleicht kann ich dich beanspruchen. Wir sind gerade dabei. Ich komme. Ja, ich versuche mal morgen wirklich ein bisschen früher. Äh, Moment, ich bin mir ganz kurz. Da, 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 da. Check. Und dann fahren wir hier lang. Boah, der Kopf ist heute auch so voll. So, dann mache ich jetzt, sag ich, den Verkauf. Dann, äh, mal gucken, ob Larry heute sagt, ne, doch nicht für die, dann wieder doch. Check. Also, ich meine, das ist ja auch gar nicht böse, ne? Ich, äh... Ne, aber... Kleine, es ist halt nervig auf der Herzen. Ja, es ist halt... Irgendwann nimmt man es nicht mehr ernst und das ist so doof. Und, äh... Also, würde sich jetzt dafür entscheiden, nehme ich alles zurück. Aber wenn es wieder so eins ist, ich pokere mal und dann, äh, sage ich irgendwann, ne, doch, nö. Weil ich einfach nur will, dass ich gebraucht werde oder irgendwie sowas. Äh, weil, wer hat schon... Also, ne, es gab ein Gespräch, ich war dabei. Also, das ist schon, äh, für ihn sehr positiv. Und, äh, wenn das jetzt halt wieder für mich ist, dann ist man auch irgendwann einfach mit, ja, mit den Lateinen am Ende. Dann kann man es einfach nicht mehr ernst nehmen, das ist das Problem. Ist halt so. Das ist dann leider wirklich so. Ich würde mich für ihn voll freuen, wirklich. Ähm... Aber ja, das hin und her ist das Problem. Nicht, dass er da wieder hin möchte oder nicht hin möchte, das ist gar nicht. Ach, hin und her. Ich glaube, man würde sich vor allen Dingen erstmal freuen, äh, wenn er sich überhaupt erstmal fest entscheidet und sagt, ich bleib jetzt wirklich dabei und nicht immer in dieses, ähm, ja, vielleicht doch oder nee oder... Ja, ja, genau, das ist es nämlich, das ist es, weil, äh, ich, ich, wie soll ich hinter ihm stehen, wenn das einfach sich ständig ändert. Und vor allem, ich arbeite beim PD, das ist ja auch so ein bisschen doof, wenn das irgendwie von außen dann, weiß ich, okay, alles gut, das ist alles in Ordnung. Ja. Müssen wir tanken? Ja. Ah, ja, ja, Sekunde. Wir sehen euch. Was ist denn hier los? Wann fährt er hier hin? Ist irgendwas passiert? Ich frag mich eher, warum der... ...un Sporter offen war. Ja, ja. Ähm... Also manchmal macht das... Manchmal macht das M die auch Bewegungsfahrten. Die fahren dann einfach erstmal rum und kann sein, dass die dann irgendjemanden... Falls sie mal irgendjemanden unterwegs sind oder ähnliches. Das ist eigentlich immer ziemlich cool. Ja, das stimmt. Das ist wirklich gut. Boah, ich hab heute tatsächlich... Sophie war ein bisschen los, aber ich hab tatsächlich viel gelernt. Ich sollte viel, viel öfter in den Dienst noch. Ich kann das bald machen. Ich wollte gerade sagen, ganz entspannt. Deine Freundin, der Umzug, der ist erstmal wichtiger. Ja, ja, ja. So. 4, 3, 3, 4, 10, 20. Bleib mir selbst an der Stelle. Check. Quetsche mich mal hier durch. 4, 1, 5, 10, 20. Nordseite, wie bitte hier verkehrsüberwahrung. Übrigens, was ich super eigenartig finde, ich wurde ja erst degradiert auf Sergeant, ne? Echt? Oh, okay. Ja, ja. Wegen dem Gerüst und Fehler, ich hab den Chief angelogen. Ähm, ja. Und, was super eigenartig ist, ich werde potenziell zeitnah Assistant Chief. Wie Assistant Chief? Was? Wie? Was? Wie? Der Perro. Also du bist, wirklich Assistant Chief von der Perro dann? Mhm. Oh Gott, wie cool ist das denn? Oh, darf ich schon wieder von schlagen? Ist, ich, ja, ich schätze schon. Also ich denke, dass es fest ist, also. Oh, Glückeln-Schwey! Oh, verdient, die es verdient. Oh, du hast eine tolle Karriere beim PD, oder? Ja, also es ist das erste Mal, dass ich degradiert wurde, also ja. Ja, jetzt abgesehen davon, aber ich weiß nicht, als du einfach nur die Nachbarin warst, die mir Pizza gegeben hat. Ja, und mit der du unterwegs warst, bei den Schweinen, mit Scania Junior und beim Festival herzulang. Ach so, da ist ja gar keine Einbahnstraße. Ja, ich fahre immer zur Sicherheit hier lang, weil es sind so viele Einbahnstraßen. Und ich habe mir angewöhnt, immer nur durch diese Kasse jetzt zu fahren, weil ich weiß, dass es richtig ist. Was ist hier? Ah, da ist wieder zu unabber meint. Ach, mein Fahrrad steht auch noch, sehr gut. Bist du ein Fahrrad hier? Mhm. War ich mal hinten auf dem Hof? Ein wenig Sport und so. Warte, ist jemand mit dem Buggy gefahren? Das habe ich gesehen, beim Streifenblatt, da war ich schon ein bisschen... Ja, das war ein Auto tatsächlich. Ja, ja. Bin mir ein bisschen neidisch. Oh, ich würde so gerne nach der Pirro machen. Komm, komm, komm mal mal bei dir von. Ja, ich würde es gerne machen, aber ich will nach der Pirro, mein... Also, Norden, der Pirro, ich bin so verwirrt in dieser Zeit. Ja, ich bin so verwirrt in dieser Zeit. Na, check, hat die Pidi-Leitstelle so mit von? Zack, Pidi-Di-Sichtende. Oh, ich will nicht auf, ich soll zwei Minuten. 4-3-0-S, 10-20, immer Pidi, 4-3-0-S, nimmst dich auf. Check. Ja, aber schau einfach mal ganz entspannt, wenn es jetzt wieder ein bisschen besser wird. Vielleicht kannst du ja deine Module machen und Schulungen. Check. Dann bist du schneller wahrscheinlich O2, als du gucken kannst. Oh, ich war dann gerufen. Okay, ich mach schon mal. Okay. Flööchen. Hallo. Mal gucken, was du als O2 für O2 nicht brauchst. 25, 23, sehr eine Tankstelle. Also, so ein Aktenschonungsmodul wäre generell mal ganz cool. Mhm. Aber ich muss erst... Ich muss jetzt meine Sachen festlegen. Ich kann doch gar... Ich will doch gar nicht an sowas denken. Wie gesagt, das ist doof gerade. Alles gut. Alles entspannt. Aktenschulung hast du sowieso für O2. Also, das ist mir so angedacht. Ähm. OHK, also Orts- und Häuserkampfen, wird dann anstehen. Das ist auch ganz ziemlich cool. Potenziell mach ich das auch. Ähm. Mehrkampfmodul ist auch witzig. Mehrkampfmodul, okay. Einfach mal mit Kollegen alles aufs Maul geben. Und lernen, wie man sich verteidigt. Und... Kann ich das mit Herrn Reyns... Nein, ja. Bitte nochmal. Wenn er dabei ist, kannst du das auch mit ihm machen. Ich wette, der wird das sogar machen. Ja, einfach aufs Maul geben. Das ist immer ganz geil. Ja, wahrscheinlich bin ich dann diejenige, die dann liegt. Scheiße. Die war doch nicht cool. Ach, wir heben dich wieder auf und dann versuchst du es nochmal. Ja. Äh, ja. Du weißt, 13, 20. Vor allem, Herr Feuern und Befragung ist ganz cool, wenn man das von Mr. Kurayame lernt. Der kann das sehr gut. Befragung. Weißt du auch was, was mich interessieren würde? Mhm. Ja, okay, dann... Alles klar. Geh ich mal aufs Dienst, dann... Pass auf dich auf. Passen Sie auf dich auf, Frau Kater. Und, äh... Gleichfalls. Bitte nicht wieder mit dem Dealern. Nicht, ich geb mir Mühe. Bye. Bye. Bis morgen. Morgen. Oh, schönen feiern Abend. Ciao. Äh, hallo? Okay. Boah, das war heute zu viel, ne? Ich will nicht mehr. Ich will kein PD-RP mehr haben. Verstehe diesen... Also, war voll Nervenkitzel, ne? Also, du, weil ich nichts kann, weil ich weiß nicht, was ich mache. PD19 meldet sich ab. Ich schwöre, ihr habt doch mitgehört, dass andere auch einen Check kriegen, oder? Also, das ist bei anderen gesagt, wir checken. Ich bin doch nicht bescheuert, oder? Ja, aber eher selten. Echt? Ah, okay. Aber irgendwann kriegen wir auch einen, irgendwann. Alles da, alles nah. Ja, ich glaube, ich hab alles. Über im Mittagsrum. Weißer Mittel. Ja. Ja. Und warm. Okay. Hallo Jane Also jetzt bin ich fertig mit Arbeiten und hätte jetzt Zeit Ja, perfekt Ja, ich würde nur dann ganz kurz nochmal zur Yin-Yang-Tankstelle fahren und ich wäre so grob in 5 Minuten da treffen wir uns oder soll ich irgendwo hinkommen mit dem Auto einfach mal? Ähm, ja Beim Lolita? Äh, zum Friedhof Der in der Stadt Ich weiß, der Parkplatz da, ne? Genau Okay Also nicht an der Kirche, sondern auf den Großen Okay, alles klar Dann bis gleich Bis gleich Oh Gott, ist wir hin Nein, Jane ist lieb Da muss ich mir keine Sorgen machen Audi, Ari Ich bin gerade in dem Termin Gut, bis später Audi Ja, Lami Ganz kurz, weil ich gerade Zeit habe, weil ich jetzt gleich fahre Ähm, ich habe zwei unbekannte Anrufe bekommen Die waren aber sehr seltsam Äh Ich habe auch einen bekommen Auf den Frühjahrtstab Echt? Äh, warst du da? Hast du abgenommen? Nee Okay, dann hör zu Ich war, äh, ich bin ja als erste gegangen am Freitag Und ihr wart ja noch alle auf dem Dach Und so, ne? Und ich bin dann ins Taxi Jo ist irgendwie mit eingestiegen Und, äh, ja, war hier, äh, privat Jo und Barbara hatten irgendwie gequatscht am, ähm, Code Center oben Und, äh, da habe ich einen, äh, da habe ich auf die gewartet und habe einen bekannten Anruf bekommen Da hieß es, das Scheiß-Tor bei Alice Taxi sei schon wieder auf, wie soll das das zumachen? Da habe ich den beiden Bescheid gegeben und bin dann, äh, zu Alice Taxi Und das Tor war aber zu Das war nicht offen So Dann habe ich mich aber noch umgeschaut Ich habe oben auf die Dächer geschaut Ich habe überall, ich schwöre, ich habe überall hingeschaut Und, äh, nichts war zu sehen Und dann wurde ich, als ich weggefahren bin Da war ich gerade so höher MRPD Da wurde ich nochmal angerufen Und dann hieß es, ja, äh, dann haben sie das Tor jetzt ja zugemacht Äh, das konnten wir gerade beobachten Und das war alles so weird Äh, aber das sind die zwei unbekannten Anrufe gewesen Deswegen, irgendjemand lag da wohl auf der Lauer Aber ich konnte wirklich niemanden sehen Und ich frage mich, wer Also, Jo hat mich angeschrieben und meinte, ne Das ist ein Taxi Das Taxi, das ich gefahren bin Das habe ich nämlich, äh, aufgetankt Und ich habe es dann abgestellt und abgeschlossen Bin ich mir hundertprozentig sicher Das Taxi stand offen bei Alice Taxi Und, äh, der Tank war leer Hat irgendjemand von den Leuten, die gekündigt haben Denn noch funktionierende Schlüsselkarten? Nee Bist du hundertprozentig sicher? Ja Okay, weil ich kann mir das absolut nicht erklären Das ist alles im gleichen Abend passiert Ja, aber von den Leuten, die gekündigt haben Es sind halt noch Freunde von denen im Unternehmen, ne Ah, okay, ja Hm Also Weird Ganz, ganz komisch alles Zu Jo habe ich noch gesagt Oh, ich habe jetzt das Tor aufgelassen Aber das war, als ich wusste, ihr seid noch da Ne, wie gesagt, als ich ankam, war das Tor auch geschlossen Dann habe ich gesagt, ah, ihr lasst das Tor mal offen Die anderen sind ja auch da Aber das kann nur Jo gehört haben Sonst kann es keiner gehört haben Das ist komisch Okay, also ganz wichtig Wenn sowas passiert, würde ich auf jeden Fall da nicht gucken Und, äh, ne Ja, aber Würde ich da schon mal gar nicht hingehen Weil die, äh, die haben E-Security Die machen auch, äh, das Tor zu, wenn die das sehen, ne Ach so, das wusste ich nicht Ja, das war nicht gerade klug von mir, stimmt Ich glaube, da steht die Nummer auch im RTP Vielleicht kann man die dann anrufen und da hinschicken, weißt du Okay, dann mache ich das das nächste Mal Ansonsten, äh Ja, ich weiß nicht, ist komisch Warum ruft man den Unbekannten, also Das verstehe ich auch nicht Vor allem, wer, wer soll es denn gewesen sein Wer, wer soll das gewesen sein Wen interessiert es denn auf das Tor zu Ist Eben Ja Also ich fand das auch als, mehr als seltsam Hallo, guten Tag Einen wunderschönen guten Tag Na gut, muss man mal gucken, ne Musst man mal gucken, okay Ja, falls irgendwas ist, wo ich irgendwo mithelfen kann Sag mir einfach Bescheid Scheiße, guck ich mal Ja, falls du noch mal sowas hörst, sag auch immer Bescheid, ne Mach ich, mach ich Ich bekomm so viel nicht mit, einfach Ja, ne, mach ich Okay, danke dir Später, tschüss Ciao Das war doch der Anwalt, mit dem sich er weiß geblieft hat Was muss ich jetzt mal meinen Verbandskasten nehmen, Mann Ja, Moment, ich kann nicht Könnt ihr, könnt ihr Balken wegmachen, weil ich kann, ich kann grad nicht, also damit ich das direkt lesen kann Weil ich hab nur grad einen schwarzen Balken und einen Text darunter Achso, hab ich den Essens-Bug schon wieder, oder wat Ist offen, was Lynn meint Ja, aber mein Discord ist so schmal, ich kann's nicht sehen Ich kann nur das von Nico gerade sehen Qualität irgendwie besser, oder spinne ich Die ist besser, wegen Redux und Äh, äh, hier ReShade, also ich hab ein bisschen dran geschraubt Achso, okay, okay Ja, dann, äh, esse ich jetzt gleich mal mit Ariane Ich muss sowieso mal kurz Ne Hose Ich hab ja gerade gesehen, wir haben nichts bei ihm, deswegen hab ich ganz schnell was getrunken So Ah, okay Ich denk mal schon, dass sie mir das sagen dürfte Das ist ja ein Bug, das ist ja kein Spielgeschehen, oder? Also ich weiß es nicht Ich wollte, also, ja, okay, das ist doof Aber ich wollte eh was zu essen holen Deswegen hab ich die auch nicht Weißt du was? Packt mal eure Autos an, das Mann Geht los Ich denke, wenn's ein Bug ist, dann kann man doch wohl, also, ne? Einig Ah, dankeschön, Herr Hörth Frau Banze ist wirklich alles sehr lieb und nett Allerdings sollte dies auch genau andersrum sein Sie kann nicht, dass das Angebot angenehm würde Wäre das einfach falsch, es tut mir so leid, dass ich mich so ungewöhnlichen Verhalten habe Nein, Herr Hörth Ariane kann gut zuhören Da müssen wir gleich mal gegenhalten Ariane hat ja gesagt, also hab ich, warte mal, das hatte ich doch im Stream vorgelesen, ne? Immer ein bisschen Versengeld hier Herr Hörth, da müssen wir auf jeden Fall später nochmal zurückschreiben Da werden wir auf jeden Fall gegenhalten Vielleicht lassen wir uns da jetzt nicht abfrühstücken Nur weil er Psychologe ist, heißt das nicht, dass er, nur weil er Menschen hilft, dass er keine Hilfe kriegt Oder dass jemand nicht einfach nur zuhören Nur zuhören kann Ah So Ja Kommt mal direkt ein Das sind mal die Häufchen, ne? So So leicht kommen sie mir nicht davon Nur weil sie jemand sind, der gerne hilft Ob beruflich oder privat Heißt das nicht, dass sie sich nicht auch jemandem anvertrauen können Zählt das eventuell schon zur Berufskrankheit Wenn mein Angebot steht Ich zwinge sie natürlich, natürlich zu nicht So Dann müssen wir noch kurz den Ja Den Kasten muss ich rausnehmen Der YMCA Ach ja, schön Versucht er reinzukommen Versucht er es Dann krieg ich auch Dann kriegst du das Auto Ja Warte, ich dachte, das ist Evan Ich dachte gerade voll kurz, das ist Evan Das Auto war und her Der ist Jeder Ja, upsie Beinlich, ja Upsi da Ja So Leute, ich mach jetzt wieder Seltmusik Einfach weil ich mich gleich besser konzentrieren kann Es ist nicht, weil wir Selt sind Nicht, weil wir Selt sind Das macht auch so eine schöne Stimmung immer, finde ich Lucky Five Service Und wie Ja Ich fahre jetzt mal ganz kurz nach hier vorne Und dann wechseln wir mit den Gästen Eieiei Mal gucken, ob denen das Auto gefällt Das ist das schon, ey Puh Das ist der Sechster Das ist der Sechster Da geht sie wahrscheinlich auch Was macht die da vorne Wow Komm mal raus Ja, das Auto kann hüpfen Da muss ich gerne mal gucken Das ist mit der X-Taste, glaube ich Ich muss mal gucken, wie ich Müsste hier oben irgendwo sein Weird Ja, und repariert werden müsste der auch noch Ja, scheiße Scheiße Warum ist der kaputt? Der kann gar nicht Oh man Eigentlich ist es ein Bug Eigentlich Boah Ich hab schon wieder gar keinen Bock mehr Der kann nicht Warte mal, oder? Ne, ne, ne Ja, das ist natürlich jetzt Kacke Scheiße Jetzt gehen die Lichter doch Moment Das ist der Portcorder Was ist los? Informiert Das ist der GZ, ne? GZ 65 Ja Vielleicht schlägt sie mit Ebben unter einer Decke Und wir werden jetzt entfüllen Vielleicht bei dir Okay 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 Muss ich gleich nochmal kurz reingucken Was ist mit den Lichtern ist Sport, seid ihr da? Ich schwöre, ich hab keinen Unfall Keinen Unfall mit dem Auto gehabt Aber die Lichter gehen nicht mehr Aber ich schwöre, stand die ganze Zeit da Seit 2022 Keine Ahnung Ich stand seit Ewigkeiten da Ich glaub das Kind hat das nochmal bewegt Aber ich glaub auch nicht Dass sie ein Unfall damit gemacht hat Ari, ich hab gehört Du hast mal die Vargus verpfiffen Das ist der Schutz des Lolitas Der Schutz des Lolitas Jetzt müssen wir dich leider foltern Nein Oh sorry, hab dich gar nicht gesehen Ah, naja das macht nichts Jetzt, ich bin ja da Ja, äh, wo ist Herr Brioso Brius Brius Oh, ich kenn das nur Ich kenn das nur von Barbara Sorry Ach, sie nennt ihn so Herr Brioso, ja Wie das Auto Ah ja Da ist dann wohl Korrigierbedarf Oh ja Sollte hier wirklich mal jemand sagen Herr Brius Okay Ja, wo ist er denn? Er ist leider krank Er konnte nicht mitkommen Oh nein Was hat er denn was Stimmes? Ich hoffe nicht Eine simple Erkältung Achso, ja Er hat sich auch schon so ein bisschen Bisschen leicht erkältet angehört gestern Äh, vorgestern Okay Ich muss mal ganz kurz noch was schauen Äh, weil Es kann sein, dass ich ihn nochmal komplett zur Reparatur Schicken muss Moment Gehen die Lichter vorne? Na ja, etwas kaputt würde ich sagen Gut Das werde ich auf jeden Fall vorher noch klären Ähm Ansonsten Ähm Kennt ihr euch mit diesen Mit diesen Lowridern aus? Nein Nein? Oh, die können ganz tolle Sachen Tatsächlich wollte ich den auch Äh, deswegen haben Und weil der optisch so schön aussieht Einfach mal hier rein Genau So, wie war das denn nochmal? Äh Äh Ich glaube das war es So Ja Genau Und der kann Solche Sachen Genau Und der kann dann auch noch Zum Beispiel Äh Hup Das kann er nicht So war es Moment Wie war das denn nochmal? Sekunde, ich hab sofort Ja, so Solche Sachen kann der Also hinten und vorne Und man kann jetzt auch hingehen Und vielleicht möchte man einfach nur Äh, so fahren Dann kommt man auch gut ins Parkhaus Oder man möchte wirklich Die tiefer gelegte Version fahren Das ist dann so Mhm Genau Das ist schon mega interessant Und äh, ja Getunt ist er Also farblich Die Polster sind auf jeden Fall Auch äh, neu Da wollte ich äh, helle Polster Auf jeden Fall drin haben Und Wenn wir jetzt aussteigen Das Nummernschild Ich meine, ich will jetzt nicht dafür werben Ja, aber äh Wäre ich jetzt mit dem PD-Auto Äh, da hinten unterwegs Dann könnte ich nicht sofort das Nummernschild erkennen So in der Stelle Ich fand das nämlich so schön Diese, diese Deko Am Nummernschild Die Deko? Die Deko, da Am Nummernschild Ich kann das nochmal anmachen Dann sieht man das besser Moment Das ist nämlich auch beleuchtet Ah, jetzt Der Blicker funktioniert auch gut Das war mir wichtig Dass ich das jetzt auch nochmal zeige Äh, ja Kommst du mit? Wenn du möchtest Also ich vertraue dir auch so Dass du alleine eine Runde drehen kannst Alleine ist doch langweilig Ja, dann fahre ich gerne mit Let's go Also es ist nicht jedermanns Sache Das Auto, sag ich jetzt schon mal Ja, mal sehen Also ich muss gestehen Dass Mr. Brius Hauptsächlich das Interesse daran hat Mag er das Optische? Wir haben versucht das ein bisschen So 60s aussehen zu lassen So 50er, 60er Äh, ja Ich kann mir vorstellen Dass es auch das ist Was, äh Ihn interessiert Ich finde optisch ist es auch eher Ein amerikanisches Auto Als ein englisches Aber er mag die alten Autos Ach so Das wusste ich gar nicht Ja Weißt du was Ich stecke dir doch mal Nebenbei den Schlüssel zu Sekunden Ja, das ist ein bisschen einfacher Danke Ja Idios Ja Das ist halt, äh Sag ich ja, das ist nicht Das kann nicht jeder drauf Also Larrys sind ziemlich gerne gefahren Aber wir sind den Viel zu selten gefahren Das ist quasi ein Garagenauto Und fast leer wie ich sehe Oh ja, ich tanke ihn gleich mal auf Ja, ich bin jetzt ein bisschen Unvorbereitet Weil ich gerade erst aus dem Dienst bin Wilder Tag Was für ein Dienst? Äh, PD Ah Ja Hast du denn keine Angst Dass du jeden Tag sterben könntest? Natürlich Ich muss eigentlich auch noch mein Testament machen Aber irgendwie fühlt sich das an Als würde ich es einfach nur sagen Aber nicht wirklich Äh, wahrhaben Weil Wer macht denn schon mit 26 Sein Testament? Viele Menschen Oh Hast du eins? Nein Wie alt bist du? 29 Ah, okay Na ja, wenn du keinen gefährlichen Beruf hast Dann, äh Sortest du aber nicht So, ich tanke mal ganz fix Wir gehen einfach davon aus Dass kein von uns was passiert So Der stand halt schon eine ganze Weile Sag ich ja, Garagen Auto Hat es Lita's heute aufgehakt? Äh, nein Ah Aber gestern kurz Und viel Kundschaft Das kann ich nicht beurteilen Ich war nicht da Achso Achso So Weiter geht's Wir wollten hier vorne noch Weil wollten wir noch so eine So eine Kühlerhaubenfigur haben Hm Da kann man sich auch ganz, ganz viel Ich wollte so ein kleines Mikrofon haben Das hätte irgendwie zum ganzen Stil des Autos gepasst Bist du grundsätzlich jemand, der viel gestikuliert? Ja, eigentlich schon Ich weiß nicht Ich denke mal, ich kann mich nicht gut genug mit Worten ausdrücken Deswegen rede ich immer so viel Ja, dauert ein bisschen, bis ich auf den Punkt komme Und wenn ich dann gestikuliere, dann habe ich immer das Gefühl, dass man mich besser versteht Das ist interessant, weil du wirklich gerade bei jedem Wort in die Ferne zeigst Oh wow, das ist, äh, ja, ich bin, äh, noch voll drin, weißt du Gut Naja, manche haben es drin, manche eher weniger Genau, genau, ja Gut Und, äh, ja, ansonsten, wie geht es dir so? Mir geht es gut, soweit Wunderbar Etwas, äh, etwas müde Da bin ich ganz ehrlich Aber sonst Ich sehe dich irgendwie immer nur am Arbeiten Nicht, dass du dich irgendwann überarbeitet und einen Burnout kriegst oder so Nein Das wird nicht passieren Und wie fährt er sich? Also ich finde es sehr gut Also man fährt auf mit dem Auto Es gibt da auch, äh, kommt drauf an, was man natürlich möchte Aber es gibt auch, äh, ziemlich krasse Folierungen für das Auto Also wenn man sehr bunt irgendwann möchte, äh, kann man hier auf jeden Fall das Auto sehr, sehr bunt machen Fährt Herr Brios denn wirklich auch richtig Oldtimer? Ich glaube, wenn er Könnte Beziehungsweise wenn er wollte und den Platz hätte, würde er Sämtliche Oldtimer kaufen Wie ein Wie eine bunte Auswahl an Autos Heute fahre ich dies Heute fahre ich jenes Aber es ist natürlich finanziell auch schwer, oder? Also nicht, oder? Es ist, also hier ist alles so teuer Also, die Sache ist die Sie haben es nicht von mir, aber Mr. Brios ist, ähm Und royaler Abstammung Oh, wow So, ich will mir nochmal das Auto ansehen Hier ist das Licht gut Also ich weiß von nichts Ich hab das gerade nicht gehört Ich meine, es ist kein Geheimnis und er erzählt es auch selbst hin und wieder, aber Nicht warte, bis er mir das selber erzählt, bevor ich da, ne? Geheimnisse sind bei mir immer sicher Sterne sind heute so schön Ja, das stimmt Es ist gerade so ein krasser Kontrast zu meinem, naja, zu dem Tag, den ich heute hatte Ähm Weißt du, ich muss tatsächlich an eine Situation denken, als du letztens im Lolitas warst Oh Gott, welche von den Peinlichen? Als es um die Eifersucht ging Ach ja, ja Woran musstest du denken? Äh Sagen wir, ich hatte an dem Abend schon ein paar Drinks intus Mhm Es war etwas gesellig und locker Und, ähm, ich war etwas überrumpelt, als Mr. Brios sagte, dass ich, äh, sehr eifersüchtig bin Ich hab nicht damit gerechnet, dass er einfach so Dinge über mich rausplaudert Hat er danach Ärger von dir bekommen? Nein Hm Also, die Sache ist die, dass Mr. Brios schon seit zwei Jahren fast mein Partner ist Oh, wow, das, das wusste ich tatsächlich gar nicht Und ich hab, ja, ich hab Absolut Wirklich Keinerlei Interesse an irgendjemand anderes Deswegen war die ganze Sache mit Mr. Skinner sehr witzig Das ist immer bei mir genauso Ich hab kein Interesse Ich mein, es gibt sehr, sehr viele hübsche Männer auf der Insel, aber Hm Ich hab das Gefühl Dass selbst wenn, wenn der mich jetzt verlassen würde, dass es ziemlich schwer werden würde Einen loyalen Mann auf der Insel zu finden Dafür hab ich schon zu viel mitbekommen Loyalität ist mir auch sehr wichtig Hm Das gibt es nicht oft hier Ja Eigentlich ziemlich traurig Naja, ich sag mal so, wer sucht, der findet Da können wir aber froh sein, dass wir nicht lange suchen mussten Beziehungsweise, dass wir wirklich auch frühzeitig gefunden haben Ja, definitiv Ich mein, die Beziehung von mir und Mr. Brios ist schon auf Hürden aufgebaut, aber Das hat sich dann ganz schnell erledigt Das ist doch schön Oh Gott Wie geht es dir? Naja, aber vieles kann ich halt nicht reden Was Beruf angeht Ähm, aber privat Eigentlich ganz gut, würde ich sagen Also es gibt jetzt derzeit Bis auf eine Sache im Freundeskreis gibt es jetzt nichts, was, äh, nichts Dramatisches, was mich betrifft Was würde das Also es Durch das Ausdrücken Einfach frei raus Du scheinst Bedrückt zu sein durch die Dinge, die du in deinem Job erlebst Auch das letzte Mal wirktest du sehr bedrückt Als wir mit Max auch mal auf dem Friedhof waren Ja, ich erinnere mich Da sagtest du ständig, dass du nicht drüber reden darfst Genau, das würde ich jetzt auch sagen Ich darf nicht drüber reden Es gibt doch sicherlich zwei Optionen, bei denen du reden kannst Die Sache ist die Ich, äh, sag lieber weniger Vielleicht gibt es sogar Dinge, die ich dir sagen dürfte Aber ich bin lieber ganz vorsichtig Aber Ja, das verstehe ich Wird alles schon irgendwie Und so Weißt du Du bist Pediler Wenn es irgendwo in der Stadt ein Arschloch gibt, der Keine Ahnung Dir Probleme macht, oder Du weißt genau Der und der Typ, den kriegen wir jetzt dran wegen Eine Ahnung, Drogenbesitz oder was auch immer Und dann Kommt ein Schuss Wechsel Du wirst getroffen, oder dein Kollege wird getroffen Dann ist das eine Sache Dann ist das ein Fall, der in eine Akte eingetragen wird Aber Du Bist betroffen Du machst dir Sorgen um deinen Kollegen Das sind doch durchaus Dinge, die du besprechen kannst mit A Einem Psychologen B Unserem Pater Kalle Anonyme Beichten Davon habe ich noch nie gehört Das Faith und Social Center Bietet Beichten an Auch per Telefon Du könntest anonym anrufen Und um eine Beichte bitten Also ich glaube bei der Beichte würde ich Doch eher verzichten, weil ich bin tatsächlich in psychologischer Behandlung Dann eher das Ja, jetzt auch schon ein Weilchen Musste da jetzt leider wechseln, aber Bin mal gespannt Ja Wie der neue Mensch so ist Wen hast du denn? Äh, Herr Reed Oh, kenne ich gar nicht Ne, ja Ich habe ihn jetzt auch noch nie Also nicht, dass ich wüsste Ich bin ihm Denke ich noch nie begegnet Aber beim Faith und Social Center Da wollte ich mich sowieso mal umschauen, weil Naja Im Beruf gibt es ja manchmal Oder auch privat Habe ich im Ellis jemanden Der Erzählte in der Stadt Überall eine Sache rum So Ähm, den habe ich da erwischt Der hatte Drogen verkauft Oder hat versucht das zu verkaufen Der Junge ist erst 19 Jahre alt 19 Jahre und schon kriminell Ja Und gerade bei solchen Bei solchen Jungen Menschen, die man eventuell noch auf eine richtige Bahn lenken könnte Würde ich dann sagen Hey, hier ist eine Nummer Du kannst dich da und da melden Ich meine, ob er es macht Keine Ahnung Aber man kann es ja trotzdem wenigstens versuchen Deswegen wollte ich da sowieso mal hin Und einfach mal mit den Leuten dort sprechen Ja, das verstehe ich Aber vielleicht wäre das mit dem Pater was für Barbara Ich glaube, sie belastet im Moment sehr, sehr viel Ich habe auch eine SMS von ihr bekommen Wir würden da morgen auch reden Vielleicht können wir uns ja morgen irgendwie alle mal treffen Bist du morgen unterwegs? Du meinst ich, du und Barbara? Ja Ich weiß noch nicht Ich habe tatsächlich morgen mit jemandem ein sehr wichtiges Gespräch Achso, okay Ja, das können wir ja auch spontan machen Ich habe morgen tatsächlich auch erstmal Bis zum Späteren Abend Äh, etwas vor Bei mir wird es leider in letzter Zeit immer sehr, sehr spät Ja, bei mir auch Das, äh, kenne ich Weißt du, ähm Ich arbeite tatsächlich für das Faith und Social Center Auch noch? Ja, ehrenamtlich Ich würde mich gern mehr einbringen in die Kirche Ich weiß nur noch nicht wie Aber nehmen wir mal an Jemand glaubt nicht an Gott Kann man dann trotzdem dorthin? Noch nicht mal ich, glaub an Gott Oh, wow Das wusste ich Oh, okay Ich hatte jetzt das Gefühl Vielleicht gehe ich ja über die Türschwelle und verbrenne auf einmal oder sowas Da würde ich schon zehnmal verbrennen und ich lebe noch Das ist, äh, gut zu wissen Nein, ich habe einen ganz eigenen Glauben Und, ähm Sagen wir, die Kirche ist etwas Was mich ein bisschen an die Heimat bindet Achso Familienkram Ah, ich wollte gerade sagen, religiöse Familie Okay Nein, nicht ganz Oh Naja, Larry ist tatsächlich sehr gläubig Der würde auch am liebsten in der Kirche heiraten Aber das wäre nicht meins Du Hast du ein Hochzeitskleid? Nein, ich habe überlegt, ob ich mir eventuell eins im Ausland anfertigen lasse Ich habe mir überlegt, für den Fall der Fälle, dass ich da Mich wirklich mal umhöre Und hätte da eventuell jemanden Aber ob das, ähm, mit den Importgesetzen hier und mit der Einfuhr, ob das überhaupt klappt, weiß ich nicht Warum? Lass uns mal kurz zum Masquerade fahren, ich will mal was gucken Okay Ich will dir nur was zeigen Okay Naja, du sagtest, du hast kein Kleid Nee, wie gesagt, habe ich ihn noch nicht Hast du schon anprobiert? Nee, ich wollte immer einen Termin machen Ich hatte mal so eins anders Obwohl, doch Das ist aber ewig lange her Da gab es ein Kleid beim Aphrodonis Das gab es in mehreren Farben So immer das gleiche, aber in mehreren Farben Wie sah das denn aus? Ähm, also ich hatte ein weißes an, das ziemlich schlicht war Also schon ein großes Kleid, aber eher so schlicht Und dazu hatte man an den Haaren so wie eine festgesteckte, ähm, Rose aus Spitze in der passenden Farbe Ah, mhm Also wirklich schon ein bisschen hier Genau, so ein ähnliches haben wir im Masquerade zum Ausleihen Ah, oh, Ausleihen Ja, die sind ja auch scheiße teuer, die kleiner Richtig Aber ich habe noch ein anderes Wobei ich nicht glaube, dass du die Farbe magst Aber vielleicht kannst du Äh, das ja mal anprobieren, um Ideen zu sammeln Okay, jetzt bin ich gespannt Ich war so lange nicht mehr beim Masquerade Ist da mit den Mitarbeitern alles in Ordnung? Habt ihr immer noch so viel? Hm Nein Nein? Oh Es gibt aktuell mich Und eine Eine neue Wirklich nur zwei Personen für den Laden? Ja Überarbeite dich nicht Ich? Nein Ich habe genügend Hilfe und Unterstützung Und, ähm Außerdem befinden wir uns gerade in der Umstrukturierung Na, okay Von dem her ist das völlig in Ordnung Dann muss ich schon nicht, äh, irgendeine Arbeit aus den Fingern ziehen So saisonmäßig sollte es jetzt auch gerade mal ein bisschen ruhiger sein in den nächsten Monaten, oder? Äh, ja, es gab aktuell jetzt die Hasenohren Ja, da hat mir Barbara auf welche mitgemacht Die sind voll schön Hm Ist das die Mitarbeiterin da vorne? Nein Ich muss aber genau dahin, wo sie ist Okay Hallo Hallo Hi Hier haben wir den Rucksack drin Äh, ja, das Kleid im Rucksack meine ich Verzeihung Hm, alles gut So, da ist das, äh, Leid zusammengefaltet Das würde ich einfach mal mitnehmen Äh, komm doch gerne mal mit Okay Äh, Berufskrankheit Guckst du, ob alles abgeschlossen ist? Richtig Ja, sowas fühle ich Hat hier heute erst das Thema So, hier ist, äh, die Tür zu unserem Büro Die Treppe hoch und dann die linke Tür Oh, okay Wow Oh, wow Ich fühle mich ein bisschen so, als wäre ich hier den Heiligen Hallen Wieso die Heilige Halle? Naja, so Büros, die man sonst nicht als Kunde sieht Achso doch, das, äh Kannst du sehen, wenn du einen Termin ausmachst? Okay, das wusste ich gar nicht Reden wir uns zu regulären Öffnungszeiten da, oder Äh Ja, oder, oder Nochmal bitte? Nee, ach, alles in Ordnung Gemütlich hier So Wo gehen wir denn zur Couch am besten? Also da haben wir das gute Stück Ah, du kannst es dir gerne mal ansehen, oder ich kann das eine Kleid auch für dich anprobieren, wenn du möchtest Es ist eher auf meine Maße zugeschnitten Weißt du was, ich hab Angst, dass das Unglück bringt, wenn ich das schon anziehe, ich schau's mir gerne bei dir an Wieso Unglück? Ich bin abergläubisch, ich bin sehr, sehr, sehr abergläubisch Es ist nur ein Kleid, ich dachte, ich zeig's dir um Ja, aber wenn du das anlässt, ist es besser, als wenn ich das schon anziehe Weißt du, ich, ähm Ach, das muss ich dir einfach mal erzählen, Halloween ist ein ganz schwieriges Thema bei mir Halloween? Ja, das ist mein Unglückstag Das ist mein Geburtstag Wirklich? Du hast einen Halloween-Geburtstag? Das wusste ich nicht Schön Ja, Moment, aber ich muss sagen, es ist mein Beziehungsunglückstag Also Larry und ich haben uns an Halloween getrennt Und beim zweiten Halloween ist es fast auch passiert War sehr ernst Warum das denn? Ja, das frage ich mich bis heute auch Der ist halt, äh, ein bisschen wild im Kopf Hm Immer diese Fettnäpfchen Okay, das klingt etwas, äh, kritisch, wenn du mich fragst Ja, ich, äh, schieb's einfach auf das Schicksal und, äh, wie gesagt Mein persönlichen Unglück sagt er zufälligerweise auf Halloween Ist wirklich zufällig So Kann ich gucken? Ja Oh wow, das gibt's in Schwarz Okay, ich Kenn so ein bisschen das Modell, weil Theodora Ivanov hatte das in Rot-Schwarz Ich wusste nicht, dass es das komplett in Schwarz gibt Oh mein Gott, sieht das schön an dir aus Hm Ich weiß nicht, ich fühle mich wie diese eine Meereshexe bei diesem Film mit der Meerjungfrau und den roten Haaren Okay, ich weiß genau, wie du meinst, aber überhaupt gar nicht Das ist ja wie für dich gemacht Du siehst voll schön darin aus Danke sehr Bitte Dann haben wir noch diese andere klassische Variante mit einer Schleppe Ah, ich glaube, ich weiß, welche du meinst Kannst du das auch nochmal zeigen? Ich soll das anziehen Wenn's okay ist? Uch Kann die bitte heiraten, so? Oh mein Gott Scheiße, jetzt muss ich erst mal rauskommen Soll ich helfen? Ah Nein, das geht schon Etwas störrisch Oh, ich wollte jetzt auch nicht so viele Umstände machen Okay, hier bräuchte ich deine Hilfe Würdest du den Reißverschluss hinten schließen, bitte? Oh, wow, wenn ich da rankomme Moment, da muss ich vorsichtig sein Okay, und oben Danke sehr Meine Güte Wer weiß, vielleicht wird es ja bald was? Wer weiß, vielleicht wird es ja bald was Mal sehen Ja, also wenn wir eins nehmen müssen, dann wäre es auch eher so Aber ich muss sagen, ich würde halt schon gerne eins auf den Server bringen, was nochmal so ein bisschen, weil die sind sich sehr ähnlich alle Was vielleicht sogar, was vielleicht sogar, wo ich Geld in der Hand nehme und das für den Nucky Five Star irgendwie kaufe oder so Also wenn jemand von euch so Klamotten machen kann Ich glaube, viele sind auch von Sims importiert dann Dann schreibt mich da gerne an Also schreibt mich da gerne an Ich hätte schon für Ariane auch so sehr körperbedrohend, sehr schmal Das wäre, ja Ich wünschte, ich könnte das selber Ja, ja, Ariane ist mir, ich spiele die immer mega abergläubisch Deswegen passt das ganz gut So Oh Du solltest eigentlich das Schwarze anziehen und da mit mit dem Cabrio fahren? Dann kann ich kein Cabrio mehr fahren Es wird aber für Aufsehen sorgen Und das Cabrio müsste dann matt-schwarz sein So beige, also beige Polster, die können ja bleiben und dann so matt-schwarz einfach Mit goldenen Felgen Weißt du, viel besser ist es doch, wenn ich Aufsehen errege, so wie ich jetzt gerade bin Erregst du so Aufsehen? Weiß ich nicht Ich meine, du bist eine der wenigen Frauen und das sind, dass sie immer sehr edel gekleidet sind und elegant Immer? Ich habe das niemals unelegant gekleidet gesehen Was ist mit vorgestern? Da hatte ich jetzt nicht wirklich edle Klamotten an Du hattest ein schwarzes Latzkleid an mit... Ja, okay, aber eigentlich... Ja, doch Du hattest doch jetzt keine Sneaker dazu an, oder? Äh, doch schon Echt? Okay, dann ist das eine große Ausnahme, aber ansonsten, immer wenn ich dich sehe, hast du sehr edelikante Klamotten an Naja, es gehört ja auch zum... Ich sag mal Berufsfeld hier im Masquerade einfach einen guten Auftritt zu haben Auch die Mitarbeiter, oder nur du? Auch die Mitarbeiter, die haben... Äh, wie heißt das nochmal... Servicekleidung, ich weiß gerade nicht, wie das heißt Äh, aber... Ja, aber jetzt... Also so haben wir das bei... Uniform Uniform, wow, das wusste ich gar nicht, dass ihr welche habt Arbeitsuniform, ja Hm Jane Ari Kann ich dir zwei Luftballons noch abkaufen? Ja Dann lasse ich direkt Geld da Äh... Möchtest du... Dass wir... Helium reinpumpen? Das wäre... Das wäre wirklich perfekt, ja Dann lass mich kurz nachsehen Mhm Nilo TV Schreibst du mich nochmal an Ich hab auch überlegt, irgendwie von Sims irgendwie jemand anzuschreiben, der eins hat und dann importieren zu... Also so auf GTA anpassen lassen, weil viel Kleidung ist wohl... Also zwei Stück würden 270 Dollar dann machen Ja, perfekt! Nimm mich direkt mit Dann... Äh, mit dem... Also ich... Ja, es wird, äh, ein bisschen witzig mit dem Cabrio, aber da fahren wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger Wieso? Stopf sie doch in den Kofferraum Ja, es kann einfach gehen, okay, ja Oh, mein Handy? Bekündig? Hallöchen Hallöchen Hallihallo, Eri Odi Odi Alles okay? Alles okay, ja Können wir uns gleich... Bist du noch im Dienst, oder? Nee, nee, bin ich nicht Oh, wo springst du gerade? Äh, Masquerade Masquerade, okay Ich hab grad mit Jo telefoniert Ja, äh, lass uns... Jo, okay, dann bin ich auch gespannt Äh, sollen wir uns kurz zu Hause jetzt gleich treffen? Äh, ja, können wir machen Ich war noch im Büro, weil ich Jo noch einen Gefallen kriegen möchte Oh! Ja, dann haben wir gleich viel zu besprechen Ja, können wir, kann ich dir gleich erzählen Ich prüfe das nochmal ganz kurz Ich meine, ich bin ja nur um die Ecke, ja Also, wenn ich in... Wann bist du da? Also, ich bin in 10 Minuten da Ja, ich auch in 10 Minuten Sag mal, warum hörst du dich heute so anders an? Äh, vielleicht rede ich ein bisschen schneller als sonst Und, äh, naja, irgendwie mein Hals ein bisschen herzlich Oh, hört sich sexy an? Ja, okay, dann bis später Ach, okay, bis später Ich freu mich Ja Ich hol mal ganz kurz Geld So, ich binde das mal kurz hier fest, damit er nicht wegfliegt Ja, oh, danke Jane Oh, cool Ich freu mich Ich mach schnell den zweiten Ja Ja, wir haben die Luftballung! Ja, also ich muss sagen, ne Ich liebe Jane, ne Und sie ist halt so mysteriös und so Und dann auch sich nicht zu schade mal was In einer unangenehmen Situation aber auch was zu sagen Was die Stimmung so kurz bei allen so Ne, so, äh, ähm, äh Ich liebe den Charakter Hardcore So, das macht dann 270 Dollar, bitte Natürlich So, bitteschön Oh, danke sehr Oh, wie cool Das ist sehr großzügig Naja, alles gut Ich bin ganz Ich bin wirklich froh, du machst mir gerade so eine Freude Weil ich hab die tatsächlich Nicht mitbekommen Und, äh, war da wieder zu spät Alles wegen Arbeit halt Das ist irgendwie ganz anders als früher Früher hatte ich mehr Zeit Naja, wenn man beim PD ist, dann arbeitet man eigentlich immer Ne, so will ich aber nicht werden Mein Privatleben ist mir wichtig Ich hab ne Frage an dich Ja? Warum? Warum PD? Ich hatte damals ein langes Gespräch mit, äh, einer Freundin von mir, Theodora Eva, ne Weißt du, das PD hat keinen guten Ruf in der Stadt Und ich hab viele Freunde, die beim PD arbeiten Und mir hat's immer so ein bisschen das Herz gebrochen Und ich hab gedacht, wenn man wirklich was an den Problemen ändern will Dann kann man das doch am besten machen, wenn man selber dort anfängt Und es einfach nur besser macht Und seitdem ich da bin, hab ich halt Mehr Verständnis für Dinge, die man vielleicht als Zivilist Oder als Nicht-Pediler halt nicht hat Wie Sachen ablaufen Oder wie man behandelt wird, sobald man die Uniform anhat Es sind so viele Sachen Und ich hab bis jetzt Vielleicht eine doofe Erfahrung gemacht Und wurde vielleicht auch beleidigt und so Alles nur wie in der Uniform Aber ich hab auch so viele Leute kennengelernt, wo andere vielleicht die Straßenseite wechseln Und wenn man sich einfach nur nett mit denen unterhält Und denen nicht direkt Anti entgegen Läuft Dann... Weiß ich nicht Ich glaub ich kann sowas ändern Hast du schon was geändert? Vielleicht hatte ich einen ganz kleinen Erfolg Es gab da jemanden am Pier Und ich hatte äh... Ich war allein an dem Tag Und ich hab mich ganz normal mit ihm unterhalten, weil er sah verletzt aus Und der hat mir dann so ein bisschen erzählt, was passiert ist Und wir haben uns unterhalten Am Ende meinte der, dass er das PD nicht mag Aber... Dass das jetzt irgendwie ganz... Ganz nett war das Gespräch Und das ja nicht alle so sind Und da hab ich mich gefreut Das war für mich ein kleiner Teilerfolg Die Leute sagen immer, man verändert sich, wenn man beim PD ist Oder man kann nicht mehr frei sprechen So als würde jeder irgendwas Kriminelles im Sinn haben Ich will nicht so werden, ich will kein Roboter werden Weißt du, wie ich das mein? Ja Die Frage ist, ob du als... Alleinige Person etwas damit erreichst Glaub mir, ich bin nicht alleine Es wäre schön, wenn... Die Polizei, ob in Uniform oder nicht Sich ein bisschen mehr mit Respekt dem... Naja, dem Bürger gegenüber verhalten würde Und davon gibt es leider ein paar Leute, die das nicht haben Selber schon erlebt Mehrfach Ich hab das auch erlebt Mehrfach Ich war ja nicht immer beim PD Ich weiß, wie ich es sagen kann Ich weiß, wie man behandelt wird Und ich weiß, dass man auch vorverurteilt wird Aber ich glaube, mehr und mehr verschwinden solche Leute dort Zumindest die, mit denen ich zu tun habe und die ich kennengelernt habe Sind alles gute Leute, Jane, wirklich Und wenn es irgendwo Ungerechtigkeit gibt, wie gesagt, darf dir nicht viel sagen Dann glaub mir, dann mach ich was dagegen Ich mach meinen Mund auf Auch wenn ich da einen fetten Nachteil draus hab Jeder definiert Ungerechtigkeit in dieser Stadt anders Ich hoffe, du... Ich hoffe, du kommst weit mit deiner Einstellung und dass du viel erreichst Geht mein Bestes Du scheinst eine gute Seele zu sein und ich wünsche mir für dich, dass das PD dich nicht zerstört Das werde ich nie zulassen Ja, das hoffe ich, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass die... Die Last des Jobs schon irgendwie an dir nackt Dabei kenne ich dich gar nicht so gut Weißt du, was ich immer gerne sage? Ich sage immer gerne, ich bin kein Quitter Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann lasse ich das nicht liegen Gleiches zum Beispiel mit meiner Beziehung Wir haben echt fiese Zeit hinter uns, aber ich habe sie... Ich habe einmal den Fehler gemacht und beim zweiten Mal habe ich sie nicht sofort weggeworfen Ich finde, man muss Dinge nicht immer sofort aufgeben Man muss einfach durchhalten, man kann einfach mal stehen bleiben Durchatmen, vielleicht auch ein bisschen weinen und dann einfach weitermachen Ich bin kein Quitter Das klingt so, als würdest du das durch dein ganzes Leben ziehen Wenn du wüsstest Weißt du, ich glaube, manchmal lohnt es sich nicht zu leiden Nur, damit man etwas nicht beendet Ich sehe das anders, ich kann nicht aus meiner Haut Ja, das verstehe ich, ich kann das auch nicht Ich habe auch so meine... Eigenschaften Oh, endlich kriege ich so einen RP ohne Spielago, ja, ne? Aber endlich kriege ich so einen RP Oh, ist das schön Oh, ich freue mich So, willst du es in den Kofferraum tun? Ja Oh, ich bin gleich wieder da Okay Entja, ich habe den Schlüssel Ja Jetzt bräuchte ich irgendwie nur noch so ein Clowns-Outfit Da kann man bestimmt Leute erschrecken Ein Clowns-Outfit Das ist gar nicht so schlecht Das könnte ich nächstes Jahr zu meinem Geburtstag machen Äh, dieses Jahr Wann hast du noch mal... Warte, ich habe dich noch nicht aufgeschrieben, Moment Ari, hast du nicht zugehört? Als du mir das mit dem Geburtstag gesagt hast Halloween Ich schreibe mir das jetzt aber trotzdem auf, ich kenne nicht Warte, Barbaras Geburtstag ist am 2. August Jane Halloween Okay Dann würde ich sagen, gehen wir zurück Machen wir Magst du das Auto mal hüpfen lassen? Äh Das ist der... Warte, lass mich kurz gucken Äh, da vorne dieser Knopf mit diesem X-Traum Wenn du den mal ein bisschen gedrückt hält Genau, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, das ist so blöd Äh, ich meine, die hätten das ja irgendwie auch mit ein paar Hebeln machen können, ne? Aber da gibt es noch mal so ein... Das sieht aus wie bei so einem Taschenrechner So ein Pad mit Nummern Wenn du da die 8, die 4, die 6 oder die 2 drückst Genau, das andere ist glaube ich für die Alarmanlage Und dann X gedrückt hält Der komische Knopf da, dann müsste der hüppeln Ja, genau Da müsst ihr nur mit aufpassen, ich habe hinten schon mal das Auto damit kaputt gemacht Ray! Ray und zwei Jahre! Dankeschön! Entschuldigung, warte ich mach gleich Ah Ah, so dann Genau Ja und jetzt kann ich einfach damit fahren Versuch's mal Also man kann es immer anders aussehen lassen, das finde ich eigentlich ganz cool Hm Wie viel wolltest du nochmal? Wir können auch darüber reden, also ich bin jetzt runtergegangen, weil Ja, wir doch viel in den Lack und Tuning und so gesteckt hatten Da hatte ich mich an anderen Preisen orientiert und bin dann auf 15 gegangen Ich habe den jetzt auf 13 Also ich würde den nochmal reparieren, natürlich komplett Also die Lampen nochmal austauschen lassen Und der Verbandskasten neuer ist drin, aber da würde ich nochmal einen ganz frischen reinpacken Und ja, habe leider aber nur einen Schlüssel Ich meine, du sagst, man kann verhandeln, ja? Mhm Na dann, 10.000 Ja, okay, dann kannst du hier quasi, ja, ich überlege gerade Ne, die sind ja teurer geworden, ich müsste mich jetzt eigentlich sogar mal irgendwie erkundigen Weißt du was? Lassen wir das doch Larry und Herr Brios aushandeln Ich stelle mir das gerade sehr interessant vor Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Ja, das würde ich gerne sehen, das Gespräch Das würde ich aber auch gerne sehen Weißt du, Mr. Prius hat, äh, Mr. Skinner sehr gerne Ist das so? Ja Er hat damals im OP doch gearbeitet Ja, das weißt du ja Ähm, und Mr. Prius hat mich da jeden Tag besucht in der Arbeit Mhm Und das gab natürlich dann auch, äh, Tage, an denen ich mit Mr. Skinner gearbeitet habe Oh, okay, da war ja was mit Frau Dibur Wo ich zum Beispiel Feierabend hatte und wir haben zusammen die Bar besucht und Mr. Skinner war hinter der Bar Oh, oh, warte mal, wenn man von Teufel spricht Ich bin gleich sofort da, beeile mich Ach, super, ich bin nämlich auch noch nicht da, ich bin auch gleich da, ich beeile mich Bye! Okay, ja Und Mr. Skinner hat ein, äh, eine große, ein großes Wissen über, äh, Spirituosen und das hat Mr. Prius beeindruckt Oh mein Gott, ging es um Sprunk? Es ging um Whisky Oh, wow, okay Oh, ja, das, äh, ich sag aber, Larry ist ein knallharter Verhandlungspartner Wenn Herr Prius ihn schafft zu knacken, dann bin ich fein mit dem Preis 10.000 Dollar, wenn Mr. Prius das schafft Mhm, ich geb Larry den 13 Startpreis mit Alles klar, aber Mr. Prius ist gerade krank, deswegen Ja, das hat er, dass, einfach wenn er dann wieder, wenn er wieder auf dem Bein ist, ich poste da jetzt nicht nochmal, also es ist reserviert dann Weißt du, ich finde es schön, dass du nicht so wie Max immer gleich, äh, losspringst Sondern, dass man mal Zeit hat, mit dir zu reden Ich fand das tatsächlich jetzt auch sehr schön Wir sollten das öfter machen, wenn ich endlich mal mehr Zeit hab Ich kann dir aber sagen, Max ist irgendwie gerade, äh, nicht so wirklich Also Max weiß Bescheid, ne, auch, äh, dass du nach ihm gefragt hast, aber Max ist gerade wirklich, äh, nicht oft unterwegs, so eigentlich sehr sporadisch nur Naja, das ist in Ordnung Ich glaub, bringt sich irgendwas bei, im Hotel oder so, ich weiß nicht, Max hat mir irgendwas gesagt Für Henki, dir nochmal vielen Dank auch für das schöne RP, danke schön Er kümmert er sich um seine Jobsache, ja Ich weiß es tatsächlich gar nicht, weiß es nicht Wir hatten letztens, als wir uns gesehen haben, haben wir eher nur Quatsch gemacht, weil es einfach so lange her war Da haben wir uns einfach nur gefreut, dass wir uns gegenseitig gesehen haben Aber den schlepp ich bald mit ins Lolitas Jerry schlepp ich da auch mal mit Ja, wenn wir jetzt schon darüber reden, Mr. Skinner und Mr. Prius Ich glaube, wir können uns jetzt beide gegenseitig sicher sein, dass niemand von uns Interesse an dem jeweiligen, anderen Partner hat Es find ich gut, dass du mir das sagst, aber Ich hab meine Denkweise komplett geändert Sollte, sollte Larry mir irgendwann fremd gehen oder fremd flirten, dann ist doch selten die Frau schuld Er ist doch derjenige, ich weiß ja, wie er sein kann und wie er ist Aber er hat so zurückgeschraubt, dass ich mir da tatsächlich keine Gedanken mehr mache Zumindest nicht das, was ich mitbekomme Ganz ehrlich Wenn mein Partner fremd gehen würde, würde ich ihm die Haare anzünden Gut, das ist besser als diese Wachsmethode, die ich letztens Larry angedroht habe Da wäre er quasi lebendig in heißem Wachs gehüllt und käme dann nicht mehr raus und Jemand würde ihn als Geburtstagskuchen verspeisen Ein Geburtstagskuchen aus Wachs? Naja, der ganze Körper wird, also erstmal Möchtest du gerade wirklich Details? Ja Okay, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen Ich würde ihm einen Fußnagel wachsen lassen, ich würde ihm verbieten, diesen Fußnagel abzuschneiden, so bis er ganz lang ist Dann reiße ich mir da eine ziemlich scharfe Kante ab Dann gehe ich damit in sein Ohr und hole da ganz viel Ohrenschmeiz von ihm selbst raus und poliere damit einen Tisch Dann lege ich Larry auf diesen Tisch und dann werde ich ihn mit heißem Wachs halt überhäufen Seinen Penis strecke ich dabei in die Höhe und werde diesen dann auch mit heißem Wachs umhöhen Und oben drauf kommt dann ein Dort Und ich weiß nicht mehr, für wen er der Geburtstagskuchen war, aber ich habe ihn das angedroht Ich weiß aber nicht mehr wofür Aber ich weiß, auf wem war das ich ihm gesagt habe und dann wird dieser Dort angezündet und dann bist du der Geburtstagskuchen Drumherum kommt dann noch ein bisschen Sahne Warum immer so kompliziert? Ich verstehe das nicht Es wäre nicht kompliziert, es wäre so ein bisschen für, ein bisschen Genugtuung Aber wenn wir das realistisch betrachten, ist das gar nicht möglich Erzähl mir mehr Naja, du kennst dich ja bestimmt mit Physik und so etwas aus, die Vorstellung Wenn du ihn mit Wachs übergießt, dann sieht er sich Verbrennungen zu Und er kriegt keine Luft mehr, er würde ersticken Okay, sagen wir nur der untere Teil Und du glaubst er hält still, damit du das machen kannst? Ich kann ziemlich überzeugend sein Hm Du bist mir sehr sympathisch Ach das, das ist doch nur ein bisschen Spinnerei Nicht wahr? Na ja, das mit den Haaren ist schon, weil es auch gar nicht mal so schlecht Er wird es ja überleben Wenn er rechtzeitig löscht Ich kann sehr überzeugend sein Okay Gut zu wissen Ja, ich mag meinen markaberen Humor Ich finde es schön, dass du nicht wegrennst Du lernst mich glaube ich bald mal richtig kennen Oh Gott, es war jetzt keine Drohung, aber Also wenn es eine Drohung gewesen wäre, hätte ich sie auch angenommen Interessant Lass uns mal öfter sehen einfach Ich brauche noch so, vielleicht einen Monat, dann habe ich endlich mehr Zeit Ja Mit welchem Auto bist du gekommen? Mit gar keinem, ich bin zu Fuß Oh Gott, ja dann bringe ich dich natürlich noch weg Nein, das ist in Ordnung, ich bleibe sowieso noch etwas hier Auf dem Friedhof alleine? Ich arbeite hier Jane? Warte, ist das ein Social Center irgendwie? Hat das hier mit zu tun? Ja, die kümmern sich um alle Kirchen in der Stadt und außerhalb Nein, meine Güte, ich dachte, das wäre jetzt ein vierter Job Ein was? Ich dachte, du hattest jetzt einen vierten Job Masquerade für ein Social Center, weil sie trotzdem mal Jobs zählen und Elitas Das sind jetzt drei Jobs, ja Und wenn du jetzt hier noch irgendwie für den Friedhof arbeiten würdest, separat wärst, wäre es ja der vierte Job Also sagen wir so, es ist für den Friedhof Meine Güte, Poweraufbau Es ist nur ein Hobby Naja, hier hat man wenigstens seine Ruhe Im wahrsten Sinne des Wortes und die Gesprächspartner sind sehr, naja, geduldig im Zuhören Kennst du jemanden, der hier liegt? Also kanntest du jemanden? Ein paar Wow Bei mir ist tatsächlich nur einer Und das ist ungefähr da vorne Äh, McGarrett Mr. McGarrett Genau Steve McGarrett Ja, ich sollte da vielleicht auch nochmal zum Grab Ja, sein Sein Grab wurde Es ist Opfer von einem Diebstahl geworden Es wurde alles komplett weggenommen Wie, jetzt wirklich? Ja Das PD wurde nicht involviert Er weiß das PD gar nicht Also ich weiß davon nichts Also wenn dann wurde mir nichts Ja? Verzeihung Nee, alles gut, ich bin da ein bisschen geschockt Es gab hier zwei Gräber, die komplett leer geraubt worden sind Alles an Hab und Gut, seien es Briefe, Blumen Alles wurde weggenommen Komplett Von zwei Gräbern Wer macht denn sowas? Ich hab keine Ahnung Es wurde leider auch nicht raus, äh Ausfindig gemacht Wer das war, also Okay, das ist dreckig Nein, ich glaube ich werde da heute später nochmal in der Nacht was hinlegen Scheiße Ich weiß noch, wo es ungefähr war Ich sehe es auf jeden Fall, wenn ich davor stehe Ich weiß, wo es ist Das war ein großer Karpstein, oder? Ich kann es dir zeigen Ah, jetzt bin ich mit Larry gerade verabredet Gut, dann Vielleicht hilft es, wenn ich dir sage, dass auf dem Grabstein ein Schnapsglas steht Echt? Davor ein... Wallis Browser Döschen Oh mein Gott, okay, ja das hilft mir auf jeden Fall Und ein Kranz Also es ist halt doch wieder ein bisschen drauf Aber schade mit den ganzen Briefen Ja, anscheinend wird nach dem Diebstahl nicht mehr so oft an ihn gedacht Da hast du einen guten Punkt Ich werde da auf jeden Fall heute nochmal ordentlich was drauf stellen Gut Okay Dann melde dich einfach, wenn Herr Brios wieder gesund ist, aber Stress zeige ich auch nicht Ich muss ihn sowieso erstmal reparieren lassen und dann werde ich ihn irgendwo mal hinstellen, wo keiner drankommt Ja Ich überlege fast, ob ich ihn nehmen soll Wirklich? Mal sehen Hm Wer weiß, vielleicht schenkt er mir den Wagen ja Mr. Brios Das wäre natürlich das beste Outcome Okay, ich muss leider los Er wartet schon die ganze Zeit Ja, dann... Bis dann und auf Wiedersehen Okay, wenn irgendwas ist oder du doch irgendwo abgeholt werden möchtest, dann sag einfach Bescheid, ja? Danke sehr Okay, dann bis die Tage Bis dann Tschüss Auf Wiedersehen Oh Oh Du musst halt... Du musst halt, ne? Ariane ist halt Ariane so Ich ändere die ja nicht, ne? Wenn sie mit jemand anders spricht Auch bei Jane nicht, ne? Auch bei Napier wird's... Obwohl bei Napier weiß Ariane, ja? Aber trotzdem, die verändert sich ja nicht, ne? Und das war jetzt sehr schön Weil das waren so krasse Gegenpole jetzt gerade, fand ich Also wirklich Ja, und Larry direkt noch RP besorgt Ja, das wird ja interessant Herr Brios Ich weiß gar nicht, dass er gar nicht... Also, ne? Herr Brios Und... Oh, und Barbara auch noch RP besorgt Oh! Das wird schön werden mit der Brios Oh, geil! Ja, das war wirklich sehr, sehr nice So, und Ariane hat jetzt noch was Schönes Für ihren Larue Boah, ich will... Ich muss auch aufhören Ich hab wieder... Ich hab echt wieder Angst jetzt, dass ich wieder... Äh, Herr Brios ist... Ey, wie cool war das denn, ne? Boah, dankeschön, Spielerin von Jane Vielen, vielen Dank für das schöne RP Wer hätte das gedacht, ne? Auch wenn Jane dann irgendwie der Teufel des Untergrunds ist Ist mir scheißegal, ne? Ich liebe den Charakter so, ne? Oh! Die seh ich einfach in so einem dunklen Licht, ne? Und wie sie dann einfach, wenn man gefangen ist Kommt sie einfach aus so einem dunklen Licht hervor und sagt Guten Abend Und du denkst einfach nur, oh oh, scheiße Boah, die und Napier, ne? Warum ist da nichts? Die soll nicht zusammen sein oder so, aber Jetzt stell euch mal ein Gespräch zu... Haben die jemals zusammengesprochen? Weiß das jemand, der in Napier guckt? Haben die jemals zusammengesprochen, die beiden? Boah, Hammer Boah, geil Ich bin grad sehr, sehr happy So, jetzt Erbe Gut, Larry, das mit der SMS hat jetzt nicht so geklappt Das sollte jetzt ne Überraschung sein, du Trottel Wow Mann, Larry, ich hab dir aufgeschrieben, dreh dich um Äh, ja, ich war grad im... Ich war hier im System von Dynasty Äh, äh, wow Warum heißt das? Achja, äh, ja Äh, ja Larry, Mann Ja Was, äh Ach, du bist ja süß Mann, das ist hier, guck mal was da drauf steht Läst das mal genau so vor Warte Lass mich mal kurz hier Ei Ei, kleiner als drei, Ju Ne, das steht ja gar nicht, das sind mir richtig vor Nein, hier, bitteschön Das mach ich nämlich jetzt, jetzt, mein, mein Kunstwerk ist jetzt So Und hier, guck mal Den kannst du auch mal halten Oh Och, das gehört mich jetzt dazu Och, das ist so schön, Dankeschön, Larry Halt ihn doch mal Wow Das, das, du, du siehst toll aus und, und ach, der ist es ja, wo hast du den nur her? Du bist immer für eine Überraschung gut Ja, aber Halte ihn doch mal Ja Nein, den ich, nein Uff Demi, ich Oh Ich hab dir doch gerade einen gegeben Ach so, du hast ja 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 Ja, ich halte, ich halte, ich halte ihn mal Oh Oh, ist das schön Das ist ja toll Hey, wir können doch zusammen, was hältst du denn davon, wenn wir zusammen ein bisschen, äh, in Vespucci spazieren gehen, mit ihm zu zweit, in Valance In Vespucci, warum Vespucci? Am Beach meine ich, also, am Strand, oder, oder, bei Celisiesta, oder, oder, im Stadtpark Äh, ja, können wir machen, aber ich hab eine Aufgabe für dich, ich habe dir da etwas besorgt, was dir vielleicht Spaß machen könnte Oh, jetzt, äh, ja, okay, brauche ich da beide Hände dafür, oder? Hm, du musst es, es passiert nicht jetzt Also, ist, nimm mal, warte, ganz kurz einen Moment Aha So Es gibt Interessenten für, äh, Skylar, Odol Ja, so, äh, ja Hörst du mir zu? Ja, ich hör dir zu Was hab ich gesagt? Ich hab's gut abgenommen Damit ich dir die Augen gucken kann Das hat auch keine, ich will dich auch nicht manipulieren Ja Ja Also, Larry, was hab ich gerade gesagt? Ja, dass du, äh, Interessenten für Skylar hast Ah, ja, genau Ja Ich hab dir zugegangen Hm Du hörst dich ja heute süß an Nein, hör zu Ähm Es ist tatsächlich, äh Jane DeVua Und von ihr, der, ich glaube, Freund, aber, äh, sag das nicht, ne? Ähm Ja Der Herr Brios Brios Genau Also DeVua ist doch, ja, die von Masquerade Genau, genau Und, äh Ja, okay Und, äh Ich hab jetzt keiner reingesetzt für 15.000, kann ich dir schon sagen, hat nicht funktioniert Ja Und jetzt sitzt die drin, offiziell, für 13.000 Und, ähm, wir gehen jetzt in die Verhandlungen Und du weißt ja, der hat ja, ja, so 10.000 neu gekostet Ja, mit, mit Anbau und Umbau Naja, wir haben ihn ja noch, ähm, lackiert und dann getunt Ja, genau Also die Bremsen sind getunt Das, äh, kannst du alles Ja Dann kannst du nochmal vorher in mein Posting gucken, dann kannst du das sehen Ja Äh, Bremsen getunt, die Postle sind ausgetauscht, ähm, wir haben, äh, ihn lackiert und wir haben vor allem das Nummernschild, das ist auch noch getunt Und da haben wir ja diese Deko drauf gemacht Ah, okay Das musst du dir irgendwann mal notieren, wenn du den, äh, da, ne, wenn du ins Gespräch gehst Denn, Herr Brios ist wohl ein harter, ähm, Verhandlungspartner, aber ich hab gesagt, ich hab da auch einen Achseln im Ärmel Ich hab nämlich Larry Skinner und der ist auch ein harter Verhandlungspartner Und, äh, wir beide fanden das richtig amüsant, euch jetzt aufeinander loszulassen, Herr Brios ist aber gerade noch krank Ah, okay Und, äh, ja, dann gehst du in die Verhandlungen Also, Frau Divu sagt 10.000, drin ist er für 13.000 und ich bin gespannt, was du, äh, erreichen wirst Naja, gut, also ist es klar, also eins muss man sich im Klaren sein Wenn wir jetzt in der verkaufenden Position sind, wird klar sein, dass wir wohl nicht bei 13.000 bleiben, sondern wir werden wahrscheinlich da runtergehen Ja, ja, natürlich So, die Hälfte, also die, äh, also die, die Hälfte zwischen 10.000 und 13.000 sind Wie die Hälfte? Naja, was wäre denn die halbe Strecke, auf der man sich treffen könnte? Die ist zwischen 10.000 und 13.000 Ja, genau Naja, wenn wir auf jeden Fall über, wenn wir auf jeden Fall in unserer Hälfte bleiben, dann ist das ja gut Und ich denke, das würden wir es schaffen Kannst du ab jetzt immer so reden? Ah, warum? Hört sich irgendwie cooler an als sonst Ah, sonst rede ich doch auch so Nö Oder nicht? Ja, vielleicht rede ich ein bisschen schneller und, äh, Nein, du musst, nein, nein, du musst mehr Zigaretten rauchen und Whisky trinken Ja, du hast mehr Whisky trinken verboten Naja, nein, ich lasse mir das sowieso nicht verbieten, aber, äh, ich passe da schon ein bisschen auf Ja, ja Ja, ja Ja, okay Ah, da bin ich hinterher, dann, äh, das könnte interessant werden, da freue ich mich drauf, mhm Mh Mh Und das fand er ganz gut Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann habe ich irgendwann so gesagt, naja, äh, weil er mich fragte, wie es mir geht, da habe ich gesagt, ja, an sich gut Ja, aber auf der anderen Seite, das war jetzt nicht der Grund des Anrufs, aber, ah, das mit Bab, das bumpt mich halt schon ein bisschen, ne? Oh, oh Ob er nicht, ob er nicht eine Idee hat, woanders liegen könnte Ja, da hat er so gesagt, ja, weiß ja, wie sie ist Ja, ich so, ja, das weiß ich Naja, und dann, äh, ob er eine Idee hätte, wie ich denn da vielleicht, äh, irgendwie Fuß fassen könnte Tja, und dann hat er einen rausgehauen, ähm, das war reiner Zufall, aber die haben wohl gestern oder vorgestern eine Nachricht bekommen, ähm, dass sie jetzt für ihre Crestenburg Unterkunft standen von 200 irgendwas, äh, täglich auf 300 Paar und zerquetschte irgendwo miete-technisch kommen Also das wäre für die wirtschaftlicher Totalschaden, also da müssten sie die Wohnung wechseln Tja, jetzt habe ich mal bei uns nach, habe ich gesagt, okay, ich pass auf, ich gucke mal, was ich machen kann, vielleicht kann ich ja irgendwie da was, ähm, ja, für die tun Jetzt habe ich mal nachgeguckt und jetzt habe ich gesehen, dass wir haben ja eigentlich, du weißt ja, wir haben Spezialwohnungen, wie auch diese hier Und dabei haben wir noch eine übrig gehabt, am Integrity Way in Downtown, das war das City-Apartment, was wir uns mal angeguckt haben Oh mein Gott, äh, ja Und das, und das Ding, äh, liegt halt bei 1911, äh, in der Woche Bisschen weniger als bei uns, oder? Ja, ein bisschen weniger als bei uns, ist aber auch ein bisschen kleiner Oh, warte mal, das ist ja, ich bin gründer durcheinander Wie, ne, ist glaube ich sogar ein bisschen kleiner als die, ja Wir haben ja noch ein bisschen größer, aber nicht, aber wie, wie dem auch sei, das wäre eine Möglichkeit, dass ich den Beiden unter die Arme greifen kann und dann ist das vielleicht auch mal irgendwo so ein Punkt, wo, ähm, naja, na, vielleicht könnte ich da Ähm, mit Barb zumindest bald wieder ins Gespräch kommen Hast du morgen Zeit? Ja, ich bin morgen da Ich auch, äh Das ist schön Also, ich habe die Wohnung reserviert und ich habe das Ganze jetzt mal angelegt hier und dann, ähm, ja Ich habe auch schon mit, äh, Geschäftsführung gesprochen Das ist ja, warte, ich muss, ich muss kurz für was sorgen, ja? Warte, erzähl ruhig weiter Ja, ich habe mit der Geschäftsführung gesprochen und das ist soweit alles, ähm, er hat das geklärt, sie überlassen es mir zu entscheiden Jetzt habe ich gesagt, gut, ich will aber nochmal anrufen und wissen, ob das jetzt wirklich ein Notfall für die beiden ist Und Jo sagte, als ich gefragt habe, na, wie sieht das wirtschaftlich, ist der wirtschaftlicher Totalschein für euch, oder? Sagt er auch nicht zu zögern, Jo Also, das war für mich die Antwort, die ich hören wollte Ja, die sind ja beide bei Alice Taxi, ne? Ja, ja, richtig Ich meine, bei 200 irgendwas täglich ist ja auch schon, äh, müssen ja auch ganz schön so was auftreiben, ja Gut Na ja, jedenfalls, äh, ja, das ist das Jetzt laufe ich die, er ist so schön, kann ich den irgendwo, weißt du was? Also, hör zu, du musst heute, du musst heute wirklich vorm Schlafen gehen, wenigstens zwei Whisky trinken, ja? Und dann rauchst du eine Zigarre Ja Und wenn du die Stimme morgen bei Barbara auch hast, dann punktest du bestimmt, weil du hörst dich an, ich will dich die ganze Zeit umarmen am Midnight Und cool hörst dich aber auch an, ich weiß nicht Genau, deswegen musst du Whisky trinken und Zigarre rauchen Ah, okay, das mache ich dann am besten morgen, oder? Nein, mach das heute vorm Schlafen gehen Ja, okay, dann mache ich das heute noch vorm Schlafen gehen Und morgen, nee, warte Kannst du denn damit leben, wenn ich mit einer Whiskyfahne neben dir lege? Nein, ja, ja, kann ich Na ja, gut, okay Na, dann mache ich das Okay, Larry Ja, weißt du was, ich hänge jetzt mal diesen Ballon ins Bett Ach so, willst du eigentlich mal die, was ist denn eigentlich mit den Notizen, die liegen ja auch noch am Bett rum? Irgendwann fallen die noch runter Ja, ja, ich mache die ja weg Nein, die sollen, ich will nur sagen, also, ich meine, es knistert ja immer so In meinen Notizen, die hast du geschrieben Stimmt, ja Die haben mich gefreut, ich habe die letzte Notizen ja noch nicht gefunden und dann musstest du mir ja helfen Soll ich sie nochmal verstecken? Nee, bitte nicht Ha, okay Okay Oh Sekunde, äh Ah Geiler muss unbedingt repariert werden Oh, das ist voll süß Freust Freust du dich? Ja, schon, auf jeden Fall Ich freue mich, wenn du dich freust Ja Ja, ansonsten geht es mir die letzten Tage, ich bin so ein bisschen, ähm Manchmal fühle ich mich so ein bisschen angeschlagen, aber in deiner Anwesenheit ist das schon wieder ganz anders Angeschlagen? Habe ich dich wieder auszusehen im Schlaf geschlagen? Nein, du hast mich letztes Mal so zum Schlafen geschlagen, also von dem her Ja, aber erst mal ganz im Ernst, Larry, das war es auch selber schuld und ich ziehe mich, soll ich mir was Süßes anziehen? Also, ich finde, du läufst eh schon süß rum Ist das süß, was sie hat, ne? Naja Ich meine, ich weiß nicht, warum du dir so einen Bandana um die Brust wickelst, aber okay Ja, ich meine, ich kann es auch hart machen, weil da bin ich nackig rum Ich zieh doch das an, was du willst Ja, ich will dich doch nur happy machen, Larry Ja, du machst mich allein schon happy, dass ich dich sehe? Also, ich bin da, was das angeht, bin ich doch echt pflegeleicht, oder? Guck mal, wenn du jetzt, ach ne, du, wir gehen, weißt du was? Ne, komm, wir gehen so raus, okay? Ja, soll ich auch so gehen, oder soll ich mir was Begrämes anziehen? Nein, was du anziehen möchtest Äh, das Willst du doch bestimmt, weil du hast dich ja heute angezogen, ne? Oh, ich hätte mir jetzt mal einen Hoodie angezogen, oder so Ne, Hoodie? Nein, ich mag es, wenn du dich in dieser Zeit kleidest, das sieht cool aus, das ist trotzdem bist das noch du Kann ich meinen grünen Anzug tragen? Nein, das ist dann okay, ich lass das mal an, aber dann setze ich meinen Hood wieder auf Kann ich mit dir über was Privates, äh, 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 sehr Privates sehen, was Jo und Barbara betrifft? Äh, äh, natürlich Übrigens, Entschuldigung, ganz kurz nur, weil du dich jetzt grad so ansprichst, privat Unabhängig davon Essie oder nicht, oder Pidi oder nicht Glaubst du nicht, dass ich aufgrund meiner langjährigen Angehörigkeit, beziehungsweise auch in meinem Vertrag steht ja drin, dass ich nach Ausscheiden des Dienstes ja nach wie vor die Dienstgeheimnisse zu wahren habe, glaubst du, ich kann damit mal zum Chief gehen und kann dann vielleicht so eine Art NDA unterschreiben, sodass du mit mir über alles sprechen kannst? Das wär doch mal ein Vorschlag, oder? Ich glaub, du willst nicht ins Pidi, ne? Das ist doch nur, ich frag dich jetzt gerade, ob das nur ein Vorschlag wäre Ja, ich glaub nicht, dass er das tut, aber Auf den Järzern, na was? Dann ist immer so laut, ich hab's voll gehört Du glaubst nicht, wer da dran ist? Wer denn? Wer? Howdy, Mr. Napier Was ist denn jetzt los, jetzt bin ich mal gespannt Das freut mich sehr zu hören, was verschafft mir denn die Ehre ihres Anrufens? Heute ist ja ein geiler RP-Tag, meine Güte, was ist los? Warum ausgerechnet in Palito? Was hab ich mit Palito zu tun, Mr. Napier? Napier ist nicht mehr up-to-date Oh ja, das stimmt, ja OP Ja, der ist nicht mehr up-to-date Der Meta hat halt so gar nicht, das find ich voll cool Genauso wie in Divua, genauso Mag ich Kannst du immer sicher sein, dass die Charaktere nicht made darn Ja, kommt jetzt auf an, was sie meinen, also Wir haben natürlich Immobilien im Portfolio Und wenn die dann zur Verfügung stehen, können wir die natürlich auch vermieten nachdem, wenn sie denn auch gefallen Hm Ah, ich verstehe, okay Hm Ja, ich verstehe Ich müsste, da müsste ich mal nachfragen soweit Also ich hab da Müsste ich nachher in den Bestand mal gucken Aber da hab ich bisher noch keine Schon wieder nicht was für Schuhe ich hier an hatte Aber trotzdem kann ich mich schlau machen bei der Ob wir da demnächst was geplant haben Oder ob da möglicherweise was noch zur Verfügung stehen könnte Ah, idealerweise vielleicht mit Laderampen, richtig? Okay Ja, ich mach mich mal schlau Dann geb ich ihm Bescheid Ich verstehe Ist immer welch ich hier anhört Ja Ja, ich verstehe Mit die Fische alle ins Trockene kommen Die Fische alle ins, bitte was, hm Ah, das hat ich an Hilft ja den Ding jetzt bei ihrem was, oder was? Genau Dann weiß ich Bescheid Und dann frage ich nach Bis dann der IPA Dann kann ich ihn, denke ich Im Laufe des morgigen Tages möglicherweise Bescheid geben Ansonsten bis Mittwoch Hast du ihn das? Aria Jane, Aria Napier Jane ist voll toll und sehr lieb, ja Ja, bitte euch Ich verstehe Ja, die Einzigen Wir hätten sogar noch Moment Wir hätten noch eine Winewood Gardens hätten wir noch Also das sind die Äh, diese Lofts In diesen alten, in diesen alten Fabrikgebäuden So ein alter Fabrikstil Loftstil Sagt Ihnen das was? Ja, ich guck jetzt gerade mal in unsere App Die kennen Sie sicherlich auch Will ich jetzt, wenn genau, wenn Sie dann mal gucken Winewood Garden Loft in unserer Dynasty App Oh, Ray Was? Shit, ich will Ari wegmopfen und für Ray haben Boah, Ray war heute tatsächlich Also ich hab schon in Chat gesagt So ist ja Die vorgesetzt Das heißt, Ray Kann auch sein, dass Ray uns irgendwann mal anmeckern wird Klar, müssen wir alle mit leben, ne Und dann hab ich gesagt Dann hat Ray auch so gesagt Bla 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 Und dann hat Ariane erstmal trotzdem weitergerichtet Und dann meinte Ray zu Ariane ja Auto, ne Und ich war nur so So, okay Einfach so sehr bestimmt So, Auto Ja Jetzt hat das doch auch sehr gefühlt Ja Nebchen und Skinner Ja, okay Aber geht um Immobilien Ja, das ist richtig Aber auch trotzdem modern Das Bad ist ja modern Und ansonsten auch Ist es eben offen Aber das mit dem Fischen grad ist so Ja, reden wir jetzt wirklich darüber, dass du da irgendwelche Leute reinbringst oder was Das ist so Ich kann Ihnen das gerne mal zeigen, wenn Sie möchten Aber ist da noch nicht mehr Ja, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind Sie denn am Mittwoch da? Ich mag jetzt, dass sich hier hinten der Popo so abzeichnet Okay, dann würde ich sagen, wenn es Ihnen nichts ausmacht 21.30 Uhr oder 22 Uhr Okay, dann merke ich mir das so vor Ja, bis zum Mittwoch Ja, bis zum Mittwoch Haben Sie noch einen schönen Abend? Howdy Meine Idee Harry Willst du mal kurz was notieren? Was für Fische in was für einen Trockenen? Äh, notier dir mal was Für Walter Okay Okay Wirklich im Handy? Egal Du kannst es ja auch in deinem Kopf merken und ihm sagen Okay, warte Ich nehme lieber Das hier, ja? Ähm Er sucht Er hat gefragt Um Gottes Willen Er soll ja ihn aber nicht ansprechen Weil sonst weiß er, dass es nur von mir kommen kann Ah ne, sag ihm das nicht Nein, ich sag's nicht Okay Ähm Ja, ich glaub du musst sowieso nicht, dass du deinen Job verlierst, verstehst du? Ja, ich pass da schon auf Also ich lass mich auf jeden Fall auf nichts Illegales ein Er hat nur ne Frage gestellt und ich äh antworte ihm gemäß, wir haben einen Kundeanbruch Dann sag es weiter weiß direkt Ja, wenn, dann mach ich das so direkt Aber, äh Solange wir da sowieso nichts haben, ist es ja auch nur eine Randnotiz Eine, beziehungsweise eine Randinfo, die vielleicht mal interessant sein kann Aber so wie ich ihn kenne Trifft ihn irgendwann und spricht ihn dann auch noch drauf an Ja Und dann kann die Nachricht ja nur von einem kommen Und das ist ja dann von mir Und das wär schade Dann sag sowas ein Detektiv und bitte darum, dass, äh, du nicht als Pölle genannt wär Hm Ja, mal sehen Ja, das wär ne Möglichkeit Nun, es ist trotzdem nichts, äh, es ist ja nichts Schlimmes momentan Nein, ansonsten hab ich mit ihm einen Besichtigungstermin am Mittwoch für die Weinburgans Oh, wow, okay, ja, gut Ja Passt du auf dich auf? Na ja, klar Ach, ja Wir haben uns in der Vergangenheit immer, äh, auf einer gewissen Wellenlänge Äh, gut verstanden Ich denke, die Besichtigung sollte interessant werden Könnte etwas länger dauern, ich plane mehr Zeit ein Gut, ähm, ja, jetzt würde ich mit dir noch immer ein paar Sachen reden Ja, gerne Also, du wolltest etwas ganz Privates besprechen Ja, nicht, also, ganz kurz, äh, kann ich so rausgehen oder soll ich was anderes anziehen? Du siehst absolut braun aus, ich warte Was? Ja, was war's Ja, toll Hä? Sieh aus die Kacke? Ja, du hast zu viel braun, dann zieh ich auch mit braun aus Oh mein Gott, nämlich sieh aus die Kacke Ne, dann zieh ich was anderes an der Richtung Nein Ich zieh, nein, ich zieh auch Ich zieh meine braune Weste an, mein braunen Hut Ich wollte nur, dass du in dem Kleid mein Hintern betrattest, aber wenn dich das alles auf Kacke bringt, dann verbindest du das Wie kann ich da auf den Hintern gucken, du sprichst mich da von vorne an Ja, da, aber dann kann ich doch nicht, dann geht das doch nicht Wow, sag mal, hast du denn nicht, kannst du nicht mal einen Tanga anziehen oder so? Ja, nächstes Mal zieh ich einen Tanga an Okay Ja, aber man hat schon echt, ähm, ja, das ist schon ein schlechter Hintern in dem Kleid Ist der Beste hinter den Los Santos, ist das nicht so? Das stimmt Am besten durchtrainiert Ja, ich meine, ich könnte dir auch die Jacke ausziehen Aber sie ist doch immer noch okay aus Ach du Mann, das sieht toll aus Ja, okay, dann hast du die Jacke hier Okay Kennst du eigentlich den Spruch? Also, um Gottes Willen, das soll jetzt nichts bedeuten Ich dachte nur gerade, ach nee, ich sag's nicht, sonst bist du mir beleidigt Ich sag das Also, es gibt ja Arsch frisst Hose, ich hab grad überlegt, ob es auch gibt Arsch frisst Kleid, aber im Positiven, siehst du? Oh, das verstehe ich ja, fühle mich sehr geehrt Okay Dann wollen wir mal Ja, frisst einfach alles Ich spare mir jeglichen Spruch, denn das wäre sehr sexuell So Ja, dann lassen wir das mal Warum? Ist ja noch nicht soweit Was? Jetzt erst mal das Prank Ja, aber hast du dich über die Ballons gefreut, dann freue ich mich auch Ja, Wahnsinn, ich freue mich wirklich total über die Ballons Das ist so ne cool Ach, ich find sowas nie Ich nehm mir immer vor, so Sachen auch als erstes zu finden, aber ich hab keine Chance gegen dich Das ist wie so ne Shopping Das ist ein Shoppingmonster Die sind vom Valentinstag, ich hab keine bekommen Oh Frau Devour hat mir heute da Masquerade aufgemacht, dass ich auch noch welche krieg Ja toll, da kommen wir die Special Ja, man muss ja nur, ja ich sag ja, Connections schaden nur dem, der sie nicht hat Hast du meine Kaninen, doch meine Hasenohne hast du gesehen, ja stimmt Ja Ach, ich hab doch auch super schöne Masken, ich freue mich schon wieder auf Weihnachten und Halloween Oh, Halloween wäre doch toll und Weihnachten erst Nein, Halloween ist scheiße Halloween ist kacke, weil Halloween hat mich heute in ein Fettnäpfchen treten lassen und Halloween lässt mich einfach nicht in Ruhe Ich glaube, wir feiern da richtig schön mit schönen Masken, mit schönen Partys Ja und mit Schluss machen dann wieder, Larry Nein, mit aller Ruhe würde ich sagen Ich wette, du machst diesmal mit mir Schluss Weißt du was, ich werde, ich werde, ich werde einfach um die Zeit rum werde ich einfach auf die Ranch zu meiner Mom fahren Ja, vielleicht ist das doch einfach mal besser so So Du siehst echt toll aus Du siehst auch toll aus Dankeschön Ja, der Hut gehört halt zu mir, oder? Ja, ich weiß, aber der ist immer so Was, wie, was? Das ist ein echter Statzen Ja, aber der ist oben so hoch, das sieht immer so komisch aus, das ist ein ganz kleinen Kopf Hä? Du sagst doch allein, dass ich einen kleinen Kopf habe, wenn ich keinen Hut habe, also ich weiß auch nicht Weil du so einen kleinen Kopf hast, Debbie Gut Bist das so ein hübscher Mann Hab ich jetzt auch einen kleinen Kopf Du hast einfach nur viel Haare Ja, ich helfe Okay, ich muss mit dir wirklich mal ein paar Sachen machen Ja, brauchst du mit Also, Barb und Jo Barb und Jo, können wir irgendwo hinfahren? Ja, gerne Wie wär's denn, wollen wir zur Sternwarte hoch? Oh, da waren wir schon lange nicht mehr Da waren wir generell eigentlich nicht so oft Kannst du mir da nochmal einen Antrag machen? Es gab immer nur Drama da oben Das letzte Mal war irgendwie das Drama um Evan Ich hab mich so eindolten lassen Hast du eigentlich was Neues zu dem Kerl? Ich hab ja noch ein paar Infos gegeben Ja, ja, ich hab ein paar Sachen natürlich, ne Bist du nicht mein Peti? Ähm Ja, ich weiß Ich bin im Moment ein bisschen am Hin und Her überlegen Du kennst dich doch aus, mach doch mal das Navi Sternwarte technisch, klar Ich weiß nämlich grad nicht, wo es war Ach, danke Ich bin ja ehrlich Ähm, ja, was denn? Ja, also Uff, ähm Ich bin grad auf überlegen, ob ich mich bei einer Sache einmische Weil ich denke, dass es meine Aufgabe als gute Freundin ist Um Stimmbares zu verhindern Weil ich habe etwas beobachtet Ja Und äh Es ist wirklich schwierig Ähm, Jo und ich, wir haben schon seit geraumer Zeit nicht mehr so viel miteinander zu tun Wir sehen uns eher selten Okay Und äh Barbara sehe ich in letzter Zeit sehr oft auch ohne Jo Weil es okay ist, weil ich glaube, er steht viel oder so Okay Ähm, und äh Ich fand das ein bisschen seltsam Jo hatte irgendein Problem, ich weiß immer noch nicht was für eins Aber es schien für mich, hat sie das angehört wie Ausreise oder vielleicht irgendwas mit der Beziehung Ähm, mit der Beziehung ist wohl alles in Ordnung jetzt Und äh, er wollte dann mit mir reden Wir waren dann auch beim Code Center Und das Gespräch fing an Und ich habe ihm gesagt, warum redest du mit Barbara nicht darüber Okay Und äh, er konnte es erstmal nicht wirklich beantworten Und meinte dann, ja, äh, schwierig Und sie macht einem immer nur Vorwürfe, ich kann ihr das nicht alles sagen Da habe ich gesagt, ja, aber guck mal hier, äh, du hast ja mit mir so wenig zu tun Du solltest unbedingt mit deiner Frau reden, ne Also wenn da ein Problem ist, dann sollte er als erstes mit seiner Frau reden Und nicht mit jemandem, mit dem man noch nicht so viel zu tun hat Oder vielleicht mit einem sehr, sehr engen Freund, ne Na ja gut, vielleicht vertraut er dir einen, aber okay, ja Ja, aber mir scheint es so, als würde er Barbara in nichts mit einbeziehen So Oh, okay Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll Und ich, äh, jetzt hat mir Barbara aber eine SMS geschrieben Ja Weil ich habe mich heute an den Tag auch, jetzt hat Jo auch gerade geschrieben Mhm Sekunde, ich bin grad wirklich, äh, am hier und her liegen Ein Problem Ja Ich habe geschrieben, du, ich habe gestern noch mit Jonathan lange geredet Ich habe ihm, mit ihm geredet, aber ehrlich gesagt, habe ich noch das Gefühl, dass er mir nicht alles erzählt hat Das habe ich nämlich auch Okay Ist ganz komisch zwischen den beiden Äh, das Gespräch ist mir total widerwillig vorgekommen Aber ich bin wirklich froh, dass er überhaupt mit mir geredet hat Ähm, aber du musst dir keine Sorgen machen, er möchte nicht ausreisen Und Schluss machen wir dir auch nicht Die Sache ist, dass ich Jo wirklich überreden musste, dass er mit Barbara redet Dass er sie mit in seine Beziehung, also in seine Probleme und überhaupt in sein Leben mit einbezieht Okay Und ich weiß es nicht, ich muss, ich muss das irgendwie Barbara sagen, aber ich will die Beziehung zwischen den beiden nicht kaputt machen Äh, wie mache ich das am besten? Weißt du da irgendwie Tipps für mich? Boah Weil ich bin als Freundin, sollte ich ihr das sagen, weil du solltest doch nicht Jemand sollte dich doch nicht überreden, mit mir zu reden, weißt du, das ist eine Sache dann zwischen uns beiden Ja, das ist schwierig, also, naja gut, weißt du, auf der Freundin Basis Ja Ich meine, Jo hat sich da wohl aber schon aus vertrauensvollen Gründen an dich gewandelt Ich meine, ich weiß nicht, ob er kann, würde er es denn irgendwie schaffen, über dich, Barb auf eine andere Meinung zu bringen? Nein, er weiß ja, was das Verhältnis zwischen mir und Barbara ist, mit solchen, also ich hab noch nie so ernst mit dir geredet, das wär mir auch irgendwie ein bisschen unangenehm Vielleicht war ihm das einfach, vielleicht war ihm das einfach wichtig, deine Meinung zu hören, da du ja Barb auch ganz gut kennst, und? Es ging ja nicht um Barbara, das ist es ja Ich weiß nicht, um was es ging, aber um irgendwas anderes Irgendwas ist bei Alice Taxi gerade nicht in Ordnung Ach, das ist super weird Also, also so richtig raus kam es jetzt nicht, meinst du? Nee, er hat ja dann mit, wie gesagt, ich habe darüber redet, dann hat er mit Barbara geredet, und ich bin dann später weggefahren Tja Hm, vielleicht kannst du irgendwie, vielleicht kannst du Barb irgendwie einen dezenten Hinweis geben Ich werde jetzt versuchen, irgendwie möglichst klug anzustellen Irgendwie so einen dezenten Hinweis geben, oder? Naja, aber wenn du sagst, er hat dann noch mit ihr geredet, über was hat er mit ihr geredet, weißt du was? Ja, laut Barbara, äh, war das alles widerwillig, und sie weiß jetzt nicht irgendwie unbedingt mehr Ah, also eigentlich, äh, viel Wirbel um nichts Nicht wirklich, ich glaube, die haben genauso wie wir beide Kommunikationsschwierigkeiten Mhm Naja Macht, macht das Sinn, wenn man sowas, naja, das ist auch bescheuert, oder? Meinst du, es macht, macht Sinn, sodass du vielleicht Ja, dann tust du dir aber auch was an Ja, aber ich weiß ja nicht, ob die das wollen, so eine Art, äh Also pass auf, entweder kannst du so ein bisschen als Vermittlerin dastehen Vielleicht irgendwie Das wäre aber dann, glaube ich, echt schon, das wäre schon heftig, glaube ich, bei den beiden Oder du schlägst ihn auch vor, du hast doch gesagt, du hast doch jetzt mittlerweile schon, äh, ein Gespräch mit Psychologen Vielleicht hast du da eine gute Empfehlung Ja, aber wenn sie da nicht, aber dann können sie, könnte ja wahrscheinlich auch sein, dass die gleich wieder auf, auf die Palme gehen oder so Ja, aber Barbara, Barbara weiß ja gar nichts davon, das meine ich ja, Barbara weiß nicht, dass, äh, ich quasi dafür gesorgt habe, dass er überhaupt mal mit ihr redet Ich glaube, die haben an sich da echt so ein paar Schwierigkeiten, ich will da aber auch nicht rein, beziehungsweise mir heilig, das weißt du Ja, das Problem ist, wir müssen eigentlich, dass, wir müssen es schaffen, dass Jo ist klar ansprechbar, äh, so dass es so, dass es so aussieht, als es, ja, es soll ja auch von ihm kommen, verstehst du? Also, also wir müssen Jo dazu bringen, dass es von ihm ausgeht in Richtung Babs Adresse Na, ich weiß nicht Wenn du jetzt nach Gefühl natürlich Babs sagst, ja, ja, pass mal auf, da haben wir hier gesprochen und hier und da, ach, ich glaube, das ist eh, das ist weniger förderlich Ich glaube, dann ist er, er, dann steht erstmal zur Diskussion, warum er sich an irgendjemand anderes gemahnt hat Wobei eigentlich diese Erkenntnis total unerheblich ist Das war aber eher spontan, er ist, als ich von er das Taxi weg bin, ich wollte dann losfahren, er ist ja einfach in mein Auto eingestiegen, also in das Taxi eingestiegen und hat gesagt, ja, ich soll ihn hier wegfahren Aber glaubst du, dass in dem Moment Bab das interessieren würde, wenn sie erfährt, dass er mit dir gesprochen hat, statt ihr? Ich finde einfach, sie sollte das wissen Ja, ich sehe es halt nur so, ich glaube, dass es die Kommunikation dann eher erschwert, statt erleichtert Hm Ja, weil sie den Dick, sie ist ein Sturkopf Ja, da kenne ich noch einen, sitzt neben mir Ja, natürlich, aber sie ist, was das angeht, auch, das sagt er selber auch noch, sie ist halt ein Sturkopf Ja, das ist richtig, und wenn sie dann erstmal auf den falschen Trichter kommt, weil sie das jetzt falsch, ja, falsch annimmt und du sie ansprichst Und sie ihm den Vorwurf macht, dass er nicht mit ihr zuerst spricht Oder er es deutlich anspricht Nein Ja, kommen sie denn dann auf einen grünen Nenner? So ein Sturkopf ist Barbara gar nicht Weißt du, wer ein Sturkopf ist? Jo, weil ich nämlich die Erfahrung schon mal gemacht habe, das war furchtbar Aha, okay Er ist stockbesoffen gewesen, mit Harald Ja Er war gar nicht stockbesoffen Und ist dann mit dem Auto weg, mit dem Taxi weggefahren besoffen, kam dann wieder und ich habe gemäckert und habe gesagt, ey, du kannst nicht einmal, es sind nur Leute unterwegs, du kannst nicht einmal besoffen, wie ein Wilder durch die Straßen fahren Und dann ist er in sein Auto gegangen und ich habe mich dann mit reingesetzt, die Geschichte hatte ich dir schon erzählt Ja Und er hat mich dann irgendwie, ich hatte mich nicht mal anzuschneiden, ist er mit mir wie so ein Idiot durch die Straßen gefahren, voll schnell Und habe mich dann an der Tankstelle rausgelassen und ist weitergefahren Da habe ich ja dann irgendwann später das PD gerufen und er konnte nicht verstehen, er sagte, was ist daran so schlimm, wenn ich betrunken war, da habe ich gefragt Jo, da habe ich gesagt, du bist doch ein älterer Mann, du bist doch jetzt keine 20 oder so, du musst doch wissen, was daran das Problem ist Ja Und das ist so ein Dickkopf, der war so stur und dann habe ich es auch irgendwann sein gelassen Und du hast, aber du hast dann das PD gerufen, ja? Ich habe das PD gerufen, ja, weil er sich und andere gefährdet hat Na ja, gut, also, hättest du dich nicht selber ans Lenkrad setzen können? Er ist gefahren, Larry Ja, hättest du ihn nicht einfach überreden können oder hättest du ihn nicht einfach, hättest du nicht selber fahren können? Nein, ich fand das PD rufen war genau das Richtige und ich würde es jederzeit wieder tun Versteh mich jetzt nicht falsch, ja? Deine ehrenvolle Aufgabe, die du da erledigst, die du jetzt hier auch gefunden hast und die du machst, wirklich, das weiß ich selber ja auch, ist gut, in allen Ehren Aber ich denke mal, so unter Freunden, das heißt nicht, dass man sich illegale Dinge fördert, aber dann hätte man vielleicht hier und da nochmal irgendwo Lösungen gesucht Larry, er hat mich unangeschnallt durch die Gegend wie so ein Beklopter gefahren und mich dann an einer Haltestelle, äh, an einer Haltestelle, an einer Tankstelle mitten in der Nacht stehen lassen Wie er hatte stehen lassen? Ja, dass mein Ausbilder vorbeikam durch Zufall und ich da mitfahren konnte, wieder zum Ellis Natürlich rufe ich da das PD, der fährt, Larry, willst du, dass der irgendein Kind oder irgendeine alte Oma überfährt? Das ist eine Missionstadt, du weißt ganz genau, dass hier viele Leute unterwegs sind Ich hätte gesagt, halt mal an und dann hätte ich ihn rausgezogen, zur Not hätte ich ihn ausgenockt und wieder einen reingesetzt Und es war nicht nur Jo, es war noch Harald Ach je, der war auch besoffen Der war auch stinkbesoffen, der konnte gar nicht mehr geradeaus laufen Und das hat nichts für mich mit Freundschaft zu tun, das hat auch für mich nichts zu tun mit, ich arbeite beim PD, das würde ich jederzeit wieder tun Ja, es geht nur darum, meine erste Ambition wäre gewesen, ich fahre die nach Hause, ich bringe sie nach Hause und Thema ist gut Aber wenn das natürlich nicht möglich war und wenn die sich dann auch noch rausschmeißen, dann hast du alles richtig gemacht Ja, so war die Situation nicht, also dachtest du, ich hätte jetzt einfach nach Hause fahren können, das hätte ich ja gemacht Alles gut, nein, okay Ich war aber selber betrunken, ich bin danach mit dem Daxi nach Hause Ach so, okay, alles klar, das wusste ich nicht Das war mit dem Bus, mit diesem Personal Trainer, den ich damals da kennengelernt habe, der war nämlich auch da, ich glaube mit dem bin ich nach Hause Ja, da war nichts, da war wirklich im Bus, da war auch ein Busfahrer dabei, alles gut Hm, okay Naja, ja, nee, ich denke dann, wenn sie dich da stehen haben lassen, dann war das schon das Richtige Ja, aber das haben sie dir bestimmt übel genommen, oder? Bitte? Haben sie dir das übel genommen? Ja, das war mir in dem Moment egal Naja, es hat sich dem seitdem irgendwas geändert, in dem Verhältnis zu Jo Weiß ich nicht, aber er hat, ja wir haben uns gestritten, aber er hat nicht verstanden, was so schlimm daran ist, besoffen durch die Gegend zu fahren, wie so ein 15-Jähriger Naja, in seinem Alter sollte man das eigentlich wissen, ja Spätestens wenn dann wirklich irgendjemand unter den Reifen klemmt, dann kommt das böse Erwachen Ja Ja Das ist traurig Weißt du, was ich damals gemacht habe? Ich hatte damals mit Müller, wie hieß er? Müller, ja genau, ja Müller Ja Und dann war dieser Jafar, der Taxifahrer damals, und noch einer Sind die besoffen, rumgefahren Dann habe ich die in den Polizeiwagen gesetzt und habe den erstmal eine Levitin gelesen, was da passiert, wenn sie besoffen rumfahren, wo sie denken, es wäre alles nicht so schlimm Und wenn dann was passiert, dann habe ich ihm einmal die Zellen im PD, ich habe die mit zum PD genommen, habe die erstmal den Zellen von innen gezeigt Und habe dann mal gesagt, so, und so, hier da werdet ihr landen in diesen Zellen, wenn ihr hier irgendeine Scheiße baut und wenn dann auch noch was passiert, wie kann man denn so blöd sein? Und dann haben sie Angst bekommen, haben gesagt, ach nee, sie haben ja recht, aber wir fahren mit dem Taxi Und dann war das Thema gut, das war eine erzieherische Maßnahme, das war vertretbar, auch im Dienst Und dann war das Ding gegessen Aber ich habe ja bereits mal betrunken, Autofahren sehen damals Naja, ich war auch nicht immer brav, ich fahre auch, ganz ehrlich, es ist auch nicht toll, was ich mache, ich habe das auch scharf gemacht Nein, du fährst viel zu schnell und ich finde das auch nicht in Ordnung, aber du hattest schon einen Unfall Ich bin heute toll gefahren, oder? Bis jetzt Ich habe extra aufgepasst heute Ja, aber, ähm, das ist, um jetzt wieder zurückzukommen Also meine Meinung ist, dass man irgendwie Jo dazu bringen muss, dass er wirklich in ein offenes Gespräch mit Barb geht Also wenn man das Barb direkt sagt, weiß ich nicht, ob das ein Gewinn ist Doch, ich, Larry, ich fühle mich so scheiße, wenn ich da nichts sage, ich fühle mich kacke Ja, das verstehe ich Ich fühle mich, aber ich mache das ja vorsichtig Ich mache das ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie mit Jo biefert Ich muss nur gucken, wie ich das am besten mache Ja, ja, ich verstehe dich, ja Und das andere ist die erneute PD-Sache Ja Ja, wie spreche ich das jetzt an, ne? Ja, sprichst du einfach an, wie es ist Wenn du wieder Poker hast, um zu gucken, ob die dich wirklich wollen und so weiter und so fort, dann sag lieber bitte ab Weil ich habe Probleme, weil das ja erst eine Woche her ist mit Dix Ja Irgendwann kriege ich Probleme, das weiterhin ernst zu nehmen, weißt du, wie ich das meine Das meine ich nicht böse, aber ich kann es nicht anders ausdrücken Ja, weiß ich Sag es doch lieber direkt ab Ich bin noch nicht überzeugt Ich suche noch ein Gespräch mit Kowalski, mache ich privat Aber du hattest das Gespräch doch schon und hast du abgesagt Nein, ich habe nicht abgesagt Doch, du hast damals, wo wir uns gestritten haben, hast du mir gesagt, das wird kein Thema mehr sein Ich bin glücklich da, wo ich bin, bei deinem ist die Das habe ich jetzt 20.000 Mal aus der Mund gehört Wenn du jetzt in den letzten Wochen bist du mir ständig in den Ohren gelegen damit, dass es doch schön wäre, wenn ich da wäre, dann könnten wir viel offener über alle Dinge sprechen Ja, aber das jetzt, deine Entscheidung stand ja bei Dix Und das jetzt, Herr Weiß hat zu dir gesagt, kommen Sie nach Hause Und jetzt steht es wieder nicht Also was ist jetzt, weißt du, ist ermüdend Es ist schon etwas anderes, wenn ein, ob ein Dix, den ich noch nicht mal kenne so richtig, ankommt mit sowas Oder ob der Chief of Police, mit dem ich schon jetzt echt Ewigkeiten kenne, ankommt und sowas sagt und dann ein Kowalski noch dahinter ist, der auch so Dinge sagt Dann darf man ja hoffentlich mal ins Grübeln kommen Und ich habe mir einfach bedenkt Ist das die Stimme oder ist das die Stimme? Ich weiß nicht, wir streiten so mit denen Eine Warte Und dann ist es ja völlig egal, wie die Entscheidung fällt, ja oder nein Die Entscheidung ist doch schon lange gefallen Und ich wette, dass sie sie jetzt auch schon Ich wege wirklich ab, ich tue mir schwer Egal, für ja tue ich mir schwer, für nein tue ich mir schwer Sage ich ganz ehrlich, wie es ist Wir hätten viel weniger Zeit miteinander dann Die Frage ist auch, dann verdiene ich ja auch wieder weniger, oder? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, wir hätten weniger Zeit füreinander Meinst du wirklich? Ja, ich habe da ein bisschen Angst vor Wolltest du nicht ins Estil? Wärst du, wären wir dann nicht beide da? Das ist kompliziert gerade Was sagst du? Es ist kompliziert gerade Also kommst du nicht ins Estil? Es ist kompliziert, Larry Also sag jetzt mal ehrlich Es ist doch für eine Planung in einem privaten Haushalt Doch durchaus von Interesse zu wissen, wo irgendein Mitarbeiter hinversetzt wird Also das kann doch jetzt nicht so schwer sein Das hat auch nichts mit Interna zu tun Wenn du mir jetzt sagst, ob du jetzt ins Estil kannst oder erstmal nicht Das hat doch nichts mehr mit Interna zu tun, tut mir leid Ich weiß es selbst noch nicht, Larry Ich kann dir das nicht beantworten Ah, okay Also ist noch eine Entscheidungsphase In Ordnung Die Sache ist halt die, ob wir wirklich was gewinnen Ob wir da wirklich Qualität gewinnen würden aus der Sache Wie du schon sagst, wahrscheinlich würden wir weniger Zeit haben Zwar können wir offener über alles mögliche reden, aber Wir haben weniger Zeit Das ist ja auch ziemlich beschissen Naja, du wärst mich ein bisschen von der Backe, ne? Pfff, das will ich doch gar nicht Ich bin froh, dass ich dich wieder mehr habe als vorher Und ich bin froh, dass ich da einen so flexiblen Job habe Und äh, ich stehe, weißt du, bei deiner Sicht stehe ich ja nicht schlecht, ha? Ich habe einen guten Job, ich bin mittlerweile der Dienstälteste der Firma Und äh, naja Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sogar weniger verdienen Dann habe ich nämlich dasselbe Problem wie du Mit diesem, ähm, Zusatzgeld-Dingens hier Und dann bin ich ja in der Behörde, richtig? Hast du dich doch so beschwert, dass du weniger Geld bekommst Ich kann mich nicht beschweren, auch als Rekrut konnte ich mich nicht beschweren Naja, gezahlt wird gut, ja, aber Aber es geht auch nicht, das Geld Also Nicht diesen Unterschieden Deswegen, schau mal, deswegen mein Vorschlag Wir lassen das Und ich und ich frage den Chief, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, so eine Art Ich sage ja mal, so eine NDA oder aufgrund meiner alten Zugehörigkeit Bin ich sowieso vertraglich noch verpflichtet, so habe ich sowieso eine Schweigepflicht Ob ich nicht dahingehend, ob wir da irgendein Agreement finden können Sodass du auch nicht unbedingt Angst haben musst, über gewisse Dinge zu sprechen Vielleicht hier und da, ich meine, klar, du musst ja nicht über aktuelle Dinge mir alles erzählen Aber so, dass du so eine, naja, sagen wir mal, dass wir eine Gesprächserleichterung haben Wäre damit nicht schon ein bisschen geholfen? Das ist doch das, was dich immer so belastet, dass du von, dass du gewisse Dinge, die du im Dienst erlebst, nicht loswerden kannst Du bist ja nicht von der Seele reden kannst Also bist du doch generell eher Contra und nicht Pro Ich rede jetzt, ich, sag mal, ich rede jetzt gerade, pass auf, ich versuche gerade rauszufinden, was positiver für uns sein kann Was kann positiver für uns sein? Pro und Contra Wenn ich zusage, Contra, möglicherweise haben wir beide weniger Zeit füreinander, richtig? Richtig Pro, wir können offen über sämtliche internen Angelegenheiten sprechen, ohne Angst haben zu müssen Sind diese alltäglichen Dinge im Dienst so wichtig? Ist jetzt nur meine Frage Stelle ich jetzt mal so in den Raum, um Gottes Willen Manche Dinge sind wichtig, dass man darüber sprechen kann Vielleicht hat man einfach gewisse Leute, über die man mit gewissen Dingen sprechen kann Ich weiß nicht, wie du das siehst Was meinst du? Es gab schon Situationen, da hätte ich wirklich gerne mit dir darüber geredet, ja Okay, das Gefühl hatte ich auch Naja, deswegen mein Vorschlag, vielleicht kann man was regeln Also gibt es kein PD für dich? Was hätten wir denn noch für Pro und Contras? Was fällt dir denn ein? Was wäre Pro und PD für dich, alleine, ohne mich? Nein, darum geht es hier nicht Es geht für mich Beantworte mir die Frage Beantworte mir die Frage Mittlerweile, ganz ehrlich, ich bin momentan, es ist für mich, also es wäre für mich jetzt, es ist für mich momentan unerheblich Ganz ehrlich, ich habe einen guten Job bei der Dynasty Ich habe da eine gute Stellung, ich habe einen guten Verdienst, ich habe da sehr viel Spaß an der Arbeit Ich weiß, dass ich auch sehr viel Spaß an der Arbeit in PD und SD wieder haben würde Es sind auch tolle Leute da Aber ich glaube, das Ganze ist wieder mit Stress und Papierkram verbunden und es ist halt einfach wieder anders Aber trotzdem hätte ich ja wieder Spaß an der Sache wahrscheinlich Aber so oder so, die Entscheidung, ja oder nein, also es würde, ich wäre mit beiden zufrieden Wobei, ich nicht weiß, ob wir da was wirklich gewinnen dabei, auch wenn es sich noch so attraktiv anhört Außerdem ist noch nicht mal gesagt, dass es funktioniert Keine Ahnung, was mir die da alles um die Ecke kommen wollen Prüftechnisch Sonst alles okay bei dir heute? Ja, aber mir ist alles okay, wirklich, mir geht's gut? Du wirkst wirklich nicht so gut drauf Ich bin ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten geht es mir echt gut Echt, kein Problem Ich hatte eigentlich einen guten Tag heute bis jetzt Ich habe immer noch einen guten Tag Guten Abend, ich bin froh mit dir hier zu sitzen Nee, ey ich hab immer noch einen guten Tag Ich meine, es ist doch alles. Alles hat irgendwo positive und negative Seiten. Schaffe ich es denn, zwischendurch dich auf andere Gedanken zu bringen, wenn wir uns nach dem Dienst sehen und irgendwas Tolles unternehmen? Oft habe ich das Gefühl, dass ich dir ein Lächeln aus dem Gesicht zaubern kann. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich so ist oder ob es dann nur für den Moment ist oder ob es dir dann wirklich besser geht. Geht es dir denn dann oft besser? Für einen kurzen Moment, ja. Sollen wir ein bisschen daran arbeiten, dass es länger hält? Aber das hat, glaube ich, nichts mit dem Job zu tun, oder? Doch, auch, natürlich. Ja, nicht mit meinem Job, oder? Nein, nicht mit deinem Job. Genau. Ich habe gesagt, nach wie vor, ich versuche dich in allen zu unterstützen, wo ich kann. Ach, weißt du, ich will, ich will für dich da sein. Ich habe Angst. Ich habe Angst, wenn ich da im ST anfange, dass wir dann vielleicht wirklich, deswegen meine Frage, ob du auch in den ST kommst, wenn wir da einheitentechnisch getrennt sind, von der Behörden technisch getrennt sind voneinander, weiß ich nicht, inwieweit wir da zusammen, inwieweit wir dann da Flexibilität haben, da gemeinsam irgendwelche Dienste oder Streifen zu fahren, ob wir uns dann wirklich sehen oder ob wir uns nur auf irgendwelchen Einsätzen sehen. Ja, das dürfen wir, wir dürften eh keine Streifen zusammenfahren. Ja, toll. Und dann sehen wir uns vielleicht nur in einem Notfalleinsatz, ja, wo wir uns gegenseitig dann vielleicht noch beobachten oder wo wir uns gegenseitig dann vielleicht Angst haben müssen, dass irgendeiner von uns beiden eine Kugel dort am Geschehen abbekommt. Weißt du, aber ich... Ich stelle mir das ziemlich stressig vor. Ich sehe dich irgendwie immer eher so in so einer anderen Position als ein Streifenpolizist. Da sehe ich dich irgendwie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendein anderer Posten beim PD, wo man nicht rausfährt. Ach, weißt du, ich habe mich damals in der Ausbildung wohlgefühlt. Oder als ich den Streifenpolizisten auf den Zahn gefühlt habe, in Office 1 bis 3. Aber in der Ausbildung brauchst du sehr viel Zeit. Ja, das ist das Problem. Und ich habe keinen Bock auf die Papierkram, sage ich dir, ganz ehrlich. Ach so, weil ich hatte gerade gedacht, was ist mit der Theorie? Ne, ganz ehrlich, also, Ari, nehmen wir das nicht übeln, aber... Ich habe keinen Bock hier, mir mit Papier die Zeit tot zu schlagen und dann irgendwo vorne in einem Klassenraum zu stehen und dann den ganzen Tag nichts anderes zu tun habe, als dann irgendwelchen Leuten... Dann trockene Theorie zurück. Da bin ich nicht der Typ vor. Also, wenn ich Theorie vermittelt habe, dann habe ich das immer mit Praxis verbunden. Das ist eher so mein Ding. Ich bin Pragmatiker. Ne, dieses einfach nur trocken irgendwas, stumpf vortragen, das... Ja, gut. Ja, ich habe gerne organisiert, ich habe gerne hier und da was gemacht, aber das brauchte halt Zeit. Die Zeit habe ich nicht mehr. Schade, so ruhiges Department wäre halt, ne, so wie das, wo Ariane hin will. Dann wäre meine Entscheidung sofort fein. Dann wäre meine Entscheidung, dann bräuchte ich nicht mal eine Zehntel Sekunde überleben. Weil dann würde ich auch nicht lange Streifenpolizeis blicken. Ja, dann ist doch dein Ziel, dann endgültig der perfekte Ort für dich und das Thema ist dann erledigt. Aber ich finde trotzdem, deine Fragen haben mir irgendwie dann trotzdem noch mal die Augen geöffnet. Ich meine, irgendwo... Man muss schon ehrlich sein, was die Arbeit angeht. Naja, der Streifendienst war nicht schlecht. Dann habe ich eh, dann habe ich so lang gemacht. Das Wichtige, weißt du... Das Wichtigste war immer, nicht nur in diesem blöden Streifenauto zu sitzen und dann einfach nur mal zu warten, bis irgendwo ein Dispatch kommt oder bis irgendeiner um Hilfe schreit. Oh mein Gott, das war mal so? Ja, das war eine ganze Weile so. Die Leute mussten das erstmal lernen, dass man hier vielleicht auch mal aus seinen Scheißwagen aussteigen kann, dass man mal in irgendeinen Laden reingeht und einfach mal guten Tag sagt. Oder dass man einfach mal nachfragt, hey, ist alles okay? Ja, okay, ich weiß nicht, wie... Also, ich sag mal so, die Zeit irgendwo zu sitzen im Auto und auf irgendwas zu warten, hast du nicht mehr. Naja, gut. Es ist schön, wenn man mal kurz sitzen kann und innehalten kann. Ja. Dann sei aber fair zu Kowalski und sag lieber ab. Ja, das mache ich. Aber Eric, das ist mal ein gutes Gespräch. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass wir mehr damit gewinnen, wenn ich bei Deinerstie weiterbleibe und so, dass ich einfach flexibel... Ich bin zumindest flexibler, was die Zeit angeht. Du musst es aber nicht für mich machen, David. Ich mag es aber auch erstens mal, ich habe Spaß an der Arbeit und zweitens, ja, ich mache es irgendwo auch für dich. Natürlich mache ich es für dich. Ich mache es für mich. Ich habe Bock auf die Arbeit. Ich habe, wie du... Also, ganz ehrlich, ich habe noch nicht einmal, glaube ich, gemeckert, bei Deinerstie irgendwie blöde Arbeit zu haben. Aber ich mache das auch, weil ich versuche, ich habe hier einen Job, der mir Flexibilität erlaubt, so dass ich dich dann auch sehen kann, wo ich mich auch mal frei nehmen kann und wie es halt einfach auch passt. Job und privates Vereinbaren kann ich mit Deinerstie gut. Ich glaube, dir ist private Vereinbaren als Doppelpack im PD oder im SD. Wird schwierig. Ich glaube, es gab auch nicht viele Beziehungen in dem PD, die richtig lang gut gingen. Also, wo beide da waren. Ist das so? Ich habe jetzt kein Beispiel, wo es länger gehalten hat. Aber das ist das Problem hier. Hat man generell ja nicht. Na gut. Was war es denn mit meinem Gespräch, Tim? Aber du wirkst nicht zufrieden. Ach, nur ein bisschen angenervt. Wegen vieler Sachen. Ich rufe kurz gerne. Okay, nicht ran. Ich kümmere mich drum. Okay. Jetzt bist du angenervt. Wegen dem Ja-Nein. Oder weil Angebot, ja vielleicht. Aber ein Nein impliziert es bei der Möglichkeit, wenn man eine Möglichkeit heraus handelt, Bedenkzeit zu fordern. Dann hat man immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Halt mir das bitte nicht vor. Ich halte dir das nicht vor. Ich habe tatsächlich vieles eher auch negativ gesehen, wenn du dann doch wieder anfängst. Ich finde unser Gespräch jetzt war gut. Also auch die Argumentation, auch nochmal nachzudenken, wo sieht man sich da innerhalb des PDs, innerhalb des SDs. Wo stellt man sich da hier und da was vor? Und, äh, Also ganz ehrlich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir da nur mehr Problem haben. Ich verstehe Ari, was das angeht, tatsächlich nicht. Also nicht wegen, Hä? Nicht wegen der Arbeit an sich. Tutelichu, warst du hier gerade zugeguckt oder überhaupt das ERP? Obwohl man meint, dass es uns direkt Kann man Ariane da nicht verstehen? Das war sehr überflüssig, dass sie das endlich mal sagen. Hä? Also ich weiß, dass du bei Skinner auch viel im Chat unterwegs bist. Ich glaube, du hast hier gar nicht zugeguckt. Aber nicht wirklich. Das verstehe ich gar nicht. Nicht böse sein. Dann kann es mal sein. Dann ist ja eine die ganze Nacht unterwegs. Andere nicht. Das soll uns ein Großeinsatz sein oder bei dir ein Großeinsatz sein. Ich muss pinkeln. Oh. Ich beheim mich. Ja, mach das. Hä? Ah, ey, Leute. Ihr, ach, das ist so schwierig, wenn man nur eine Seite, guck mal, wir haben ja auch unsere Meinung zu Skinner, weil wir nur die eine Seite haben. Nur unsere Seite. Auch wenn es zum Beispiel Ariane und Frau Kulele und so angeht, wo jeder denkt, hä? Was hat die auf einmal gegen Frau Kulele? Und Ariane ja denkt, dass Frau Kulele auf sie geschossen hat. So, ne? Ich geh mal kurz pinkeln. Moment. Nummer! Bitte. Oh. 75- Amen. So, ich schaue die ganze Zeit das RP und nicht böse sein, aber er ist da immer hin und her gerissen, doch irgendwie logisch, nur meine Meinung. Hast du heute das Gespräch von Ray und Ariane im MD mitbekommen? Da hat man sehr, da hat man einen Ausblick gekriegt, was also, ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe Ariane und ich spiele sie. Ich stehe da sehr hinter, was ich da gerade mache, wird wirklich mein Freund die ganze Zeit sagen, ja, Lady Ukuma. Ariane, immer noch du, ja, bei mir macht das sehr viel Sinn. Ich weiß bis heute nicht, warum die übrigens so dunkel angezogen war, also wirklich nicht. Ja, also Totally You, wie gesagt, auch nicht böse gemeint, aber da muss ich leider großes Veto einlegen. Wenn man gerade heute auch hingeguckt hat, was Ariane Ray im Krankenhaus gesagt hat, also im MD gesagt hat, macht das sehr viel Sinn. Und in unseren RPs ist es immer, ja, nein, 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 ich hab doch wieder blaues Blut, ja, nein, ja, nein. Und das haben wir so krass lange, dass Ariane das auch nicht mehr ernst nehmen kann und sie will einfach, dass der Mann endlich mal ankommt. Sie will, dass er ankommt. Genau, wenn das Partner das Thema tausendmal durchmacht, dann nervt es halt irgendwann nochmal. Ja, und da muss man auch mal, auch den Partner zuliebe auf den Tisch hauen. Das heißt ja nicht, dass die jetzt, also das ist, ja, also im Real Life, ne, hätte ich nicht so eine Geduld wie Ariane. Da hätte ich jetzt gesagt, Alter, geh mal mit deinem Scheiß nicht auf den Sack. Wirklich, im Real Life spreche ich sowas sofort an. Kommst du raus? Ja, natürlich. Ja, ich bin mir nicht sicher. Fand ich auch beim letzten Mal, aber... Soll ich mal ein bisschen kurz hier gehen? Ja. Ja. Okay. Ari? Mhm. Ich hab Angst, dass du irgendwann eines Tages einfach weg bist. Warum? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht so einfach wegzugehen. Weißt du noch damals, ich weiß nicht, ob das war, da hab ich noch in Waiwood gewohnt. Da warst du auf einmal weg. Bin ich gerade im Überlegen, wo war ich denn da? Oder was ist, wenn dir irgendwas passiert? Da war ich doch nicht einfach weg. Doch, da warst du einfach weg. Da hab ich nur nicht Bescheid gesagt, oder? Ja, ja. Für mich warst du da einfach weg. Das ist, äh, einfach weg sein. Also, Ari, nein, ich werd nicht einfach weg sein. Ich versuch da dann schon irgendwie mitzuteilen, wenn was sein sollte. Okay? Also, wenn was Ernsteres sein sollte, versuch ich dir das mitzuteilen. Ja. Du hörst dich heute übrigens durchgehend passiv-aggressiv an. Ja. Ich weiß nicht, je länger der Abend geht, dann bleibt mir die Luft langsam weg. Achso, willst du nach Hause? Soll ich denn nach Hause fahren? Ach, das kriegen wir jetzt schon noch hin. Okay, dann sei einfach ruhig, dann rede ich jetzt die ganze Zeit. Gut, komm, 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 komm. Ja, ich rede gerne, ich rede gerne und gerne sehr viel, das weißt du doch. Ja, ich wollte nur nicht unterbrechen, Entschuldigung. Sind wir uns jetzt eigentlich schon öfter ins Wort gefallen? Nein, du hältst dich relativ gut daran. Du auch. Bist du noch glücklich? Ja. In der Beziehung? Ja. Gibt es etwas, das du mir schon immer einmal sagen wolltest und dich nicht getraut hast? Hm. Ich finde es toll, dich getroffen zu haben, Harry. Kleiner ist 30. Ja. Das hätte ich vor ein paar Jahren, als ich hier ankam, an dieser Inseln mir nicht vorstellen können. Ich finde es toll, mit dir hier die Zeit auf dieser Insel genießen zu dürfen. Du bringst so ein bisschen Schwung in meine alten Knochen. Ja, so bin ich ja nicht. Aber in deinen Augen ja schon. Du zauberst in meinem kleinen Kopf immer ein Lächeln auf die Lippen, das ist auch gut. Du hast wirklich so einen kleinen Kopf? Ja. Aber einen lächelnden kleinen Kopf. Nein, Henry Endshaft. Ich habe auch das Gefühl, jetzt vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht halte ich da auf mich selbst zu viel, aber ich habe auch, das meiste hast du dir selbst gut zu schreiben. Aber ich glaube auch, dass ich irgendwo so ein bisschen beteiligt bin an der Entwicklung bis zu dieser tollen Frau, die heute vor mir steht oder neben mir steht, die noch toller geworden ist, als damals, als ich sie schon kennenlernte. Natürlich hast du das. Habe ich das jemals verneint? Nein, aber ich will das nicht so hinstellen, als wäre das jetzt ja irgendwie mein Verdienst oder irgendwas, sondern es ist im großen Teil dein Verdienst. Aber ich bin froh, dass ich teilhaben konnte daran und dass ich mir das immer, naja, von erster Reihe aus beobachten konnte. Ich weiß noch, als du angefangen hattest, die ganzen Bücher zu lesen, wo du dich einfach, wo du deine Allgemeinbildung einfach aufgefrischt hast, wo du dich fit gemacht hast. Du hast mit kleinen Dingen angefangen, du hast dich ausprobiert in allen möglichen Dingen, was du schon alles gemacht hast, Selbstständigkeiten her, Arbeit, Jobs. Und jetzt schau dich mal, wo du heute hier so dastehst und wie du dastehst. Du bist, finde ich, eine Person, vor der man wirklich den Hut ziehen muss und Respekt haben kann, soll. Und da sollte sich auch jeder, den du auf den Straßen begegnest, auch im Klaren sein. Und mit deiner Ausstrahlung, die du hier zum Teil bei mir zumindest an dem Tag legst, bin ich mir sicher, wenn du das auch auf die Straße bringst, dann hast du die Leute da im Griff. Und deswegen, ich bin unglaublich stolz auf dich. Ich dachte eigentlich, irgendwas Negatives sollst du mir mal sagen. Ja, ich habe nichts Negatives, außer, dass du aufhören sollst, mich ständig zu schlagen. Ach komm, da ist bestimmt noch irgendwas. So ein liebes Tatscherl ist ja mal schön und gut. Außerdem warst du damals mein Beschützer, falls du dich erinnerst. Ja. Und du bist es immer noch. Ja, natürlich bin ich das. Ich bin immer noch da. Ähm. Ja? Ja, stimmt. Ich hoffe, dass ich zumindest zweit, weißt du, früher war es ein bisschen einfacher. Dann habe ich mir hier und da mal immer... Naja. Bisschen Ausrüstung hier und da, dann war ich zumindest gewappnet. Jetzt. So komische Vögel hier rum. Manchmal habe ich mir überlegt, mir wirklich eine Waffe zu organisieren. Nein, mach das nicht. Das ist nicht egal. Und das ist da. Ganz genau. Das weiß ich doch. Aber es wird immer gefährlicher da draußen. Jetzt fängst du schon wieder an. Jetzt diskutieren wir da nicht wieder. Ich bin ja auch... Ich habe auch Pro- und Kontra-Liste wegen dem einen Thema. Ja? Natürlich. Aber letztendlich ist es deine Entscheidung. Keine Sorge, ich mache das schon nicht. Nein. Nicht wegen dem Thema, waffe. Immer auf dem Thema, ist die. So, genau. Das ist das, was mich nervt. Okay, das ist die einzige Sache, die mich jetzt nervt. Okay, sag. So. Ja, wir hatten dieses Thema zum, keine Ahnung, 2000 Mal durchgekauft. Genau, das ist es, ja. Ja. Ich verstehe dich, wenn du da vielleicht so ein bisschen so geknickt bist. Aber auf der anderen Seite... Ich bin nicht geknickt. Du hast mich sogar... Du hast mich selber so... Du hast mich sogar dazu bekräftigt, dann wieder nachzudenken, wenn dein Angebot von den beiden höchsten Ämtern kommt. Das liegt auch ein bisschen an dir. Nee, das war tatsächlich auch schon, bevor wir geredet hatten. Also du warst schon sehr... Ich habe ja gehört, was du zweiter Weiß gesagt hast, als er meinte, kommen Sie nach Hause? Hm. Ja, richtig. Es ist ein Angebot, ja. Es ist ein Angebot, was... Aus seinem Munde so... Na ja. Schon was Besonderes ist. Und schau mal, ich habe da auch... Klar, klar würde ich mich auch freuen, Larry. Klar, natürlich würde ich mich auch freuen. Ich kann mit dir frei reden. Ich sehe dich wieder in Uniform. Nach und zu mal. Du bekommst alle Sachen... Der würde es ja wohl nicht ausmachen. Bitte? Der Sexappeal alleine, der wird ja nicht der Grund sein. Ja, aber ich würde schon gerne... Okay, also... Dann kaufe ich mir eine bei dir. Ich glaube nicht, dass du dann eine Pity-Uniform kriegst. Egal, eine ähnliche. Du würdest die Sachen in meinem Funk hören, die ich auch höre? Ja. Und ich kann frei mit dir reden, aber das... Die... Und ich würde denken, dass du endlich wieder... Dass du endlich angekommen bist. Aber... Aber warum... Warum? Also, das würde jetzt implizieren, dass du denkst, ich wäre jetzt nicht angekommen. Ich denke, du bist bei deines D angekommen. Ja. Du weißt es nur selber noch nicht. Deswegen überlegst du immer hin und her. Doch, ich bin angekommen bei deines D. Dann überleg nicht, Boss. Ich habe hier überlegt wegen dir, wegen uns. Verstehst du das? Wegen uns. Und jetzt hör auf mit dem. Hör auf mit dem. Du brauchst nicht, sondern tu nur das, was du für richtig hältst. Nein, das tue ich nicht. Ich überlege. Wir haben eine gemeinsame Zukunft hier, hoffentlich. Und deswegen überlege ich, was für uns gut ist. Und deswegen habe ich abgeweckt. Deswegen haben wir hier gerade gesessen und haben von Pro und Kontras gesprochen. Gott, ich finde dich heute so attraktiv. Du brauchst jetzt überhaupt nicht ab. Es ist aber so. Ich werde auch mit Walter sprechen. Genauso wie ich mit dir gesprochen habe, in aller Ehrlichkeit. Was mich dazu bewegt. Gibt es sonst noch etwas, das sich an mir stört? Das letzte werde ich jetzt noch los. Ich habe es ja gerade vorhin gesagt. Ich habe Bedenkzeit bekommen. Und ich habe die Option bekommen, ja oder nein zu sagen. Ich bitte dich, nur dieses eine Mal das nochmal zu akzeptieren. Egal, wie die Entscheidung fällt. Scheiße, warum finde ich ihn gerade so heiß? Dann planen wir einfach den nächsten Schritt. Ja, okay. Und du? Was? Und du? Oh, ich weiß, dass du ein Beschwerden habe. Mhm. Ja, ja, immer. Ich sage es dir doch immer direkt. Stimmt, ja. Dich muss man ja dazu drängen, dass du mal was sagst. Ja. Ja, eigentlich stört mich ja eigentlich. Ich meine, ich bin sehr umgänglich. Ich pflegeleicht. Manche Dinge nehme ich mal so hin. Es ist einfach so. Dann geht Kompromisse ein. Willst du mich schmeiraten? Ja. Cool. Jetzt noch einen väteren Klunker. Ich will etwas anderes. Ein Haaratsklunker. Ich will jetzt, ich will mit dir jetzt zu, äh, X-Gems. Und dann? Wir haben eine moderne Beziehung, Gary. Mhm. Du wirst ja auch einen Verlobungsring anziehen. Oh, ne, wirklich? Ja. Wo gibt's denn sowas, dass der Kerl einen Verlobungsring anhat? In modernen Beziehungen. Denn es ist veraltet, dass nur die Frau als vergeben gilt. Mit dem Ring. Du auch. Oh, ja, boy. So, ich bin noch mal geguckt. Deine Ringgröße war 55, genau. Wie ist deine Ringgröße? Weiß ich nicht. Gary, wie ist deine Ringgröße? Du weißt dich bestimmt. Du warst schon mal verheiratet. Ja. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, Gary. Soll ich jetzt den Abdruck im Mund nehmen und da, äh, so dahin gehen oder was? 62. 62. Ja. Wurstfinger. Von harter Arbeit geschundene Hände. Große Hände. Ja, okay, ich verstehe schon. Was machst du denn dauernd da unten? Ich mach nur immer die Schuhe zu. Ich mach dauernd nur die Schuhe zu. Ach so. Wieso, was denkst du denn, was ich da tue? Ja, du bückst dich jetzt schon zum zweiten Mal mit deinem Sechsenkind an. Ja, weil ich die Schuhe, ach, nein, weil ich die ausgezogen habe. Oh mein Gott, na, oh mein, wow, wow, Larry, wie eingebildet kann man nur sein. Was denn? Das war doch jetzt, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Aussicht ist schon schön. Eines Tages wird das alles uns gehören. Ich will, hey, au, ich hab da noch ein Projekt am Laufen, ich werd mit Terry Black sprechen. Mit wem und was und was auch? Hast du wehgetan? Dem gehört die Bank. Du willst eine Bank kaufen? Dem gehört Deiner's die. Also, nee, gehört nicht Deiner's die. Dem gehört einfach die Bank. Das ist sozusagen der, eigentlich der, der wirklich das letzte Wortspricht bei der Deiner's die. Oh, wow, okay. Willst du eine Bank überfallen? Nein. Ich will das Architektenhaus haben. Ja, gut, dann komm mal mit. Dann gehen wir jetzt mal ins MD mit dir. Nein, ernsthaft jetzt? Ja, doch, wir gehen jetzt mit dir ins MD. Brauchen wir nicht. Doch, das machen wir. Ist alles in Ordnung, Terry. Die geben die Medikamente und dann... Oder die Ranch. Die alte, diese kleine Ranch. Dann züchte, pass auf, ich überlege wirklich, ich frage mal nach beim... Es könnte schwierig werden mit der Ranch. Wie heißt das jetzt? Die Mofac. Ist das das Mofac? Mofac. Ja, das Mofac, genau. Ja, jedenfalls werde ich mal mit denen ansprechen, mal gucken, ob so eine Pferdezucht genehmigt werden könnte in Verbindung mit der Öffnung der Pferderennbahn. Aber was, was ich eigentlich nie machen wollte. Ich wollte keine Rennpferde züchten. Nein, ich wüsste mir voll leid. Nein, die sollen einfach nur so lebend zum Streichen sein. Ja, das stimmt schon. Ja, Ranch kannst du dir aber abschminken. Also, ich, ähm, da lebt schon niemand. Das solltet ihr doch eigentlich bei deines Gewissen, oder? Na ja, das stimmt. Aber mit Geld kann man alles kaufen. Ja, aber du hast aber kein Geld. Und die Bank hat aber Geld. Viel Geld. Was ist denn... Wow, was ist mit dir los? Ja, was denn? Du bist heute irgendwie so anders. Was ist denn mit dir los? Naja, ich bin, äh... Ich bin wie von einer anderen Dimension etwas angeschlagen. Ach, Harry. Das heißt, wenn du angeschlagen bist, bist du so direkt und, äh... Nein. Ja, aber die Bank hat Geld. Ja, das bin, ja, das bin ich, ja, das bin ich ab sofort immer so. Ja, ich meine, bleib, bleib du, ne? Du, du und so. Ja, easy, Harry. Oh Gott, hör zu, hör zu, ich hab was Neues. Oh, ha. Sag, entweder, sag easy peasy und bei nice sagst du nicer, nicer. Easy peasy? Mhm. Also, jetzt mal ganz ehrlich, easy peasy, das hört sich... Alter, da finde ich easy viel cooler, weil easy peasy hört sich voll vernietert. Ich glaube, wenn ich hier zu einem Typen aus deinem Haus zeige, easy peasy, dann denkt sie, ja, scheiße, kommt ja aus dem Kindergarten. Okay, und was ist mit nicer, nicer? Ja, so ungefähr dasselbe. Nein, nein, du sagst nicer, nicer. Warum? Ach, Larry, wie soll ich dir nur was beibringen, wenn du alles hinterfragst? Ja, ich, 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 ja, okay. Ach, warte. Nice, nicer, nicer. Ah. Ja. Okay. Sag, wenn du ins Bett möchtest, ne? Was? Oh Gott. Sag, wenn du ins Bett möchtest. Ach so, ja, natürlich. Das mach ich. Ah. Willst du, willst du gerade mal fahren? Natürlich. Das wär voll cool, wenn du das mal gehörst. Ja, dann gib doch mal den Schlüssel her. Ach, scheiße, du hast doch einen Schlüssel, oder? Oh ja, ich hab einen Schlüssel, stimmt, cool. Machst du jetzt Haie? Hm, bitte? Machst du jetzt Haie? Jetzt bin ich wieder ganz da. Ich war noch in Gedanken gerade, jetzt bin ich wieder da. Ach so, nein, du kannst ruhig schlafen. Nein, nein, haust du. Und auf meinem wohlig warmen Boden. Ach, nicht beim Waren. Doch, beim Waren. Ich mach das gleich. Ich war vorsichtig, ich mach das ruhig. Na, jetzt bin ich wieder da. Auf meinen Busen, Harry, komm. Ja, aber was wolltest du denn jetzt gerade noch mal sagen? Leg dich ruhig hin, das ist wirklich in Ordnung. Ja, okay, ich liege. Oh ja. Was soll ich jetzt sagen? Du musst ein bisschen aufpassen mit dem Schallhebel hier, ne? Ja. So, mach er hier. Ach ja, da hinterm Ohr hab ich's gern. Ja, ich kann auch mit einer Hand fahren. Das ist in Ordnung. Und gerade hier. Ja, das geht wieder gut. Ja. Was wolltest du wissen? Wir sind schon ganz lange zusammen. Ja, das stimmt. Wir sind das tollste Paar in Los Santos. Das finde ich auch. Ich bin immer wieder da. Und wir werden die fetteste Feier haben, jemals Stadtfront. Ja. Wir müssen noch ein paar Sponsoren finden. Ja, Sponsoren. Hey, sollten wir eigentlich nicht hier, weil ich es gerade gesehen habe, das Theater, sollten wir nicht da noch extra eine Aufführung spielen lassen? So für uns, nur für uns? So eine kurze Geschichte unserer, also unserer Geschichte bis zu dem Tag der Hochzeit? Sollten wir da nicht so ein Theaterstück irgendwie für alle irgendwie noch vorher vor der eigentlichen Ceremonie oder danach zur Feier abspielen lassen? Ja, die ich schon gemacht hatte. Ich weiß, das war sehr kreativ, aber das war meine Idee. Ja, natürlich war es deine Idee, aber das sollen doch alle was davon haben. Das können wir machen. Ich habe die ganzen Skripte noch, aber Sina ist aufgereist. Oh, jetzt hör auf, sonst mit mir zu reden. Warum? Das finde ich gerade schrecklich. Warum? Das hört sich an wie, ach ja, ach ja, du kleiner meiner, wird schon alles gut werden. Oh Mann, ich habe versucht, süß zu sein. Ja, du bist doch so auch süß genug. Du musst doch nicht noch extra süßholzraspeln. Ja, ich versuche es. Manchmal versuche ich auch sexy zu reden und kriege das gar nicht mit. Doch. Jetzt sage ich mal, das Kindere. Ja, dann bekomme ich das mit. Ja, ich hoffe. Ich habe immer voll Mühe, damit ich dir nicht langweilig werde. Oh Gott, wie kommst du denn da drauf? Wo willst du hin? Tanzverbot! Dankeschön! Oh, wie lieb! Manchmal machst du dir da viel zu viele Gedanken über solche Themen. Vielen Dank für den Luis. Du weißt doch, also ich würde mich beschweren, wenn mir irgendwas fehlen würde. Er ist so traurig, wenn ich auf einmal nicht mehr da wäre. Ja, natürlich wäre ich das. Ich? Wie traurig denn? Sehr traurig. Ich weiß nicht, was gibt es denn da für Einstufungen? Also von 1 bis 10, 10. Wenn 10 das Schlimmste ist. Okay, ich hätte jetzt gedacht, du sagst 12, aber 10 geht auch. Ja, ich habe gesagt 1 bis 10. Ach ja. Ja, das ist wieder Larry Button Time. Wenn jemand sagt, auf einer Skala von 1 bis 10, dann sagst du immer 12. Ja. Also statt 100 Prozent, 110 Prozent, ja? Ja, so in etwa. Alles klar. So, vielen Dank für den Resort, für den Sub, Dankeschön. Wollen wir nicht einfach eine Aufführung in der Basebank Arena aufführen, hä? Der hört sich heute einfach ganz anders, der hört sich einfach so passiv aktiv an. Das sind doch tausende Sitzplätze. Du willst es ziemlich groß haben, oder? Ja, also entweder muss man wirklich mal den Flock einschlagen oder man lässt es bleiben. Apropos Flock einsch... Nein, äh... Nein, also hör zu. Wir können das auch ein bisschen größer machen, aber es muss immer noch... Ich will nicht, dass es so viele Menschen sind, dass es so heiß wird, es anfängt, meine Schminke zu zerlaufen. Ja, deswegen ja in der Arena. Das ist ja eine frische Luft. Ich feiere nicht in der Basebank Arena. Ah, okay. Nein, das soll ja nur eine Anschlussfeier stattfinden. Wir haben nicht so viel Geld. Was machst du morgen? Morgen? Ja. Ja, dann bin ich wahrscheinlich, werde ich erstmal kurz in die Firma fahren. Mhm. Mal gucken, wie ich hier auch weiterhelfen kann. Mal gucken, wie ich hier auch weiterhelfen kann. Ja? Mhm. Ja. Mälder habe ich keine. Es steht denn irgendwas auf dem Plan morgen? Alles in Ordnung, Derry. Alles in Ordnung, hast du mich nicht verstanden, war ich zu leise? Ja. Hä? Ich wollte nur gucken, ob du noch wach bist. Ja. 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 Du bist ja heute wirklich irgendwie krass anders drauf? Du klingt wie eine AI. Boah. Du hast bestimmt tausende von Dollar drauf, seit du beim PD arbeitest. Geht 30.000. Pfff. Äh. Ja. Läuft doch. Oh, Entschuldigung. Hab mich einfach davor gestellt. Entschuldigung. Ist alles in Ordnung. Ja. Was soll ich nicht? Ich vehitte mich. Ja. Nicht. Nein. ... Endlich. Betty, wann kriegt Ariane wieder einen auf die Fresse? Ja, die 800 Vargos, wo sind die? Jetzt kommt Betty, irgendwann kommt die wirklich mit 800 Vargos um die Ecke. Als Eventcharaktere. Wie spiele ich Ariane jetzt bei Ihnen? Lass mal so ein bisschen, so minimal unterwürfig spielen. Also nicht unterwürfig spielen, aber so ein bisschen, okay. Okay, alles klar. Ja, okay, Larry, irgendwie sowas. Mal gucken, wie der drauf reagiert. Merkt ihr das überhaupt? Der Scheißladen hat noch nicht mal mehr Sprung hier. War ich gerade gemutet? Ich hoffe, ja. Willst du auch einen Burger haben? Ich habe gerade zwei Packungen gekauft, für zu Hause. Ja, ich auch. Ja, super. Dann haben wir wieder ein bisschen was da. Okay, ja, das ist ja wunderbar. Ich splitte die, also ich mache auch immer schön so Dreierhäufchen, ja? Damit du die schön sortiert im Kühlschrank liegen hast. Bist du ein Bonbon? Oh ja, bitte. Dich. Das ist das beste Bonbon, was es gibt. So, was kann ich hier denn holen? Oh, Scheiße. Ähm, Bonbon ist hier bestimmt, ja. Ein Keks. Oh, Larry, nur ein Keks. Zwei Kekse und so. Dann noch. Hi. Oh, hallo. Hi. Na, wie geht's? Was ist denn los? Alle tot. Was? Oh nein. Sieht sich ziemlich beschissen an. Ich... Kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Keine Kollegen sagen, sie sollen meine Freundin nicht umhören. Hey, äh, hast du die Nummer gefunden, die wir dir zugesteckt haben, äh, aus dem Krankenhaus warst du? Ich glaub, Barbara wird sich freuen, wenn du dich bei ihr meldest. Ja, mit dir, Gerede. Habt ihr schon? Okay, äh. Hör zu, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich, ich... Es tut mir wirklich leid. Ja. Mein bester Freund wurde vom Kopf erschossen. Was? Was mache ich denn jetzt? Oh. Ich denke, dass das nicht nur mit uns passiert, aber... Naja, gut. Wollt ihr eigentlich nur, äh, einen Keks geben und einen Dauerlutscher? Ich hab ja nicht. Du, du kannst... Ja, äh, da, der ist für dich hier. Und das ist auch für dich, damit du wieder bessere Laune hast. Hier. Ja, dankeschön, habe ich. Ich hab bessere... Ich hab doch gute Laune. Aber... Ja. Das sind die Schattenseiten des Dienstes. Weißt du, wer sie ist? Das ist die Cousine von Lia. Ja, ich weiß. Wohl, weißt du das? Kenn ich. Woher kennst du sie? Das weiß ich nicht mehr, aber ich kenn sie. So, ohne Witz. Bei den meisten... Ich kann mich dann nicht mehr erinnern, weil ich die gar nicht anhatte. Was mach ich denn jetzt? Ich sehe, dass du beim PD arbeitest. Ja. Ja, dann hast du gerade eine Arschkarte. Wir waren im Krankenhaus, als sie eingeliefert wurde, war tatsächlich schon halb tot. Jetzt werden wir das im Auto. Was würdest du denn in der Situation machen? Ich könnte versuchen... Ich meine, wenn ich jetzt nicht weiß, um was es gegangen ist, könnte ich vielleicht noch mal nachfragen, aber ich meine, es hilft ja im Endeffekt, nichts Wunden aufzureißen. Aber auf der anderen Seite hätte ich versucht, vielleicht irgendwie ein offenes Ohr für sie da zu sein. Und dann... Das Problem ist... Ich glaube, ich würde da nie durchdrehen. Als Angehöriger des PDs bist du in dem Fall einfach gehörst du damit dazu. Man kann nur versuchen, dann denke ich mal, so höflich wie möglich mit den Leuten umzugehen. Man kann wirklich versuchen, vielleicht ein Gespräch vielleicht noch zu finden. Vielleicht wollen sie einfach mal was loslassen. Vielleicht tut das Szenen schon gut genug. Okay, okay, Mimi. Weißt du was? Ich rede jetzt. Äh... Ähm... Ja. Ich will... Ich möchte wieder für dich kochen, um dir eine Freude zu machen. Deswegen habe ich mein altes Kochbuch rausgesucht. Wie du siehst, habe ich nicht gekocht. Aber ich habe es vor. Das ist schon mal... Das finde ich unglaublich. Aber du hast doch schon genug zu tun. Lass mich für dich kochen. Nein, ich koche für dich. Ich besuche einen Kochkurs. Äh... Ja, der ist direkt hier vorne. Aber du willst... Du willst nur zu den heißen Kochgüls. Gib's doch zu. Hä? Ich wusste nicht, was da Girls sind. Also ich dachte, Köche wären immer nur Männer. Ja, es sind auch Männer in Ledertangas, die das dann leeren. Da. Aha. Ja. Alles geiler. Moment. Was denn? Äh, alles gut. Ja, kochst du mir mit, ich gerne. Ja, ja, ich koche für dich. Ich mache alles, damit du happy bist. Sollst du nur was? Nein, nein, wir können auch wieder raus. Mal machen wir das. Ja, komm was. Gerne, wenn du mich bist. Ja, ja, mache ich mal. Tut mir leid, ich bin irgendwie ein bisschen k.o. Ja, dann gehen wir mal nach oben und ich hole später meine Box aus dem, äh, vom Bett. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein Bomber belutschen. Gut, ja. Vielleicht esse ich auch Zahnpasta. Zahnpasta essen? Die ist so schön frisch. Manchmal legen wir einfach Dinge auf, ich habe gezogen, aber die kann ich alle nicht aussprechen aus irgendwelchen Gründen. Kein Problem. Ich, okay. Das war ein unfreundlicher Typ. So, darf ich dich denn noch ins Bett bringen oder so? Ah ja, na klar. Weil ich bleibe noch ein bisschen auf. Hm, okay. Also sag mal, ich kann auch wieder gehen direkt, ne? Wenn du ein bisschen Mietheim brauchst. Ich räume gerade mal das Essen. Jetzt noch eine Kühlschrank, okay? Ja. Das Beste nur für dich, Leris, genau. Ich habe ihn doch gar nicht verdient. Warum hast du Scheiße gebaut? Nee, habe ich nicht, aber... Ach. Du bist so eine tolle Frau. Du bist ein toller Mann. Ich packe auch mein Essen noch rein. Mhm. So. Guck mal, ich mache noch ein Gauernotchen. Ja, ja, mach ich. Ja, mal, wir haben ja noch ein Gauernotchen. Oh. Trinkte ich übrigens nicht, mich zu sehen, ne? Wir hätten jetzt auch nicht rumfahren müssen. Wir hätten auch hierbleiben können. Hm. Ich kau kurz. Quatsch, quatsch, quatsch. Okay. Mach das. Ich losche lieber. Ja, dann mach das. Ich losche lieber. Ich losche lieber. Ich losche lieber. Ich losche lieber. Ach, Leris, genau. Du tust mir heute so leid. Ich weiß nicht, warum. Oh. Jetzt schaffe ich es, den Hut abzumachen. Oh, Juniors. Ja, ich verstehe das, wenn ich hier so ein paar Anzeichen mache. Oh, wow. Ah. Ja, denn, äh, 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 öh, äh, äh, äh. So. Schön mir gesperrt. Dann springst du mich ins Bett, ja. Ja, ich bin, ja, ich versuche mal ganz kurz, dich hochzuheben, ja? du musst mich nein lass das ich wollte dich hochheben warum kann ich das nicht ich will dir doch nicht noch ein bruch reißt dann dann und dann kommt mit dem knackarsch leid tschuldigung ich habe das gefühl ich habe mich gerade fünf jahre 50 jahre jünger du bist gerade 50 jahre jünger wieso fühle ich mich ist das wirklich so wie du dich fühlst stimmlich so schön dankeschön dann hoffe ich dass du morgen bessere laune hast ich habe gute laune wirklich ach so ja dann hoffe ich dass du morgen weniger angeschlagen bist das hoffe ich auch wird schon werden und wenn ich dann bin ich einfach eine stille pantomime ja richtig sobald du die schuhe ausgezogen hast nein du siehst gerade richtig gut aus ich habe wieder trainiert ja das sehe ich hier nein sein guck mal jeden morgen ja das musst du doch jetzt nicht zeigen ist alles in ordnung ja ist alles okay ist okay ja jeden morgen das ja da muss man einfach nur dann funktioniert das wieder okay ja ja wir sehen uns bei der heirat ja ich hoffe dass wir uns auch vorher sehen wir wollen ja noch zu extrem ja das stimmt dafür werde ich auch sorgen okay alles klar ja gut dann ich schlafe gut und habe noch bis nachher okay kann ich dich creepy noch beobachten easy easy wow und wenn du dann auch ins bett kommst und mich aufwächst wäre das echt nicer nicer ok ich muss mein schlüppi gleich wechseln schmeiß weg den scheiß braucht keiner soll man dann zum kasa schon mal wegen heiraten ok warte nein 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 habe ich nicht gesagt habe ich nicht gesagt nein Entschuldigung das war eine Kurzschlussreaktion ach so ist es also gute Nacht wir können ja in den nächsten Tagen mal gucken ja ok ich beobachte dich dann wenn du eingeschlafen bist ich stehe ja noch ein bisschen und trinke meines Freundes ok bis später bis später gute Nacht dann ist drei dich dann ist drei ich auch was ist denn jetzt da los was ist denn heute da los wir sagen jetzt gerade auch noch irgendwie anders aus also keine Ahnung ganz komisch ganz komische Interaktion heute aber finde ich gut also ich fand die Interaktion sogar ganz gut ok cool das war schon irgendwie ganz cool alles weiß ich nicht äh da ist Ariane mal ein bisschen rückfällig geworden ne so jetzt gucken wir mal wer denn überhaupt noch da ist warum ist der heute so hot ja ich habe ja keine Ahnung irgendwas ist heute mit Skinner äh aber so bei so ein paar Sachen habe ich dann doch wieder den alten Skinner vermisst I don't know aber ich gucke mal Barbara ich gucke mal ich gucke mal ich gucke mal auf jeden Fall noch was zu trinken und eine ganz kleine Kleinigkeit zu essen ein bisschen was ist noch im Topf das werde ich gleich ein bisschen schnecken heute war ja heute war ja heute war ja richtig nice ey also wirklich so Lami noch da wegen Dingens Mist ich würde es gerne mit Ariane bei irgendjemandem über Larry sagen so voll schwärm so richtig extrem dass die das vielleicht weitertragen ach ach jetzt kommt ihr sagt mir nicht dass ihr alle wieder nicht da seid ist doch nicht wahr ich kann heute voll lange spielen hallo sonst sonst gehen wir gleich mal alleine Taxi fahren das habe ich nämlich gemacht das war auch sehr spannend einfach alleine Taxi fahren müssen wir uns nur äh was anderes anziehen gleich ja Harald wahrscheinlich auch wieder nicht jo okay warte guck mal was weg ist weil dann kann ich nämlich jetzt gleich was anderes anziehen das ziehen wir uns nämlich nicht so sexy an okay okay er steht Ariane kann sich jetzt Paranormal Style hier hinstellen und dann äh verständern wir das und sehen wie Ariane hier einfach steht und ihn beobachtet so so das war es dem Erik sage ich sage immer manchmal stehe ich einfach auf und beobachte das wäre ja wirklich als er zum Beispiel Kroni Moni hatte bin ich ja äh manchmal war ich so ich kann ich konnte oben nicht schlafen und der hat im Wohnzimmer geschlafen damit wir nicht zusammenschlafen und ich habe mich einfach hingestellt okay ich habe mich einfach hingestellt und ihn halt beobachtet ob ob alles mit der Atmung okay ist wäre der da aufgewacht hätte er glaube ich echt einen Herzinfarkt gekriegt das war also auch nicht so gut oh na ich nehme mal eins der Lieblingsoutfits von Ariane Moment ich lasse ihn mal ganz kurz an damit ich das hier reinpacken kann gleich Ich kann kurz zum Schluss Okay der ist eine ... ich verahne ... Entschuldigung so das ... und der Schnellvorlauf, ich sage dir Aktion erfolgt Reaktion. Ich glaube, das war nicht die Aktion von Skinner heute, sich so anzuhören, aber Ariane hat auf jeden Fall reagiert. Guck mal, er ist Taxi. Und keiner hat die Leitstelle. Okay, ja. Wir haben Sonntag, dann wird Ariane jetzt heute einfach mal ein bisschen Taxi fahren gleich, ne? Wenn das noch okay für euch ist, ne? Wenn ihr noch Bock habt. Oh, was ist noch was Schlechtes? Er ist dann. Ausnahmesweise. Oh ja, liebe Motz, es tut mir leid. Entschuldigung. Sorry. Oh mein Gott, wie viel hat der denn da geholt? Können auch nochmal einkaufen gehen. Home ist da alles gut. Ich bin bereit. Yo. Oh, ist das cool, dass wir jetzt auch diese... Oh, das ist so süß hier mit den Luftballons. Guck mal, wie cool die sich auch bewegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht zu übertrieben und so. Ich mag das. Guck mal. Oh, wie sich das so spiegelt. Oh Gott, das ist so schön einfach. Freue ich mich wirklich. Okay, dann lasst ihr mal ganz kurz... Ja, ich... Wo haben wir denn? 1.06 Uhr, Marte ist da nicht gut. Ich hoffe, wir haben noch ein Ding ins Fritz-Cola. Also ich fand das mit Jan. Ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben. So gut heute mit Jan. Achtung, meinst du mit der Jane, meinst du, ne? Jane, meinst du? Ja, das war sehr nice. Ich habe also heute, auch von Skinner und sowas alles, also heute habe ich wirklich so geiles RP gehabt einfach. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe natürlich Ariane gehabt. Aber Ariane wird dieses Gespräch mit Barbara wird halt super schmierig werden, weil... Auch mit Jo. Wir können ja nochmal Jo zurückschreiben auch. Hier, da hat sie gefragt, wir haben auch immer die Schlüsselkarten. Das ist ja alles komisch. Aber vielen Dank, dass du das mal... Dass du mir das gesagt hast. Mal gucken, was sich da herausstellt. Ich hoffe, dir geht es gut und hattest einen schönen Tag. Wir müssen auch immer noch gucken, wann wir unsere Runde Golf spielen. Hab einen schönen Abend. Gute Nacht, Jo. Hey Jo, bist du heute noch unterwegs? Boah, wie wir beim Jo so ein Gespräch ansetzen, weiß ich halt auch nicht. Und Ariane ist so, die will sich eigentlich gar nicht einmischen und dann irgendwie doch. Das machen ihre Freunde ja auch. So. Dann lasst ihr mich mal so... Gebt mir mal fünf Minuten, dann bin ich wieder da, ja? Bis gleich. Bis gleich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich glaube, wir fahren mal Taxi, ne? Scheiße. Soda Moda! Ab wann können wir... Warte mal, warte mal, schwarz-brett-Dienstanweisung. Ab wann können wir eine Einzelstreife machen? Ich würde so gerne eine Einzelstreife jetzt machen. Dass man auch hier nicht STRG F machen kann, ne? Da ist noch keine Leitstelle, gar keiner da. Eine Suche bei den Icons gegen oben, eine Suche. Ah, da. Ah, einzeln. Wir gucken, dass die gestattet... Okay, das nicht. Zwischen 96 und 90% Mitarbeiter ab Rang 1 eine Einzelstreife besetzen. Ja, das steht nicht mit nach. Ich kann nochmal gucken, aber... Ich hätte es jetzt gemacht. Ich hätte irgendwie voll Bock drauf. Ich freue mich morgen auf Drama. Boah, morgen wird aber so generell schwierig einfach, ey. Nee, ab 6 Uhr dürften wir. Ab 6 Uhr morgens. Ja gut, dann war es das jetzt hier. Ja gut, dann können wir hier leider nichts mehr machen. Ich hätte so hart Bock einfach jetzt. Einzelstreife ist am coolsten. Hat denn irgendjemand... Das hat auch keiner beim PD-Leitstelle, ne? Ne, wow. Hm, schade. Wieder machen wir das so, aber ich bin voraussichtlich nur bis 20... Oh, scheiße. Oh, denn... Ab wann denn frühstens? Sonst treffen wir uns vorher morgen. Hallo? Ja. Ist so lustig. Ich habe jetzt schon ganz oft, wenn ich irgendwie beim Alice Taxi so nachts ein bisschen Taxi gemacht habe, ne? Kommt tatsächlich auch ein, zwei Fahrten meistens rein. Und da habe ich dann immer quasi abgegeben an Victor, ohne dass er es weiß. Da habe ich ihn gestern Freitag angerufen und habe gesagt, ja, Victor, hier, ich habe gesehen, du bist im Dienst und so. Bin bis gerade noch gefahren und, äh, ja. Ist auch ganz cool. Da hat sie gesagt, so, hey, im OP sind gerade ganz viele Betrunkene und so. Vielleicht kannst du ja mit dem Taxi oben schon mal parken. Da werden wahrscheinlich ein paar Leute ein Taxi brauchen. Kann nicht irgendwas passieren jetzt? Überfallt mich, los! Die hat einen fetten Klunker anhand. Wir müssen eh zu Inks Gems. Wenn keiner im Dienst ist, kann keiner Arie melden, wenn sie fährt. Ja, okay, ist doof. Von 6 Uhr bis 19 Uhr. Schade. Schade. Verstehe ich natürlich, ne? Weil jetzt ist, glaube ich, also wahrscheinlich noch irgendwas los. Es ist halt blöd, wenn du alleine bist, wenn du so spät RP machst. Es ist immer cool, wenn man irgendwie zu zweit oder zu dritt ist. Und heute hätte ich Zeit und heute ist keiner da. Wir haben auch gerade beim FD nur Bewegungsfahrten gemacht. Einfach zu ruhig. Ja, das kannst du ja sagen, jetzt wo du raus bist, ne? Da kannst du das ja sagen. Das ist ja das böse Wort. Und lustigerweise, es passiert immer was, wenn man sagt, heute wieder ruhig oder so. Oh, ich habe es jetzt gerade gesagt, aber ich glaube, das zählt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ein anderes Auto. Zivilisation. Das verfolgen wir jetzt. Nein, es ist nicht, da werden wir nach Alice Taxi fahren. Wir verfolgen das jetzt. Dein Charakter war eben noch impediert. Guckt, ob es offen ist. Ah, ja. Ich mache einfach alleine eine Leitstelle mit Ariane. Ist das auch nicht erlaubt? Einfach nur alleine eine Leitstelle und dann ja. Hallo, ja, ihr Notfall? Oh Gott, ja, ich kann leider keinen schicken. Es ist einfach so. Ja, okay, ich bin Leitstelle, aber ich kann leider keinen schicken. Na, dann machen wir noch ein bisschen. Wie hat es euch denn heute gefallen? Also ich finde, heute war richtig geil. Mit allen Beteiligten, alles was los war, am Schluss war diese 10,997. Weil ich dachte so, nein bitte, ich will nicht. Oh Gott. Aber die Rekrutin war so cool, ne? Ich war, wir hatten sehr viel Glück, dass die wirklich im Wagen saß. Sehr, sehr viel Glück. Kacke, wenn ich jetzt im RP geblieben wäre, hättest du wahrscheinlich noch RP. Ja, aber ich darf ja nicht alleine. Mit Ariane darf man leider, leider nicht alleine. Oder bist du, warte mal, oder bist du auch Pidi? Pidi, ah. Jonathan Harilsson. Ja, wegen Alice Taxi. Achso, oh. Ach, Mann. Tristan, Alice, viel Glück. Bip, bip. Ja. Ja, geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß hier auch schon mal mit einem Glas Wein, ne? Hatte alle meine Tagesaufgaben, sag ich mal, erledigt. Und, äh, ich mag dieses Auto, aber die sind immer so laut. Ähm, also alle Tagesaufgaben erledigt. Und, äh, hab gedacht, ah, gehst du mal ein bisschen in RP, hier ein bisschen Geld verdienen mit Ariane, ne? Und, äh, ja, war ein cooler Abend. War wirklich ein cooler Abend. Es ist nichts passiert, dass ich sage, ja, kann man hochladen, ne? Aber mit so einem Gläschen Wein war das eigentlich ganz in Ordnung. Heute war ja super Pidi-RP und mit Jane war es dann noch besser. Ja. Das Kinder war gerade auch sehr cool. Also, heute war wirklich ein cooler Tag. Morgen wird, äh, ach, ne, morgen, ey. Morgen wird es ziemlich viele peinliche Situationen eventuell für Ariane geben. Ich sage es jetzt schon. Aber mit Lolitas, das hat echt, also, das war ein Pein, ich hatte ja gar nicht mehr zu übertreffen. Und heute auch das Fettnäpfchen. Oh, da ist es wieder passiert. Auch zum Beispiel, wenn er überfallen wurde oder so. Wie spielen das jetzt aus, wenn jetzt was passiert mit dem Nudro-Pidi, wo keiner besetzt ist? Äh, ja, da spielt es jetzt eigentlich aus, dass Pidi immer besetzt ist, ne? Aber meistens um die Zeit machen auch Crime-Leute nichts mehr, weil... So, der Fairness halber halt, ne? Na, wo seid ihr? Seid ihr wieder auf dem Dach? Ich denke mir trotzdem, ich überlege halt wirklich. Also, von der Stimme her war es halt Pascal, ne? Das war es Ariane aber nicht, war ja unbekannt. Ich überlege wirklich, ob die hier irgendwo waren. Wenn ja, wo? Und mit welchem Grund? Ist das ein positiver Grund, dass er gesehen hat, irgendwie ein Tor wäre zu? Aber als ich da war, war es wirklich zu. Es war nicht offen, das Tor. Auf dem Dach habe ich ja geguckt. Das war es ja. Auf dem Dach habe ich wirklich geguckt. Oh, hier würde ich auch irgendwie das Zeltmusik anmachen. Einfach nur, weil es so chillig ist und das nicht so ablenkt. Aber dann ziehe ich hier die Stimmung wieder komplett runter. Boah, dieses Riesengebäude da, ne? Es ist so gruselig. Ja, bin ich mal gespannt, ob jemand ein Dexy ruft. Golitas hat ja zu. Wir könnten theoretisch auch nochmal beim Alice vorbeifahren. Aber das müsste eigentlich auch zu haben. Könnt ihr mal schauen. Theoretisch gibt es eine Nachtbesitzung beim MD. Ja, das stimmt. Aber eigentlich wird hier nichts anderes übrig, als am nächsten Tag für die anzurufen. Ja, das ist ja natürlich alles blöd, ne? Geht ja auch nicht. Noch eine Nachricht von MD. Frau Banz im Koma. Yo. Das wäre natürlich doof, wenn ich morgen dann, ne? Herr Kokum besuchen im MD. Hallo, Herr Kokum. Ich habe schon wieder eine Schokolade für Sie. Hä, Frau Banz? Wie kommen Sie hier rein? Alles gut. Wollte nur eine Schokolade bringen. Nochmal Dankeschön, dass Sie existieren und immer so nett sind. Hast du ihn gesehen nach einem Anruf? Nee, nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Warum fragst du denn Just Me? Wen spielst du denn? Warte mal. Wen spielst du? Wem spielst du? Jetzt will ich es aber wissen. Das warst du. Nee, warte mal. Bist du Pascal? Nee. Hä? Wie, 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 wie? Okay. Oh, scheiße. Ich will aufgeklärt werden. Aber irgendwie will ich auch nicht aufgeklärt werden. I don't know. Das ist nämlich ein Riesenmysterium. Du hast schon mal mit mir geredet. Ja, das kann sein. Das kann sein. Aber ich habe mit so vielen geredet. Irgendwie wissen wir alle, wer Ariane ist. Aber ich weiß nie, wer die Leute sind. Mann. Das ist immer so gemein. Jetzt will ich es auch wissen. Ja, wir wollen es jetzt alle wissen. Hey, hallo. Ja, war. Ich habe, also, wenn du am Anfang von meinem Stream heute guckst, da habe ich das abgespielt, meine Sicht. Und Ariane hat wirklich auch nach oben geguckt und auf den Dächern und er das Taxi untersucht. Kleine Drecksau, du, ey. Ihr kleinen Schweine. Lass mich raten, bist du? Bist du Becker? Wer bist du? Wer bist du? Wo Ariane übrigens sehr frech wieder war, ne? Aber das weiß Becker ja nicht. Aber zum Becker wäre Ariane auch sehr frech. Und irgendwann wird es jetzt ein Verhängnis werden. Der Ariane, ne? Ja, es ist sehr viel los gerade. Ja, ich durfte nur einmal von Rose anhören, dass ich einen geilen Arsch hätte. Oh! Ja, das ist doch cool. Auch finde ich schön, dass die Leute sind, aber wirklich mit denen ich schon erzählt habe. Geiler Arsch! Ja, guck mal. Wir können jetzt theoretisch auch auf Rose oder Kimiko, habe ich mal wieder Bock drauf, ne? Wir könnten mit Rose auch jetzt spielen, aber ich würde jetzt nichts ausräumen, weil halt für die nicht da ist, ne? Das war auch nicht das Erste, was mein Charakter beim Taxi angerufen hat. Ey, das war, warte mal, das war nicht Pascal. Warte mal, du warst wirklich auch derjenige am Telefon? Das kann nicht sein. Das ist das Jengel wie Pascal. Oh, der Tor war zu. Oh, der Tor war zu. Wer bist du? Hä? Wait a minute. Rose hat mir zweimal ins Gesicht gefurzt. Oh, ich habe die Furztaste nicht mehr. Ich höre mich ja mit den Effekten jetzt auch nicht mehr selber. Oh, das ist voll doof. Ey, ich glaube, das wird hier heute auch nichts mehr, ne? Der Piero Pio könnte mal noch gucken in der Sauszeit irgendwo einfach stehen bleiben. Ja, Twinkie, also Ray hatte wirklich zweimal das Vergnügen mit Rose, als sie die durchsucht hat, ne? Ich glaube, ja. Nein, Ariane erkennt ihn ja eh nicht an der Stimme. Ach so. Also Ariane erkennt er ja eh nicht an der Stimme, wegen Unbekannt. Auch für mich hat sich das angehört, das ist ja jetzt Pascal. Hast auch schon mit meinem Charakter gesprochen, der kennt Ariane trotzdem nicht. Zu kurz der Kontakt. Das ist ja jetzt hier mysteriös. Das ist ja jetzt hier richtig, also wie viele Leute hatten denn hier mit Ariane schon eine Fee? Finde ich übrigens cool, wirklich, dass ihr, ne? Dass ihr, äh, einfach nur schreibt, ja, wir hatten eine Fee und Chili Manili. Hatte ich schon öfters gehört, habe ich schon öfters gehört, dass ich, dass ich das hier Pascal anhörte. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre Pascal. Ich war mir so sicher, dass das Pascal ist. Never. Never war das nicht Pascal. What? Ja. Ja, tut mir leid, hier ist es gerade nicht so interessant, ne? Ich mache jetzt Code 2 an, den ich heute auch nicht anhatte, weil ich doof bin. Ich habe den ausgemacht, weil es hieß Nachbereichsfahndung und dann hatte ich den ausgemacht und in der Southside, als wir da wieder waren, hatte ich den ausgelassen, ja. Ich bin durch dich auf den Server gekommen. Da freue ich mich immer, das zu hören. Da freue ich mich wirklich immer. Wir könnten mal vom MD, das MD finde ich übrigens nie, cool, ne? Das MD finde ich tatsächlich nie, jetzt muss ich mich auch irgendwie wieder orientieren, aber da könnten wir vielleicht noch jemanden abfangen. und ansonsten würde ich mal runter in Del Piero. So, wir suchen jetzt mal das MD, das ist hier irgendwo in Rockford Hills. Bist du es? Und ich sage, wow, hallo. Was? Hä? Ne, warte mal, ist das Pascal? Sora, ist das Pascal? Wer ist das? Wer ist das, Sora? I need to know. Ne? Alter, ich war mir so sicher, das wäre der Mann. Stell dir mal vor, man dürfte, stell dir mal vor, man dürfte unbekannte Anrufe erkennen, ne? Ariane hätte jetzt erstmal voll im Fass aufgemacht, dass das Pascal ist. Ganz falsch, ist nicht Pascal. Wer ist es, Sora? Du sagst mir gleich eh. Wer ist es? Wie komme ich zum MD? Ich bin jetzt gerade zu neugierig, dass ich mich jetzt wenig auf FP konzentriere. Scheiße. Ist es der, der mit Barbara geschafft hat? Nein, Entschuldigung. Ich weiß es immer noch so lustig, der, der mit Barbara geschlafen hat. Aber das Tor war zu. Ich schwöre, das fucking Tor war zu. Ich hab's in meiner Aufnahme. So ist es, ist Barbaras Ex-Mann. What? Was? Barbara, äh, hat bei dem versucht, äh, was aus dem Kühlschrank zu klauen? Bei dem, der mit Barbara geschlafen hat. Ich weiß, ich kann mir den Charakternamen nicht merken. Es ist halt auf ewig der, der mit Barbara geschlafen hat. Mann, das ist doch beim Aphrodonis in der Nähe. Bin ich jetzt doof, oder was? Ariane, du weißt ja, wo das Aphrodonis ist, meine Güte. Was ist mit dir los? Also der, der mit Barbara geschlafen hat, ne, ich finde, ich finde den Spieler geil. Also, also geil im Sinne von, der ist wirklich cool, weil der ist rotzfrech. Das ist richtig, der ist richtig hart rotzfrech, ne, und das liebe ich. Und du weißt, manchmal erwischt man den auf einen guten Fuß und manchmal halt nicht und ich mag das wirklich, wirklich voll. Okay, jetzt reichst du aber, ne, so, hier. Im MD waren wir als FD auch schon, weil ich doos war. Oh, ja, das ist gerade wirklich doof, weil, oh Mann, das ist immer so, wo ich länger kann. Du findest das Spiel der Nicer Dicer, wolltest du sagen. Nicer Dicer. Oh, ja, ja, das ist hier sehr viel los, ne, ja, ich meine, wir verdienen ja trotzdem Geld jetzt, ne. Ich will beim PD jetzt eingeschnappelt sein und einfach nur Einzelschreifen machen, verdienen wir auch Geld und dann passiert was und dann kriege ich hier Schnappatmung. Das war so lustig, steht ja einfach hinter dir plötzlich. Sora, die Rede hört, in Rätseln zu reden, der will einfach seine Identität nicht preisgeben, ja, ja. Ich will mal so einen Out-of-Character-Tag führen. Ja, Alter, das war so geil, das war sehr, sehr witzig, wirklich. Tutut. Alice Taxi, immer unterwegs für sie, auch mitten in der Nacht. Dann schauen wir doch mal, ob hier jemand da ist. Alles gut, wenn das wissen wir, sage ich dir gerne, dass das kein Geheimnis ist. Ja, dann sag, 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 Wir hatten schon einen RP, hast du gesagt. Seid ihr die, die uns im Auto damals, die Barbara und Ariane im Auto, entführen wollten und wo das einfach das Witzigste war, ever, wirklich das Witzigste ever, Scheiße, jetzt auch nicht so ist. Boah, Sora, weißt du noch, Alter, wie die sich kaputt gelacht haben und wir aber auch, weil Barbara einfach voll auf Drama gemacht hat. Meiner ist der, der vom Lamesa-Pilisa, ach so, der Stalker? Oh mein Gott, der Stalker einfach? What? Du bist das also. Ja, du, aber warte mal, ich habe das schon immer im Chat gesehen, den Namen, oder? Oder? Ja, der Stalker so einfach, hä, wieso spawnt der hier wieder? Das kann doch nicht sein. Woher wusste der, dass die da sind? Das war alles super strange einfach. Woher wusste der das? Den habe ich, ich habe deinen Charakter aber tatsächlich öfter gesehen, auch wenn ich hier privat mal unterwegs bin, ich sehe deinen Charakter so oft. So. Ey, ich will sehen, wie Barbara bei dem war, der mit Barbara geschlafen hat. Welche Aufnahme ist das? Ja, das MD finde ich auch so, oh. Also nach hinten hin ist es wirklich schön, aber der Eingangsbereich ist einfach tödlich, vor allem wenn du Filter benutzt. Hier, Street of Venture, wurde es gepostet. Echt jetzt? Oh krass. Okay, heftig. Zivilisation. Hallo? Hallo? Darf ich ihn mitnehmen? Ich habe ein Taxi. Tut 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 tut. Oh, Mann. Scheiße. Ja, das wird nichts, Leute. Wir müssen gleich gehen. Abbruch, Abbruch und so. Dann gucken wir uns zusammen Eric Streaml an und ich mache ein React auf seinen Streamen. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich mir in der Nacht hier einkaufen gehe, weil ich weiß das nichts los. Oh, Betty ist nicht mehr da, ne? Ich hoffe, Betty ist nicht mehr da. Eine gewisse Anwalt hat meinen Charakter als einen verrückten Terrorist bezeichnet. Ach ja. So, da brauchen wir das zurückkommen. Ist leider nichts los. Ausgerechnet wenn ich kann, ich kann nicht mehr, ne? Hätten wir genug Leute, hätte ich gesagt, lass Among Us spielen, yo. Boah, ich hab aber heute, auf morgen, ich hab so richtig, ich muss drehen, ich hab so richtig hart Bock auf RP in letzter Zeit, aber halt keine Zeit, ne? Und das Gute ist, solche RP-Spiele muss ich nicht packen. Das ist ganz toll. Ich sehe grad die Vorteile. Wir sind gerade dabei, so Brandherde, die auf jeden Fall aussortiert werden müssen, ausgemistet werden müssen. Wir hatten einen ganzen Berg von Papieren, das hat der Erik innerhalb von einem Abend, davor hat es mir die ganze Zeit so hart gegrault, ne? Und dann macht er irgendwie die Schublade auf und sagt, guck mal, und ich nur, oh, Hase, weil ich hatte wirklich, ich hatte da gar keinen Bock drauf. Und jetzt hab ich den Küchenschrank komplett ausgeräumt und, ja, das nächste ist halt Kühlschrank. Das können wir aber nur machen, kurz bevor wir halt gehen, ne? Ja. Man lasst bis 6 Uhr Elf die machen, gar nicht mehr. Seid ihr zwei Elf die da? Ich will mal gerne mit, also das habe ich aber schon mal, glaube ich, gesagt, IC, dass Ariane gerne mit ihren Freunden mal so eine, so mitten in der Nacht, so Late Night machen würde. Die würde gerne die Stadt unsicher machen, die ganze Nacht lang. Ich habe übrigens ein paar Mal tatsächlich bei Max angeklingelt. Ich mache das jetzt nochmal. Einfach immer random bei Max, bei Max anklingen und irgendwann, wenn ich Offstream unterwegs bin, macht er einfach Max auf und ich bin doch, what the fuck? Das ist ja einmal mit Barbara, als ich Barbara angerufen habe und die ist einfach drangegangen. Um, weiß ich nicht, 4 Uhr morgens oder so. So einfach, äh, what? Late Night Fahrradkorn nach Sandy. Oh, yo. Die Eiersuche. Ja, die Eiersuche. Oh, das war so cool. Oh, Mann. Oh, Sura, das war wirklich voll cool, ey. Bis es hell wurde. Oh, guck mal, hier kann man mieten. Ja, komisch, Max ist nicht da. Verstehe ich überhaupt gar nicht. Muschi, Muschi. Ja, hallo. Ich hasse dich dafür, dass du das in meinem Chat schreibst, ne? Spektral-Ink. Uwuchen. Hallo. Hoher Besuch hier. Hallo. Vielen, vielen Dank für den Resort. Dankeschön. Oh, mein Gott. Warte. Ja, äh, Alice Taxi, wo darf ich sie abholen? Ähm, ja, äh, hallo. Äh, ich bräuchte, äh, ein Taxi. Ja. Äh, oh Gott, wie heißt die Straße? Äh, an den Auto-Street-Appartement. Okay, ich bin sofort da. Bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja. Okay, Ariane, drehe dich durch. Du hast den Kunden um die Uhrzeit. Du musst wieder aussteigen und nochmal einsteigen. Perfekt, okay, gut. Uh. Ja, Older Street-Apartment. Keiner vom PD guckt. Ui. Older Street-Apartment. Nanananananananananananana. Es geht los. Ich muss wieder singen. Oh. Da vorne ist ja noch ein Auto. Wer ist? Ist da ein Polizeiaut? Ne, das würde mich jetzt aber ganz stark wundern. Und da ist er weg. Ja, ja. Hey! Oh. Hallöchen. Hallo. Äh, mein Mann muss auch noch rein. Ja! Hallo. Da ist der Mann. Warum sitzt der Mann neben mir? Warum sitzt der Mann neben ihrer Frau? Da sitzt immer gerne vorne. Hinten wird die Mann nicht schlecht. Ah, okay. Ich bin das gewohnt, vorne zu sitzen, weil Alice hat sie. Irgendwie kommt mir deine Stimme an. Ja, du bist vom Thrift Shop, oder? Ja, genau. Ich habe dir doch die Pyjamas verkauft. Ja, und ich liebe sie. Ich trage sie tatsächlich sehr selten. Aber ich liebe sie wirklich. Ja, wenn du noch mehr Klamotten brauchst. Und ich habe einen ganzen Schrank voll, den ich gerade loswerden will, weil wir Ende des Monats für längere Zeit die Stadt verlassen. Oh nein. Aber für wie lange ungefähr? Das war die letzten Monate sehr stressig hier. Und wir müssen uns jetzt eine Auszeit nehmen. Sie kommen auf jeden Fall wieder, beide? So ist der Plan. Der Plan ist auf jeden Fall so, ja. Ja, wehe, finde ich. Wo darf ich sie denn hinbringen? Erstmal zur Yin-Yang, weil wir da schnell was holen wollen. Und dann einfach zum Stadtpark, bitte. Okay, gut. Dann machen wir das doch nochmal. Ja, ich bin so froh, dass ich so spät noch Kunden hatte. Mir kam ein bisschen langweilig. Ja, wir hatten schon was eingefahren. Weil Liam, mein Mann, der fährt ja eigentlich auch Taxi. Oh Gott, kennen wir uns noch gar nicht? Nee, wir kennen uns noch nicht. Also Entschuldigung. Alles gut. Hast bestimmt aber schon das eine oder andere, wo mal den Namen gelesen werden dürftest. Darf ich überhaupt nichts sagen? Ja, natürlich. Ach, ja, Shirley. Liam, genau. Ja, doch, das habe ich einige Male gelesen. Ja, ich bin ja jetzt schon ein halbes Jahr bei Alice Taxi. Oh, ja, ich habe wegen meinem anderen Job tatsächlich wenig Zeit gehabt zum Fahren. Daher kennen wir uns halt nicht. Sorry dafür. Ist doch nicht schlimm, alles gut. So, dann erstmal den Yin-Yang-Tang stecke. Was habt ihr denn heute Schönes gemacht? Oh, wir waren tatsächlich zu Hause. Oh ja, das wollen wir mal machen. Ja, muss auch mal sein. Aber wir konnten jetzt beide nicht schlafen, weil ihr eben so hustet. Oh. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, na komm, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen an die Luft und so. Ja, das ist doch schön. Wir sind sofort wieder da, ja? Ja. Also wenn du warten könntest, was toll. Ich warte, lass dich ruhig Zeit. Okay, danke. Bis gleich. Bis gleich. Brauchst du etwas? Nee, alles gut, danke. Okay. Oh Gott, das ist ganz so schön natürlich. Oh, wie schön. Ja. Ja. Klär das schon? Ja, das schon. Ja. So, haben wir so irgendwelche Sachen heute notiert, die wir uns merken müssen? Frau, die wurde an Halloween geboostert. Das werde ich nicht vergessen. Das hier muss ich mir ausdrucken, Alter. Ich muss mir das so hart ausdrucken, ne? Mache Screenshots und zur Not, weil gestern wollte ich mich auch nicht einloggen. Habe ich mir gedacht so, ja, dann mache ich einfach mal hier ein Screenshot und schreibe das irgendwie ab. Oder schreibe das nochmal um, so ein bisschen Arianes-Worten oder so. Alter. Was soll das? Ach du Scheiße. Ja, komm, das können wir wegmachen. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir auch nicht mehr. Aber das Kontonummer. Schnarchen aufnehmen. Ach ja, Scheiße. Ich wollte Arianes Schnarchen aufnehmen, dass sie wirklich dann so machte. Apu. Apu. Das hatten wir auch schon gemacht. Boah, Alter. Ach ja, der nachgestellte Antrag. Stimmt, die wollten ja noch Antragsfotos machen. Gut, dass ich das jetzt hier habe. Arianes Ausbilder. Hm. Du? Ich freue mich auch nicht mehr. Ich denke mal, da vorne steht jemand. Das sind eure Telefonzellen. Ich sitze mich mal nach vorne, wenn es okay ist. Oh, ich hoffe, er kotzt da, hätte ich das Auto zu. Ja. So, Fahrt ist natürlich umsonst, ja, das Taxi-Mitarbeiter, ne? Das ist aber nett, danke. Ja, okay. Bis Ende des Monats noch, ne? Also, bisschen hat er noch. Ach, Mann, gibt es denn eine schöne Abschiedsfeier oder sowas? Bitte? Wir haben es auf jeden Fall geplant, dass auf jeden Fall noch mit ein paar Leuten gefeiert wird, ja. Ja, das ist ja schön. Also, das sollte man sich nicht entgehen lassen, sowas. Och, Manno. Ja, aber manchmal tut so eine Pause ganz gut. Ich hatte auch mal eine längere Pause, ja, was ist das, längere Pause? So knapp einen Monat. Und wenn man dann wieder da ist, denkt man auf einmal, ist das doch die gleiche Insel, die ich noch vor einem Monat verlassen habe. Passiert so viel, so schnell? Ja, das Ding ist eigentlich, also, das klingt immer so blöd, wenn man das sagt, aber, ja, eigentlich machen wir es gar nicht wirklich freiwillig, aber, also, was jetzt freiwillig nennt, uns zwingt keiner im Prinzip dazu, aber, ja, wie gesagt, ne, es war halt die letzten Monate ziemlich holprig und, ja. Ja, aber eine Auszeit tut einfach immer gut. Ja, das stimmt. Dann geht man einfach mit einem frischen Kopf nochmal ran und sieht vielleicht auch mal, und manchmal ist es auch so, wenn man sich eine Auszeit nimmt, findet man dann auch, wenn man wieder da ist oder wenn man halt, äh, das Problem nochmal angeht, falls es eins gibt, äh, neue Lösungen, also, das ist eigentlich immer noch ein Vorteil. Nee, auf keinen Fall, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber auf keinen Fall, nee. Oh Gott, darf ich fragen, was passiert ist, oder ist das wirklich was sehr, sehr Privates? Ähm, na, wir hatten mit so einer gewissen Person, nämlich, äh, ja, Stress, sag ich mal, und, äh, so, dass, äh, wir wirklich in unser Leben, eben gerankt haben teilweise, oder immer noch, sagen Sie mir aber nicht, rennt die Person noch frei rum? Ja. Ja, natürlich. Ach, da wissen Sie, ich, ihr habt ja auch so ein bisschen Stress mit einer Person, aber ich, äh, denke nicht, dass wir die gleiche Person meinen. Äh, na ja, hier sind viele Leute, die, ne, also, geh ich mal dich rüber aus. Ja, ganz im Ernst, Stadtpark ist mir auch nicht so angenehm, da bin ich jetzt auch schon eine ganze Weile, bin ich nicht mehr hier. Ja, aber du, nee. Hm? Äh, nee, alles gut, ich, äh. Weiß ich, ist hier gerade irgendwas Gefährliches? Äh, nee, aber, weil du gesagt hast, ja, also, ähm, also nein, also, er ist gerade wohl nicht da, aber. Moment mal, also, wir reden jetzt nicht, äh, von einer Person, die, äh, ich sag mal so, reden wir von einer sehr manipulativen, falschen Person? Oh je, ja, ja. Äh, ja? Evan? Hm. Evan Andersson? Moment, 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 ich muss, oh nein, wo sind meine Notizen? Sekunde? Notizen? Ich habe irgendjemandem Geld drüber gegeben, ich hoffe es war der andere richtige. Nein, kein Geld, kein, ich brauche wirklich. Doch, doch, Trinkgeld, alles gut. Doch, doch, ich gebe dir auch noch ein bisschen mehr Geld. Moment. Shirley? Ja? Ähm. Gut, ich darf natürlich, äh, jetzt, also ich, ich könnte jetzt teils, äh, privat reden und teils, äh, und liestlich und liestlich, da habe ich nicht, ähm, 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 ja, das ist aber, das, äh, ich, ich meine, ich will euch nicht aufhalten, aber. Nee, tust du nicht, wir hätten ja eh nur jetzt was noch getrunken. Können eh nicht schlafen. Ja. Shirley und Leon. Ja, das sind wir. Ja. Ähm, ähm, äh, gut, ich muss das jetzt, also jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtig, ähm, ich, äh, bin eine ehemalige Gute, ich würde ihn sogar zu meinen ehemaligen besten Freunden zählen, äh, Freundin von Evan. Ähm, ich bin eine von denen, ich bin eine von denen, die sich sehr einlohnen lassen hat, ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin mittlerweile. Ja, das, äh, gegen uns ist genauso, ne? Ja, ähm, ja, ähm, ja, okay, ihr wollt wahrscheinlich, also ich höre das gerade raus, ihr seid sehr vorsichtig. Und, ähm, ich hab, also mittlerweile ist es ja einfach mal, das ist erst der Grund, warum wir halt gehen. Einer, der Gründer. Oder einer der Gründer, ähm, ähm, ja natürlich. Können wir vielleicht aufstehen? Ja, 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 also er ist tatsächlich einer der Gründe, weshalb wir, ähm, Losantos jetzt verlassen werden, weil er hat eigentlich alles zerstört, äh, was, äh, also, ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, äh, ich mir aufgebaut hab. Und aus dem Grund, äh... Hey, ich, äh, muss mal, also, ich, wenn ihr unter vier Augen reden wollt, ne? Ich bin immer so paranoid wegen meinem Handy, dann sagt mir einfach Bescheid, dann schade ich dazu. Das ist mir mittlerweile echt, also, es ist mir wirklich egal. Okay, äh, darf ich euch denn ein paar Fragen stellen? Ist das okay für euch? Ja, natürlich. Äh, äh, Fragen darfst du alles. Ja, genau, habe ich eine Antwort kriege, also, sagen wir mal so, ich habe natürlich auch, äh, eine Version gehört von, äh, FN, die er so ziemlich, äh, nicht um mir erzählt hat. Lass mich raten. Lass mich raten. Äh, wir sind diejenigen, die, äh, ihm das Leben erschweren, äh, komische Menschen auf ihn hetzen. Äh, ich bin diejenige, die, äh, Co-CEO werden wollte. und aus dem grund tue ich das alles ich war ich war assistenz der geschäftsleitung das habe ich eigentlich mehr oder weniger damals das auge gedrückt bekommen und ich habe das gerne gemacht weil ich ich für das für 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 den kiosk ich sag immer das kiosk ich weiß noch nicht das ist mein dialekt aus texas gelebt habe und ja irgendwann wird es mir dann doch zu viel und ich habe halt gekündigt und Liam war dort auch angestellt und um dich einfach mal aufzuklären weil ich denke mal dass er dir auch irgendwie eine komische Geschichte erzählt hat wegen dem Geld ja es gibt also also die Geschichte die ich gehört habe ist die habe ich auch lange Zeit geglaubt muss ich ganz ehrlich sagen weil Evan und ich dachte ich sind der gute Freunde aber jetzt so er hat eine Freundin von mir tatsächlich genau das gleiche runtergerastet wie er es bei mir gemacht hat also das ist alles nur gespielt gewesen das weiß ich mittlerweile er hat mir erzählt dass er sich vom Konto ein bisschen Geld abgehoben hat und deswegen waren seine Mitarbeiter sauer ja die Sache ist es hat für mich also ich habe ihn schon damals gefragt aber wieso sind die denn dann sauer weil du bist ja du bist ja der Chef vom Laden das geht doch eigentlich den Mitarbeitern nichts an das macht doch gar keinen Sinn irgendwie aber ich habe es trotzdem nicht genug hinterfragt also ich kann dir das mal kurz damit du das vielleicht auch verstehst erklären also Liam hatte da ja noch gearbeitet zu dem Zeitpunkt ich war zu dem Zeitpunkt als dieses Geld auf so ein privates Konto geflossen ist war ich schon gar nicht mehr Angestellte da aber habe es natürlich über Liam halt mitbekommen ja klar der Kiosk der wirft natürlich nicht viel Geld ab und dementsprechend haben die Mitarbeiter immer nur 25 Dollar die Stunde bekommen und genau Mindestlohn halt was an sich völlig in Ordnung ist aber es gibt halt eben Mitarbeiter die haben sich regelrecht den Arsch dafür aufgerissen regelmäßig aufzuhaben dass halt eben Geld reinkommt ja und ich zum Beispiel ich habe teilweise Nachtschichten geschoben als ich die Assistenz übernommen habe saß bis morgens um vier da und habe die Buchhaltung gemacht weil vorher einfach nur Mist gebaut wurde und Evan hat halt immer erzählt ja sobald es möglich ist wird er auf jeden Fall eine Bonuszahlung an alle Mitarbeiter auszahlen und genau und dann kam die Situation dass mein Mann also wir Bestellungen machen musste er war ja für die Logistik zuständig und dann hatten dementsprechend dann eben auch Zugang aufs Konto also Einblick weil er muss ja gucken ob er genug bestellen kann und dann waren da nur noch etwa 1000 Dollar auf dem Konto auf dem gesamten Konto von Kirsten? auf dem gesamten Konto genau wow vorher waren es 20.000 okay das hat sich ganz anders und wir haben wir haben sogar dafür Beweise also es ist nicht mal so dass wir das einfach nur so also Liam hatte damals Screenshots gemacht einfach nur zur Sicherheit dass weil wir wussten dass es kommt wenn ist sowas von rachsüchtig und wir wussten einfach dass irgendwas kommt sollte das habe ich tatsächlich von einer Quelle die ich die ich nicht benennen kann jetzt mit dem Vertrauen gesagt genau das habe ich gehört auch dass wenn es selbst ein Jahr her ist dass er ja aber nein wird eventuell ja genau die hat uns auch gewarnt für ihr okay also 1000 hat er drauf gelassen und für circa also nagel uns jetzt nicht genau auf die Summe aber so ungefähr und dann hat Liam halt eben die die Coaseo die wie heißt Chloe McRae die ja mittlerweile kein Coaseo mehr ist eben angerufen hat gefragt was was das ist also wo das ganze Geld ist und dann sagt er ja er macht dir keine Sorgen wenn irgendwas fehlen sollte dann überweisen wir das schon und Liam war halt dann sauer weil es wurde wieder nicht an die Mitarbeiter gedacht und es ging ja nicht mehr darum dass er die komplette Summe irgendwie aufgeteilt hätte auf die Mitarbeiter sondern er hätte jeden Mitarbeiter 500 Dollar überwiesen und den Rest dann für sich weil es stimmt ja tatsächlich dass er sich vorher nie irgendwie Geld auszahlen hat lassen dann wäre das völlig in Ordnung gewesen aber er hat wieder nur an sich gedacht und hat einfach sein das komplette Geld was auf dem Kioskkonto war an sich selbst man darf halt auch nicht vergessen als wir den Kiosk mit übernommen haben also Shirley die Assistenz der Geschäftsleitung und ich in der Logistik stand dieses Konto bei 3000 Dollar glaube ich und wir haben das hochgearbeitet bis auf 20.000 Dollar und das hat sehr viel Zeit sehr viel Mühen sehr viel Kraft und dann tut dafür nichts wenn man mal ganz ehrlich ist und Evan Staminen manchmal nur hier nachts ja seine 20 Minuten hat die Sachen verkauft hat die Sachen dann auch eingezahlt das muss man schon dazu sagen aber den Großteil des Umsatzes da hat er sich nicht die Hände schmutzig gemacht hat es aber immer so dargestellt er hat aber die ganzen Lorbeeren bekommen für ich bin hier selbstlos wir verdienen nichts mit dem Kiosk und so weiter und so fort so viele Leute sind auf mich in der Zeit als ich noch da gearbeitet habe zu mir gekommen und habe mich gefragt ob ich die Chefin hier bin und viele Freunde haben zu mir gesagt ey guck dir den sagt mal an also der erntet die Lorbeeren obwohl du die ganze Arbeit machst im Prinzip und ich habe das damals aber einfach nicht gesehen weil ich stand zu 100% hinter Evan zu 100% ja natürlich ja und dann kam die Situation dass Liam dann eine SMS in diese SMS Grube geschickt hat wo alle Mitarbeiter drin waren und da sind halt ziemlich böse Wörter gefallen beziehungsweise ehrliche Wörter muss man ja eigentlich auch mal so zu sagen ähm und ja daraufhin hat Liam einen Anruf von Evan bekommen dass also es war eine regelrechte Drogen dass wenn er das nicht klar stellt dass äh ja es Konsequenzen haben wird und zwar nicht ganz so nette und dann hat die ganze Scheiße angefangen ich hab tatsächlich ich muss dazu sagen ich hab hier tatsächlich vor ähm anderthalb Wochen anderthalb Wochen ungefähr auch noch von einer Person auch wieder Dinge über Evan gehört die die mit all diesen Sachen hier so gut zusammen passen und ich muss sagen man kann schon fast Respekt haben vor den Spielern als er gespielt hat aber irgendwann ist es auch mal gut und äh also ich bin ja ich bin ganz offen transparent ihr wisst ja ich bin beim äh PD äh wenn ihr jetzt gar nicht ja wenn ihr jetzt nicht genannt werden wollt ist das völlig okay alles gut wir haben wir haben mit den Detektiv schon gesprochen oh perfekt und äh ja ich weiß es nicht ob sie privat mit mir sprechen will ich vermute es fast nicht weil so wie die Detektivs gefragt haben gehe ich mal stark davon aus dass da eh schon was bei denen auf dem Tisch lag ähm und zwar die wie heißt sie heißt sie denn Kaya genau Kaya äh also das war total eine ganz komische Situation ähm ich arbeite oder hab beim Thriftjob gearbeitet und stand dann eines abends da irgendwie total fertig und ähm sie hat ist also mit dem PD ist sie praktisch da hingekommen und mit Kollegen und ich hab dann mit ihr gesprochen weil ich bin halt eben bei World of Music auch Ah ok und äh genau und äh wollte ihr einfach nur sagen dass ich halt aktuell durch persönliche Dinge ähm nicht anwesend bin und mir das halt natürlich leid tut und dann hat sie mich halt gefragt was los ist und dann hab ich ihr halt erzählt so im Proben und Ganzen was passiert ist und eigentlich wollte sie dann nochmal zu besprechen und dann hat sie irgendwie dann doch gesagt dass sie es doch nicht also aber hat nie genau gesagt warum ich weiß es nicht und jetzt hat sie jetzt will sie doch wieder mit ihm sprechen äh keine Ahnung und mittlerweile am Anfang war ich das sehr vorsichtig ne also ich hab wirklich mittlerweile ich hab zwar immer noch Angst aber ich hatte zu dem Zeit eine Todesangst das glaube ich ähm Eben hat übrigens überall rum erzählt dass er Todesangst hat dass äh ihr ihn umbringen wollt Mhm Drogriefe und äh Eben hat uns die Chamberlains auf den Hals geschickt Nicht nur die Ach mit denen hat er auch noch Entschuldigung darf ich mir dazu Notizen machen Natürlich Ich muss nicht eure nehmen Aber Macht doch es ist egal Glauben die Chamberlains Glauben die Chamberlains war äh das wissen wir jetzt schon aus besserer Quelle Ja Ähm Die haben Shirley äh vor dem Aphrodonis aufgelauert Ach du Scheiße Und haben sie dann so ein Gespräch gefordert Wo sie gesagt haben ja wir sollen doch aufhören über den Kiosk zu reden Äh genau Wenn wir es nicht machen dann würde ein Schlimmeres passieren Genau das war vor Aphrodonis da hab ich mir grad meine Brautleid ausgesucht Oh ne Da haben die sich nicht äh nicht geschnappt und äh Haben mir halt gedroht ne Und äh am selben Abend äh war es Also ich hab dann meinen Mann angerufen Weil ich stand da mit drei Freundinnen Und der ist da mit einem Kumpel vorbeigekommen Und die haben uns dann halt danach Also die sind dann erstmal rein in den Laden Und als wir dann wieder raus sind Haben die uns sogar noch mit dem Auto verfolgt Und dann standen wir hier am Stadtpark Und Evan stand da mit den äh äh Wolfs Was uns sehr gewundert hat Weil äh Ich schreib mir das nur aufgerüstt Da wir wussten, dass die eigentlich keinen guten Kontakt mehr hatten Ähm Durch die Lian Genau hieß die Die Ex-Freundin von Evan Ich weiß nicht ob du die kennst Ich kenn sie sehr gut Und ich versuch sie sich die ganze Zeit wegen der Thematik zu erreichen Aber sie äh antwortet nicht Okay Ähm Genau und uns hat halt gewundert Dass die auf einmal wieder zusammensitzen Und da war halt klar Also es musste irgendwie was geplant worden sein mit denen Ähm Und wir sind dann zum Thriftjob gefahren Ich weiß aber gar nicht mehr warum Mit ein paar Leuten Und äh Wir gehen hoch ins Büro Und eine Freundin wollte Äh runter und wollte jemand abholen Und auf einmal stand da Vorab auf dem Parkplatz vom Thriftjob Äh Ein Sportmotorrad mit zwei Tüten drauf Voll bewaffnet Und maskiert Und Das war definitiv von Evan Das Ja Wie kann das denn Also erstmal Ich möchte mich trotzdem bei euch entschuldigen Auch wenn wir jetzt so nichts zu tun haben Weil ich hab Evan die Geschichte voll abgekauft Aber nur weil ich dachte Das wäre wirklich eine meiner besten Freunde Alles gut Ich hab mich so eindringen lassen Das Problem ist halt Evan erzählt einem immer das was man hören will Ja ist stimmt Und das war bei uns genauso Ich hab ihm auch alles geklaut Und weißt du warum Was die Gründe sind Warum er das macht Also die SMS War eigentlich nur das Ausschlaggebende Der Grund ist Wir haben gekündigt beide Und es gab damals Ich weiß nicht Was Evan da genau machen wollte Weil er redet ja nie wirklich Also er redet zwar Aber er redet nicht Verstehst du Also Ja genau das wollte ich auch sagen Er erzählt viel Aber er sagt nichts Das wurde mir auch von einer Freundin gesagt Ja genau Und es passt so gut Wenn man ihm zuhört Ja und es ging eben darum Dass er wollte Irgendwie so eine eigene Kommune aufbauen Und er sagte immer Ja wir wären die Guten Blablabla Und überhaupt Und wir haben halt gesagt Ja wieso denn nicht Also wir dachten nicht Dass da irgendwie was Schlimmes läuft Oder vielleicht mal Keine Ahnung Also wir dachten an nichts Schlimmes So an sich Klar Mit diesen Gangs Also die Varus Und so waren da Also hatte er dann mal Kontakt Und so was Und aus dem Grund Weil er Angst hat Dass wir Zu viel wüssten Obwohl wir eigentlich Gar nichts wissen Weil er ja nie darüber geredet hat Ja Macht er das Oder hat er es gemacht Aber Wow Also erstmal Das muss Das muss Also Evan ist jemand Der ein Ego hat Wirklich wie eine Glasscheibe Habe ich das Gefühl Mhm Ich glaube wenn man das Ego Richtig streichelt Dann kann man da aber auch Mehr seine Vorteile daraus ziehen Aber Das muss aufhören Es kann auch nicht sein Dass ihr wirklich Dass das mit ein Grund ist Dass ihr die Insel verlasst Also ganz im Ernst Ich bin Das Thema ist bei mir halt Sag ich ganz ehrlich Ist allgegenwärtig im Moment Und ich bin Ich so aus dem Es ist halt so wegen Wie erklär ich das jetzt Ich habe eine Vergangenheit In der wurde ich Damals In meiner Heimat Oft verarscht Und war sehr naiv Und Lars Sanders Hat mich dahingehend Ein bisschen verändert Und Evan war nach Langer langer Zeit Mal wieder jemanden Wo ich mich vollkommen Geöffnet hatte Neben meinen Verlobten halt Und Ja Dann ist man Also ich bin auch Mittlerweile so Dass ich Wenn ich neue Leute Kennenlernen Immer sehr sehr Vorsichtig bin Und das hat mich So ein bisschen Zurückgeworfen Und das Dass ich jetzt höre Ich höre nicht nur von euch Übrigens Dass ihr Angst um euer Leben habt Ich habe das auch von anderen Personen gehört Ich sage es mal so In den letzten Wochen Beziehungsweise sogar Ja doch In den letzten Wochen War es sehr ruhig Das lag aber wahrscheinlich auch einfach darin Dass wir uns sehr zurückgezogen haben Also Wir waren immer mal wieder hier Das Offen und ehrlich Gebe ich das zu Hier am Stadtpark Und haben ihn regelrecht provoziert Damit er einfach merkt Dass wir keine Angst haben Obwohl wir Angst haben Verstehe ich Ja Deswegen ist es wahrscheinlich auch ruhiger geworden Ja Ich weiß nicht wie es ist Wenn er jetzt wieder auf uns trifft Ja Wie es dann ausging Weil ich meine Der Typ hat ja sämtliche Sachen geplant Der hat Eines Abends Bezeihung Eines Abends Also Die Chloe McRae war das Die hat bei uns beiden versucht Also wir waren aber schon im Bett Und im Nachhinein haben wir erfahren Dass er mit den Wolves Eine Entführung geplant hat Euch zu entführen Ja Es war tatsächlich sogar schon alles vorbereitet Ja Nur wir haben gefehlt Nur wir haben gefehlt Aber wir konnten nicht erreicht werden Und das war unser Glück Das wissen wir aber auch nur Ich weiß es nicht Weil sich jemand bei Elven eingeschleust hat Was wir aber selbst nicht wussten Vincent Ich weiß nicht ob der Name Die überläufig ist Sagt dir der Vincent Kavell was Ich bin immer unter überlegen Ist er auch Vincent Das war der Das war der Mensch Der diesen Post gemacht hat Ja genau Der Post ist dir bestimmt bekannt Der Post Ich habe ihn selber tatsächlich noch nicht gesehen Und ganz viel darüber gehört Willst du ihn haben? Also kannst du ihn mir gerne weiterleiten Ich weiß aber Dass ihn noch eine Person hat Wo ich fragen könnte Aber Ja gerne weiterleiten Ja Das ist halt Das ist halt wirklich krass Weil Dieses Posting Das wird immer und immer wieder erwähnt Also wenn ich Jetzt Ich rede nur rein privat Wenn die anderen sagen Darf ich euch leider nicht sagen Alles gut Es ist wirklich Ich habe noch ein paar Fragen Evan Hat jetzt Habt ihr gesagt Weil das ist tatsächlich gerade sehr wichtig Er hat Kontakt zu Chamberlain Hills Zu der Gang Und World of Mayhem Vargas Ja Vargas Das ist das Was so bekannt ist Zumindest bei uns Gibt es denn eine Gruppierung Mit der er hat keinen Kontakt Oder wo man weiß Dass sie ihm vielleicht Ein bisschen feindlich gesinnt sind Also nicht dass ich es wüsste Das kann doch nicht sein Was hat Ich meine Er legt es halt auch immer so aus Als würde er Essenslieferung dorthin machen Ja das hat er bei mir auch gesagt Ja ja Die Essenslieferung Die nur dafür Dass die dann Arbeiten Drecksarbeiten Genau Gefallen Schulden Aber was Wie war dein Name Mein Name Oder was Genau Dass ich dir schicken kann Aber dann verstehe ich das nicht Er muss ja trotzdem irgendwas haben Damit die ihn alle aus der Hand fressen Ich meine Wir reden hier wirklich von Leuten Die sich nicht so leicht einnullen lassen Ich weiß ja nicht Ob das bis an Spidi jetzt mittlerweile auch schon Der erzählt ja mittlerweile auch sowas Wie dass der Chief of Police Ihn mit einer Waffe bedroht hätte Und ihn fast umgebracht hätte Und keine Ahnung was Der Schiebhaber Neuhoch 10 Ja ja Das ist ja das Ding Ich meine Er hat auch erzählt Dass ihr ihn umbringen wolltet Das kann man ja schnell entwirken Das ist unfassbar Das ist echt wirklich Ich habe es weitergeleitet Dankeschön Das schaue ich mir gleich mal Zuhause nochmal in Ruhe an Na klar Aber ich finde das mit dem Konto interessant Weil ich kann das jetzt von eurer Seite aus Sehr nachvollziehen Wenn man wirklich nur so Mindestlohn kriegt Ja Und dann wirklich Der Chef einfach 25 Ich meine der hat Er kann privat machen was er will Aber er hat irgendwann Tatsächlich einen Sportwagen Einen teuren gefahren Das weiß ich noch Woher einen anderen So einen grünen meinst du Oder Ja Also er sah richtig richtig teuer aus Ja den 77 Ja da hat er mittlerweile Das habe ich jetzt gesehen Da hat er noch einen anderen Irgendeinen Buffalo Oder was Darf ich fragen Wisst ihr was für eine Farbe der hat Ich meine das wäre für mich Super interessant Also Das ist halt jetzt schon lange her Ich habe das nur gesehen Als er hier am Stadtpark stand Wir sind aber gerade weggefahren Und dann ist er da auch eingestiegen Oder ausgestiegen Aus dem Auto rein Ich weiß es nicht mehr Okay Es war Ich glaube ein schwarz Schwarzer Buffalo Ja natürlich Das passt zu dem Was ich mittlerweile über Evan denke Aber der hat auch noch Ein anderes Auto Der hat noch dieses Diesen Diese Familienputscher Oder wie hieß Heißt das denn Stratum glaube ich War das Ah Stratum genau Stratum Lass mich raten Auch schwarz Schwarz Glaube ja Soweit ich weiß War das schön unauffällig Und was war dieses Sportauto Da weiß ich aber tatsächlich selber nicht Ob er das noch hat Ich bin ein paar mal mitgefahren Äh ich glaube 77 heißt er Oder 770 Ich weiß nicht warum Da kann ich ja auch nochmal Ich weiß es nochmal aus Schau mal kurz ob ich den finde Dann sage ich dir das gleich Danke Wollte jemand eine Apfeltasche? Äh ja ich möchte was das Alles gut Aber ganz im Ernst Ich finde das Also ich will nicht Dass mir noch irgendjemand sagt Dass er Angst in seinem Leben hat Wegen diesen Dreckspenner Also das ist Ich habe damals Eine Person Und das war Eine Person Die mir sehr nahe Statt nicht geglaubt Die hat mir genau das gleiche gesagt Und ich könnte mich dafür Immer noch verfluchen Ähm Und das hat er Das ist so ein manipulatives Arschloch einfach Ja Das ist er Definitiv Und man fühlt sich so scheiße Wenn man drauf reingefallen ist Ja das Das tun uns ganz genauso Ja Also ich kann euch nichts versprechen Aber ich werde jetzt Ich werde wirklich alles Was ich kann Tun Damit sowas Leuten Nicht mehr passiert Das Problem ist Selbst wenn Also Er hat zu viel kaputt gemacht In unserem Fall Klar Hat er Viel Viel getan Aber es ist im Prinzip Nichts passiert Verstehst du Also zu wenig Damit man ihn dafür Belangen könnte Also ich vermute mal Ja Also Es lässt sich was nachweisen Aber im Endeffekt Spielt das keine Rolle Weil Was soll passieren Der Typ wird nicht Hinter Gittern kommen Ich weiß genau was ihr meint Weil das macht Erwin nämlich tatsächlich Ganz klug Man kann ihn nie etwas nachweisen Nie etwas Er hat auch nie Ich hab wirklich Als das angefangen hat Und Na Die ersten Drohungen kamen Und sowas Hab ich die ganzen SMSen durchgeschaut Und Guckt aber irgendwie Aber nichts Es war wirklich Nichts Er hat Nie alles ausgesprochen Ja ich denke Er hat Geschrieben schon gar nicht Ich denke er hat da irgendwie Ich weiß nicht ob er einen guten Berater hat Oder sich selbst quasi da berät Dass er weiß Dass er wirklich So reagiert So interagiert mit den Leuten Dass man ihnen halt nichts nachweisen kann Wie gesagt Jetzt so eine SMS Ich meine Ja man kann dir sein Handy durchsuchen Und dann mal gucken Aber Ich glaube auch nicht Dass man da was findet Wenn dann halt nur Also durch die Anrufe Ne Und da Ist ja nichts nachweisbar Also Gehe ich mal von aus Dass man Ich weiß nicht ob man Handy aufhören kann Keine Ahnung Ja ich glaube nicht Also es wäre auch noch nicht so Oh Gott Das wäre aber auch richtig peinlich Manchmal was ich da Ja Ich habe auch gerade drüber nachgedacht Hey Ja Dude Ich verstehe diese Auszeit wirklich Und auch dass euch was kaputt gemacht wurde Aber Bitte kommt Irgendwann Wirklich wieder Weil das ist es nicht wert Nicht wegen so einem Vollpfosten Naja was heißt Vollpfosten Nicht wegen so einem kriminellen Arschloch Der Evan ist kriminell Ich habe das Mir wurde das tatsächlich sogar mal gesagt Ich habe es nicht geglaubt Natürlich ist er kriminell Natürlich Und irgendwann Begehen auch solche Menschen Fehler Und äh Liam Warte ich muss Jetzt kann man ja ganz offen reden Bist du derjenige Irgendwie der bei Alice Taxi eingeschneißt wurde Äh genau Äh genau Tatsächlich ja Und deswegen habe ich dann gesagt Äh ich mache da nicht mit Okay Deswegen Ja hast du deswegen Konsequenzen Irgendwie erfahren Oder Angst Kannst du noch was kommen Nein Tatsächlich nicht Zumindest nicht offensichtlich Nicht offensichtlich Aber er hat klipp und klar ja gesagt Dass ähm Dass er aufgrund der Situation Die damals war Er war ja bei Alice Taxi Dann ist er zu Downtown Cap Und dann wieder zurück Oder irgendwie andersrum Ähm Und das war ja wohl Irgendwie nicht ganz so sauber Und aufgrund dessen Äh Wäre er wohl mit Alice Taxi Noch nicht fertig Und das ist Und das ist ja jetzt schon Ewigkeit Naja Das war ja schon zu einem Zeitpunkt Wo Ich noch nicht mal auf der Insel war Und ich bin jetzt Gut ein Jahr hier Das ist interessant Das ist wirklich sehr interessant Ähm Es gab mal Ich bin mir da immer noch nicht sicher Es gab äh Also ich weiß von Alice Taxi Hat auch einige Dinge Und ähm Es gab da mal einen Ominösen Badeunfall Bei dem äh Lamy irgendwie Ja quasi Er hat ihn wohl noch festgehalten Und Irgendwo abgerutscht ist Als die irgendwo runtergesprungen sind Ins Wasser Und äh Kam auch erst noch nicht mehr hoch Bis heute weiß ich nicht wirklich Was da passiert ist Es war super strange irgendwie Äh Ich Also Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich Man muss da super vorsichtig gerade sein Aber Ihr helft mir wirklich so weiter Und ich hoffe Dass ich euch jetzt irgendwie weiterhelfen kann Hm Ich geb dir vielleicht einen Tipp Ja Ich weiß nicht inwieweit er dir helfen kann Ja Hau mir mal einen Gefallen Und geh zu Lamy Beziehungsweise Probier es ein bisschen Äh Nicht so offensichtlich Weil ich nicht weiß Mit wem ihr alles darüber gesprochen habt Ja Und frag ihn mal Was ist damals passiert Zwischen Evan Und Lamy Und Harald Glaube ich war auch mit bei Ähm Warum es damals so eskaliert ist Warum Evan rausgeschmissen wurde Also mein Also was ich gehört habe Ist dass Evan Äh Wenig da war Das ist die Info Die ich bekommen habe Ja Dann Dann lassen wir es mal so stehen Und vielleicht Ich denke auch nicht Dass sie die Info kriegen wird Dadurch dass sie halt beim Pidierarbeitet Ne Also ich weiß ja nicht inwieweit Lamy dir da vertraut Aber Ja das weiß ich auch Also wir haben auf jeden Fall Eine Sekunde Ich bin gleich wieder Okay Tatsächlich Gibt es da eine Möglichkeit Ich meine Wenn man jetzt Ja Zeuge bei etwas ist Aber etwas mithelfen kann Dann kann man ja schauen Dass man eventuell Entweder straffrei Oder milde straffrei Oder sonst was Vielleicht kann man da irgendwie Was machen Dass das straffrei bleibt Einfach Ich weiß es nicht Ja Ich weiß die Geschichte Tatsächlich nicht ganz genau Da ist eher Liam Weil er halt Nachdem das Ganze rauskam Dass er da eingeschleust wurde Und so Hat er ja mit Ava Und auch mit Lamy dann gesprochen Weil halt Angst hatte Also ich habe dann zu ihm gesagt Du musst mit ihm sprechen Weil Evan wird mit Sicherheit Die Situation wieder komplett umdrehen Oh das ist aber gut Das ist nur er Ja und dann verliert Verliert Liam dann sein Chapter noch Ne Und das muss ja nicht sein Und dann hat er halt Mit ihm gesprochen Und dann kam da halt eben Einiges ins Tageslicht Eben auch von Ava Dass wir da aufpassen sollen Und sie selbst halt auch Angst vor Evan hat Und sie deswegen auch Aus dem Vertrag Beim Kios raus wollte Und so was Und sich da komplett zurückgezogen hat Und zu dem Zeitpunkt War ich halt noch Assistenz Und sie war noch Co-SEO Und ich habe das halt Überhaupt nicht verstanden Dass sie sich so gar nicht kümmert Und war schon richtig sauer Weil immer alles an mir hängen blieb Weil Evan war ja nie erreicht Ja der hat sich lieber Durch die Straßen feiern lassen Anscheinend Ja natürlich Ja klar Boah meine Güte Ich hätte Es ist Heftige Sache Wirklich Also erstmal Ich bin wirklich Wirklich froh Dass ihr nicht entführt worden seid Dass das nicht geklappt hat Damals Und das soll auch nie klappen Es kann auch nicht sein Wenn es immer erst reagiert wird Wenn alles zu spät ist Oder wenn schon was passiert ist Das soll es auch Das soll auch nicht sein Ja das Problem ist Euter Street Apartments Nee nicht Euter Street Apartments Oben an diesem Eclipse Tower Gewohnt haben Ja Befreundet ist Weil die waren dann auch da Haben sich Ewigkeiten Oh mein Gott Unterhalten und so weiter und so fort Ob die jetzt da Infos geben oder nicht Keine Ahnung Weiß ich nicht Kann ich Ja Also ich kann euch sagen Ich habe nie Essenslieferung von Evan bekommen Und der wusste auch Dass ich bei ihm Die haben das auch bezahlt Das muss ich schon dazu sagen Ja 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 Das war jetzt nicht irgendwie kostenlose Lieferung Sondern die haben es ganz normal bezahlt Train Kitty Was ist das gerade für Infos alles Ja Evan und auch Chloe McRae Auch wenn sie mittlerweile Nicht mehr für Evan arbeitet Ja Und wir haben halt erfahren Dass sie wohl Selbst gekündigt hat Und wohl komplett beim PD ausgepackt hat Was Evan betrifft Ah Ja Ja Aber sie ist also Die ist genauso krank Die hat Vincent Pavel Mit Evan zusammen Eine Fingerkuppe abgeschnitten Bitte was Ja Ja Das war noch Und jetzt arbeitet die Dame Beim MD danach Ja Moment Arbeite sie es gerade beim PD oder MD? MD Och Chloe Okay aber Ist das eine Jetzt mal abgesehen von dem Was sie gemacht hat Ich meinte Ja man Ich habe auch mal ein Auto Mit dem Bestmachstum Aber Keine die Fingerkuppe abgeschnitten Ähm Ist das jemand Schätze sie so ein Dass sie jetzt nach der Sache Auch Angst vor Evan hat Oder Sind die eher gequemt? Laut ihrer Aussage schon Also sie hat Also das ist echt Echt mega kompliziert Und sehr verwirrend Also die Ähm Wie hieß sie jetzt gleich noch mal? Die Äh McRae Chloe Chloe Genau Ist die Ex-Freundin Von Vincent Pavel Und aus dem Grund Also Vincent hatte mal so eine Phase Da ist der so ein bisschen durchgedreht Und irgendwie hat sie ihm dann geholfen Damals Und aus dem Grund stand er in ihrer Schuld Und deswegen war er dann dabei bei Evan In dieser Gruppierung, sage ich jetzt mal Und er hat aber von Anfang an nicht für Evan und Chloe gearbeitet Sondern wollte rausfinden Was er mit uns vorhat Aber wir wussten das nicht Wir wussten nicht, dass er für uns arbeitet Und Ähm Natascha Sanders Die Die tragischerweise Genau Äh Mit dem Motorrad Den Unfall hatte Und verstorben ist Ich wundere nicht mal nur ein paar Notizen Ja genau Ähm Das war ja Einer meiner besten Freundinnen Und Ähm Ja das tut mir leid Die hat ebenfalls Äh Versucht Infos Bei Evan rauszubekommen Und sie wusste auch Dass Vincent für Uns arbeitet Unwissend Und nicht für Natascha hat versucht Infos über Über Evan Moment Genau Also Und ich sag's dir ganz klar Also wenn du dir den Post Den Liam dir geschickt hat Durchschließt Also So krass wie Vincent das beschrieben hat Sag ich dir ganz ehrlich Äh So würde ich's nicht umschreiben Ähm Aber ich würde ihm Und auch Chloe Nicht die 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 Schuld geben Dass Natascha verstorben ist Also Nicht dass er sie getötet hat Sondern Einfach Er hat Oder die tragen eine Mitschuld Auf jeden Fall Einfach weil Natascha war halt sehr sensibel Ja Und Wie wir wissen Evan ist halt sehr manipulativ Und Natascha hat mir halt erzählt Dass sie wohl schon öfters Mit Evan jetzt gesprochen hat Und ich will gar nicht wissen Was da alles gesprochen wurde Und Deswegen war die halt total fertig Dann kam noch eine LS-Taxi-Geschichte dazu Und dann Hat die sich droben gekauft Ist aufs Motorrad gestiegen Und hatte dann einen Unfall Und ich gebe da Evan Definitiv eine Mitschuld Ja Ich Ich Also ich Wie gesagt Ich sag nicht Dass er sie getötet hat Aber Er trägt sein Teil bei Auf jeden Fall Und dann haben sie es ja noch probiert Äh Anderen Leuten in die Schuhe zu schieben Das hat er dann über Inside Los Santos gelesen Ja Walter Weiß Das war ja Also Naja Ja und auch Ja ja Davon habe ich gehört Ich habe Ist der Post noch online Von Inside Los Santos? Äh Ne Die haben das Per Per E-Mail geschickt An alle Am 23.02. Meine ich Eine Sekunde Ja genau 23.02. Gab es eine E-Mail Habe ich auch im Notfall Kann ich auch noch weiterleiten Ja Das wäre vielleicht ganz gut Ich bin mir fast sicher Dass Das PD sowas noch hat Aber Also ne Weil ich Weiß es tatsächlich nicht Aber Ja genau Ich finde es erstmal gut Dass sie generell da war Ich finde es sogar auch gut Dass diese Chloe da war Und da bin ich ein bisschen Vorsichtig gerade Ähm Aber Also ich denke mal Sie also laut Also sie hat mit Vincent gesprochen Also da wollte ich jetzt gleich noch drauf kommen Ähm Und es war dann so Dass Natascha und Vincent heimlich Kontakt hatten Weil Erwin das auf jeden Fall Und auch wir Nicht erfahren sollten Weil wir haben zu dem Zeitpunkt Vincent absolut nicht getraut Und äh 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 Erwin war sehr vorsichtig Noch bei Bei Natascha eben und weil er ja wusste, Evan, dass Natascha mit mir sehr gut befreundet ist und ich eben Co-CEO im Fifth Job bin und sie ja CEO war. Und dann war es so, dann haben die den wohl irgendwie ins Auto geparkt, ich weiß nicht wo, keine Ahnung, haben den in die Ecke getrieben und haben versucht, Infos rauszubekommen, ob er wirklich Kontakt zu Natascha hat oder eben nicht und als Beweis der Treue haben sie ihm eine Fingerkuppe abgeschnitten. Wie heißt der Vincent nochmal mit dem Art Name? Vincent Cavell, aber man erreicht ihn leider nicht mehr. Ich vermute mal, der hat auch, also ich vermute, er hat das weitergesucht. Das kann doch nicht, das kann doch alles nicht wahr sein. Es kann vor allem nicht wahr sein, dass hier nichts passiert. Das kann nicht sein. Das Problem bei der ganzen, wegen Vincent jetzt, wegen der Sache, ist einfach dadurch, dass klar war, dass er den Post verfasst hat, war ja nicht nur Erwin hinter ihm her und Chloe, sondern eben die ganzen Gruppierungen, die er da erwähnt hat. Logischerweise. Also die lassen so was natürlich nicht auf sich sitzen. Ja. Die Vargos, die Wolves und die Chamberlain. Und Vincent hat uns auch die Info gegeben mit der Entführung, dass die uns, weil die, da war zu dem Zeitpunkt dann er dabei und hat uns die Info darüber gegeben und er hat auch mit Chloe gesprochen, nachdem sie beim PD war und dadurch wissen wir das, dass sie ausgepackt hat und sich natürlich schön rausgelassen hat, was der ganze Sache, ne? Erwin ist natürlich alleinig daran schuld. Natürlich trägt er die größte Schuld, ne? Darüber wollen wir gar nicht sprechen, aber Chloe ist natürlich genauso, also genauso krank. Ja, ja. Die stand hier am Stadtpark, wir standen zu dritt da und haben erzählt, es ist also, ne? War ein wirkliches Stück weg von denen gestanden und dann holt die, also jedes Mal, wenn wir am Stadtteil fahren, war sie da plötzlich auch da, weil er sie angerufen hat, also das war wie das Hündchen, ja? Und dann stand die irgendwann mal mit dem Baseballschläger vor uns und ich dachte so, Alter, bist du dumm? Also, warum macht man sowas, ne? Also, ich habe keine Waffe bei mir und ich brauche sowas auch nicht, weil ich nicht vorhatte, euch irgendwie was Böses anzutun. Also, meine Gedanken, ne? Ja, ja. Ich will sie gar nicht teilen, aber ich bin halt nicht so. Ich bin ja der, ich habe wirklich drüber nachgedacht, irgendwelche Gruppierungen zu bezahlen, dass es endlich ein Ende hat, weil es war wirklich Psychotherapeut. Ja, zum Eigenschutz, ja, ja. Aber ich habe es sein lassen. Jetzt auch, wenn ich beim PD bin, aber ich verstehe den Gedanken, auf jeden Fall. Ihr habt euch ja hilflos gefühlt. Na, natürlich. Es war sogar so, dass ich hier rumgerannt bin wie ein Versicherungsmakler, weil ich nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll. Und ich wie eine Tänzerin von hier, Unicorn. Oh, was? Also, wirklich, weil wir sind aus unserer Wohnung raus und haben erstmal ein Hotel angemietet und haben wirklich gelebt, sodass man uns halt absolut nicht erkennt. Und das ist uns auch geklögt, ne? Also, die sind neben uns gelaufen und haben uns nicht erkannt. Gab es denn eine Möglichkeit, muss ich nochmal fragen, eine Möglichkeit vom PD vielleicht in so ein Zeugenschutzprogramm oder so? Das wurde halt gar nicht angeboten? Nein. Nee, wurde uns zum einen nicht angeboten und ganz ehrlich, also. Ja, das ist ja wieder wie das Ding, wenn erstmal was passieren muss, aber das sollte doch verhindert werden. Ja, eben. Und es ist zwar viel passiert, aber zu wenig damit, was unternommen wird. So ist es ja leider. Und wir sind auch viel zu spät. Also, das war ja wirklich ein ganz blöder Zufall, dass wir dann zu den Detectives gegangen sind, weil, äh, kennst du eine Alice Logan? Also, müsstest du wahrscheinlich kennen. Logan sagt mir auf jeden Fall was. Das ist eine Kollegin von dir. Okay, dann sag mir der Nachname auf jeden Fall was, aber der Vorname nicht. Ich hab, äh, beim Social Center gearbeitet. Äh, als Sozialarbeiterin. Ja. Äh, musste ich auch aufgeben wegen Evan, weil ich hätte nicht mehr auf der Straße arbeiten können. Ähm. Und, äh, ich hab ihr damals, als sie eingereist ist, sehr geholfen. Und dadurch hatten wir immer mal wieder Kontakt. Und sie hat mich irgendwann abends mal angerufen, äh, und hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich fand es sehr komisch, dass sie das gefragt hat. Ich so, warum fragst du denn so seltsam nah? Und dann hab ich irgendwann gesagt, ey Alice, jetzt erzähl mir doch keinen Scheiß. Also, irgendwas ist doch da im Busch. Und dann hat sie halt gesagt, ja, könnte sein, dass ich da mal was gehört hab. Oder so. Also, durfte natürlich nichts sagen, genaueres, ne. Und, äh, ja. Hier hab ich dann halt eben auch alles erzählt. Und sie sagte dann zu mir, wir sollen auf jeden Fall zu den Detectives gehen. Und hat mir eine Nummer gegeben. Und dadurch ist das dann entstanden. Sonst wären wir wahrscheinlich heute noch nicht bei irgendjemandem gewesen. Oh, wow. Okay, dann, äh, gute Kollegin auf jeden Fall. Äh, ich wusste, es ist so viel zu verarbeiten gerade. Ja. Ja, und das war, ja, vor dem nächsten Tag, ja, und, und, und. War halt so ein Zufall gerade. Hm, ja, verstehe ich absolut. Also, wenn, wenn ihr wirklich auch... Ach, wir haben auch Hausverbot. Ja. Ja, okay. Äh, äh, wo? Es gibt tatsächlich einen Bereich, wo man nicht hin darf, tatsächlich. Wow. Das ist... Ja, ja, das wissen wir sogar, weil, äh, dadurch, dass wir ja da gearbeitet haben, hatten wir den Einblick, äh, auf diesen Plan, weißt du? Ja, und, ähm, daher wissen wir ganz genau, bis wohin wir laufen dürfen und wo nicht. Und genau so machen wir es auch. Ja. Okay, also, ähm, wann, wann werdet ihr ausreisen? Äh, geplant ist, äh, Ende des Monats. Also, wir sind jetzt gerade dabei, die ganzen Sachen zu verkaufen und so, weil, das willst du alles großartig mitnehmen, ne? Brauchst du ein I-Ragen? Äh, wie toll, na, äh, Moment, ich so, das ist aber mal ganz kurz, ganz kurz, äh, also erst mal, ihr habt ja, ihr habt ja meine Nummer, oder? Ich meine, ich meine, was RDP, okay. Warte mal, warte mal, warte mal, ich müsste deine eigentlich auch haben, weil wir hatten damals... Genau, weil ich hatte dich eingespannt. Ariane, Ariane. Genau, die lustige Sexnummer da, da bin ich. Ja, 6, 6, oh mein Gott. Ja, ja, genau. Oh, da wird's aber ganz erotisch. Alles klar, dann hab ich, hast du meine Nummer auch, oder? Ja, hatte ich da mal auf Display gesehen, dann hab ich, oh, vom Trifftshop, okay, cool. Ah, okay, alles klar, ja. Dann, äh, ich melde mich mal in den nächsten Tagen, ich hoffe, ich erwische euch noch. Wie, wenn ich? Ja, wir sind, wie gesagt, 14 Tage sind wir auf jeden Fall noch da. Okay, aber... Äh, wir sind wahrscheinlich nicht jeden Tag erreichbar, aber, äh, sollten wir einen Anruf von dir sehen, dann rufen wir auf jeden Fall zu. Perfekt, also wichtig wäre mir jetzt nur, auch wenn ihr jetzt natürlich, äh, ich meine, ihr habt sau viel durchgemacht mit Evan. Einfach das Gespräch hier, Evan kann nicht wissen, dass wir zusammen gesprochen haben. Also, nee, das ist ja, das, äh, wenn er sich jetzt irgendwo in den Büschen aufhält, dann würde ich sowieso einmal drauf treten, bis er ruhig ist. Aber, ähm, ich würde jetzt mal schön nicht rum erzählen, dass wir jetzt geredet haben. Nein, das, äh... Er versucht auch irgendwie laut meines Verloten mit mir in Kontakt zu treten, weil ich habe ihm tatsächlich die Freundschaft komplett gekündigt. Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesprochen. Seine Freundin Maria hat es nochmal versucht und, ähm, ja, das, das war es halt. Da bin ich auch nicht drauf eingegangen. Hatte ihn noch einmal bei dem Badeunfall gesehen, das war es dann. Ist wahrscheinlich das Beste, was dir passieren konnte. Ja, ich, äh, jetzt habe ich halt die Möglichkeit, nochmal mit ihm zu sprechen und eventuell würde ich das, äh, natürlich mit Absprache, ne, mit meiner Arbeit und so annehmen und, äh, vielleicht könnte man das auch irgendwie nutzen. Vielleicht verquatscht er sich ja einfach. Ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht. Also, eure Namen werden auch vor ihm jetzt nicht vereint, keine Sorge, aber... Du, selbst, wenn, es ist mittlerweile, ich bin mittlerweile echt abgebrüht. Ich bin, ne, was soll jetzt noch passieren? Also, ich habe mittlerweile, ich gehe mit dem Gedanken einfach hier durch die Stadt, äh, mit der scheißegal-Einstellung, ehrlich. Ich sag's dir ganz ehrlich. Es ist mir egal. Es ist mir wirklich egal. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich bin kein Mensch, der jetzt hier unbedingt nach, äh, Gewaltdelikten oder sowas, äh, reagiert, ja, oder sagt, ja, ich schau jetzt alles zusammen, was kommt. Ich war einmal kurz davor, den, den einmal zusammenzuschlagen, aber ich hab's dann... Ja, das können wir vorstellen. Ich hab's dann noch nicht zusammengerissen, weil am Ende, am Ende ist das nicht wert. Und ich hab eh schon 5.000 Dollar bezahlt, Vertragsstrafe. Mehr Geld kriegt er von mir nicht. Okay. Und, wenn man mal, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich mein, wir haben jetzt circa noch 14 Tage hier und ich hab halt Liam gesagt, er kriegt noch irgendwie sein Fett weg. Also, ne, und wenn ich dadurch, dass ich mit, äh, mit jedem, der das möchte, darüber spreche, was da passiert ist und sich dadurch etwas bewegt, dann, ne, auch wenn wir gehen, also, das steht fest, wir werden definitiv gehen, ne, also, dann ist schon viel erreicht, weil er dann halt vielleicht bei den nächsten Leuten sowas nicht mehr abziehen kann. Das ist eigentlich ein schön, ja, es ist ein vernünftiger Gedanke, aber auch ein trauriger Gedanke, also, er wird sein Fett wegkriegen und dafür werde ich mich sowas von einsetzen und jetzt nehm ich erst mal ne Suppenkelle voll Fett mit und guck, was ich damit mach. Ich werd jetzt mal, äh, zur Zentrale fahren. Äh, kommt ihr hier weg oder soll ich euch noch irgendein fahren? Ja, ja, wir wollen ja nicht, ich weiß, wir laufen. Wir setzen uns jetzt hier noch hin, machen das, was wir eh machen wollten und dann brauchen wir nach Hause. Sollte einen von euch irgendwas passieren, gedroht werden oder sonst was, sofort anrufen, ja? Machen wir. Okay, dann vielen Dank und passt auf euch auf, ja? Ja, du auch. Bis dann. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao. Ich muss mir das gleich alles nochmal in Ruhe notieren. Ich hab jetzt ein paar Notizen gemacht, also jetzt mal, ja, Wohlenschwein, ja. Äh, boah, ich bin grad ein bisschen geflasht auf wegen, also, Simmons sagt mir was. Sind wir nicht sogar auch mal mit der, das ist aber nicht die, oder? Die Simmons ist nicht die coole, taffe Frau, mit der wir mal gefahren sind, mit dem Stoppschild. Nee, das ist die. Oder? Oh Gott, ist die das? Oh, ich weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz, ich muss erstmal kurz zum Zentrale fahren. Das hat sich ja richtig gelohnt, meine Güte. Oh, ich hab mich nur gefreut über die Fahrt, aber das jetzt. Ja, Ariane muss natürlich mit Herrn Weiß reden, aber Ariane wird sagen, sowas wie, wenn die Namen der beiden, jetzt haben sie ja gesagt, denen ist das egal. Oh, weil eigentlich wird Ariane sagen, wenn die Namen der beiden Herr Weiß, die versprechen mir, dass die Namen nicht gesagt werden für Evan, weil sonst kündige ich. Das hätte ich mit Ariane wirklich gesagt, weil Ariane, sonst kündige ich wirklich. Und dann verliere ich das Vertrauen nicht für die. Äh, wir haben ja jetzt so viele Informationen, holy shit, was ist denn jetzt los? Wie kriegt Ariane die? Oh, finde ich gut. Äh, boah, das macht ja richtig Spaß. Ich will nicht umziehen, ich will viel LP-Karte machen. Oh, Mann. Boah, Ariane ist ja, boah, Ariane ist richtig stinkig. Aber wisst ihr, auf wem die am meisten stinkig ist? Wisst ihr, auf wem Ariane bei der ganzen Sache am meisten stinkig ist? Ihr könnt jetzt im Chat mal raten, auf wem die am meisten stinkig ist. Nach all dem, was passiert ist. Nach all dem, auch mit Lien und sowas alles. Genau, auf sich selbst. Die ist auf sich selbst so wütend. Die hat Lami nicht geglaubt. Die hat Lien einfach wirklich nicht geglaubt. Sie hat das Gespräch mit ihr, sie hat nichts getan, sie hat nicht geholfen. Sie hat im Gegenteil bei der Fee sogar noch gesagt, guck dir ein bisschen Lien an. Ich finde das nicht ganz koscher. Irgendwas stimmt da nicht. Nicht Evan, Lien. McFly, vielen Dank für 78 Monate, Dankeschön. Und ich hoffe, dass Lien irgendwann mal erreichbar ist, weil Ariane wird krauchen vor ihr, wirklich. Also so heftig einfach, ne? Ariane denkt sich jetzt, toll, so viel Scheiße ist passiert. Ein Jahr lang oder so. Ja doch, so ein Jahr lang. Hat sich so an der Nase rumführen lassen. Sie sollte es eigentlich besser wissen wegen ihrer Vergangenheit. Und Evan hat ja bei ihr komplett das Vertrauen zum Menschen kaputt gemacht. Die Namen. Shirley. Vincent war, glaube ich, auch auf der Liste. Ich hatte Shirley übrigens nochmal woanders aufgeschrieben, aber hundertprozentig war das der Name. Wissen wir jetzt eh. Weiter mein Blog-Chaos hier, ne? Diese Scheiße. Regulär habe ich hier nie einen Blog am Dingens, am PC liegen. Und hier sind zwei Blöcke und nochmal mein komisches rosa Büchlein, wo ich ja die Ariane-Sachen gespeichert habe. Ja, mit Lamy. Wieso wurde Evan gekündigt? Wie kriegt Ariane das raus? Damit könnte sie halt auch reden mit Walter Weiss, dass der Lamy da auf jeden Fall irgendwie safe rauskommt oder so. Aber das ist schwierig, ne? Weil, äh, Lamy wird nichts sagen, weil, äh, Walter Weiss könnte ja hingehen und sagen, Evan, der Lamy hat das und das gesagt. Und das ist natürlich scheiße. Dann kriege ich auch nichts aus den Leuten raus, weil die vertrauen doch dann für die nicht mehr. Das ist immer das Schwierige mit Walter Weiss gerade. Aber holy shit, diese Simmons, klar, wir wissen nicht, also sie ist Ehepaar, wir wissen nicht, ob die da wirklich irgendwie... Alter, das ist doch die Frau mit dem Stoppschild, wo Ariane gesagt hat, warum halten sie an? Nein, bitte lass die das nicht sein. Die ist so cool. So, ich werde nochmal mit Ariane... Ach, ne, kann sie ja gar nicht. Ach, doch, kann sie wohl. Ne, warte, da warten wir bis morgen, da warten wir bis morgen. Oh, Alter, ich muss das gleich noch schön ausformulieren. Also nicht ausformulieren, aber mehr aufschreiben. Boah, das war ja jetzt richtig gut. Das haben die Detectives, haben das bestimmt auch alle, aber ich weiß nicht, Walter Weiss, die Info auch direkt. Die Infos. Auch mit denen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt was Neues ist. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob man das weiß. Mit den Essenslieferungen an dem Pärchen da. Aber es hieß ja immer, dass es einen Bauch aufgibt und dass er seine Kontakte hat. Das mit Evan mit seinen Kontakten, das hat er ja Kaya erzählt. Und Ariane hat das ja jetzt gerade nochmal da gehört, dass Evan ja seine Kontakte hat. Also Evan muss auf jeden Fall Kontakte ins PD haben. Wir machen jetzt gleich mal die SMS dann weiter, weil es auch ein bisschen interessant. Boah, die beiden ey, Mann. Glauben nicht, haben die einen Drohzettel hinterlassen. Kiosk. Ja, was haltet ihr denn von der ganzen Sache? Ich fand das jetzt sehr, sehr krass. Echt, da muss man erst mal, boah, puh. Ja, da muss ich mir gleich viele Sachen nochmal aufschreiben. Ähm, 25.000 und dann circa 1.000 draufgelassen und die Mitarbeiter, kein Bonus, gar nichts gezahlt. Ey, ohne Scheiß, da wäre ich aber auch richtig, äh, da wäre ich auch nicht, als Co-CEO wäre ich auch richtig abgefuckt. Wenn du nur 25 Dollar die Stunde kriegst und den Arsch dafür abarbeitest und dann, äh, wenn's so ist. Ah, gut, da muss man ja auch wieder sagen, wenn's so ist. Aber irgendwie klang das für mich mega glaubwürdig jetzt. Lieb, ist unfassbar spannend. Boah, ja, geil. Und Ariane, die Officer Eis, die nichts geschissen kriegt, ne? Das ist halt ihr Ding, ne? Das ist halt voll ihr Ding einfach. So, und die hat so einen persönlichen Groll ja auch gegen Evan. Und die hat Lianne nicht geglaubt und Lianne war ernsthaft in Gefahr und da hätte sonst was passieren können. Und jetzt hat sie wieder Leute, die gesagt haben, die hatten Angst um ihr Leben. Mehrere Leute, von mehreren Leuten hat sie das gehört, ne? Und, äh, jetzt kann sie was machen. Jetzt kann sie versuchen, ein bisschen was zu verhindern, ne? Welche Beweise haben die? Da, das ist das Problem. Es ist Evan. Ich weiß, was man machen könnte bei Evan. Und ich weiß nicht, ähm, das müsste ich denen weiterweise im Meta-Schutz sagen. Das, äh, einfach zur Sicherheit, ne? Einfach zur Sicherheit. Das ist nicht wegen Evan direkt tatsächlich, muss ich sagen, ne? Sondern es reicht ja nur, wenn einer von der Gang irgendwie aus Versehen oder unterbewusst metert, unterbewusst irgendwo nicht hingeht oder so. Ähm, wenn Evan zum Beispiel jemanden beauftragen würde oder so. Dann, dann, dann wäre es halt auch schon ein Problem, ne? Also seid mir da nicht böse. Das, äh, wird aber alles aufgeklärt werden bei euch. Ah, mal gucken. Vielleicht mache ich es auch ohne. I don't know. Hm. So, das ausformulieren mache ich jetzt gleich, aber obwohl, ah, ja, ich mache das nach der, also ich mache das nach dem Screen, ganz unmöglich. Einfach 2,30, die beste Infos zu Evan raus, so mega spannend. Boah, die sind aber auch, also ich finde es mega mutig, wenn die jetzt wirklich, also, Evan sorgt dafür, dass eine Person wahrscheinlich schon ausgereist ist, dieser Vincent. Evan hat, ja, ich verstehe das, was sie meint mit der Mitschuld. Wieso sollte, hä? Wieso ist das genau? Äh, Evan hat so ein bisschen eine Mitschuld an Nathalies Tod. Natürlich hat er die nicht umgebracht, ne? Aber ich verstehe das mit der Mitschuld, auf jeden Fall. Ähm, und, äh, er sorgt dafür, dass jetzt noch zwei ausreisen. Das ist schon harte Tobak. Ja, und dass die Anne auch Angst um ihr Leben damals hatte. Evan ist nicht der liebe Kioskmann, ne? Ihr seht doch, selbst im Stream kommt er rüber. Ich gucke ja jetzt nicht mehr, ne? Aber selbst im Stream kann er beruhen, wenn ich da war, wie der liebste Kioskmann. Ich wette, da passiert auch viel Offstream. Ist schon sehr, also Evan ist schon sehr krass, ne? Krasser Spieler auf jeden Fall. Und jetzt bin ich, äh, gespannt, ob sich, äh, die Schlinge dann doch ein bisschen zuzieht. Ja. Also, Herr Weiß, ich habe sehr viele Informationen bekommen. Ja, unter anderem auch, äh, über, ähm, P-Dealer, die Informationen nach außen an Evan. Warte mal, ne, das klingt zu, warte, das ist ja vielleicht. Ich habe sehr viele Informationen. Warte, das ist... Eventuell... 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 Ich kann es nicht... Nicht... Eventuell... Ich kann nichts... Nachweisen... Ich will nach außen an Evan weitergeben. Ich habe einen Namen. Bitte melden Sie sich bei mir. Wie süße Pidi, 19 Ariane. Ah, vielleicht haben wir jetzt mal was, was die alle noch nicht wissen. Das wäre natürlich schön. Also, ich... Das ist eine Essenslieferung. Und das kann auch wirklich freundschaftlich sein, muss ich sagen, ne? Ich mag leider den Charakter dieser Dame. Das wäre sehr, sehr furchtbar. Anonymer Geschenkegeber hat, da wird nichts. Eine Stufe 1 Abo geschenkt. Oh. Dann möchte ich dir doch mal Dankeschön sagen, ne? Ich will nicht, dass die beiden deswegen mit ausreisen da... Okay, das haben wir noch. Ja, Leute, das war geiles RP heute. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube.